Dieses Audiobook wird Ihnen präsentiert von Audible. Audible. Clever lesen. Einfach Zeit sparen. Peter Scholler-Thur. Die Angst des weißen Mannes. Ein Abgesang. Gelesen von Stefan Schad. Hörbuch Hamburg Verlag 2010. Wachablösung Vor seinem Besuch im Konzentrationslager Buchenwald am 5. Juni 2009, so wird berichtet, hat Barack Obama einen politischen Dialog mit Angela Merkel geführt. Eine herzliche Atmosphäre sei dabei nicht aufgekommen. Es heißt, der amerikanische Präsident habe die Kanzlerin am Ende mit einem Thema überrascht, das im vereinbarten Austausch nicht vorgesehen war. Warum sind Sie gegen einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union? soll Obama abrupt gefragt haben. Relato refero. Es fällt nicht schwer, sich die Argumente der deutschen Kanzlerin vorzustellen, mit der sie ihre Ablehnung und die der meisten Europäer begründete. Die Türkei, so mag sie entgegengehalten haben, weise noch erhebliche Defizite in Sachen Demokratie und Menschenrechte auf. Der Zypern-Disput sei nicht bereinigt. Die Türkei verhalte sich repressiv gegenüber ihren ethnischen und konfessionellen Minderheiten, für das Kurden-Problem sei trotz einiger dürftiger Zugeständnisse keine wirkliche Regelung in Sicht. Die Europäische Union sei zudem keineswegs begeistert von der Perspektive, im Fall eines türkischen Beitritts unmittelbarer Nachbar des Kaukasus, Irans sowie Mesopotamiens zu werden und unweigerlich in deren Querelen verwickelt zu sein. Es wäre taktlos gewesen, einem amerikanischen Partner gegenüber, dessen Vater unter dem britischen Kolonialismus gelitten hatte und dessen Frau die Nachfahrin westafrikanischer Sklaven ist, die kulturelle oder gar ethnische Einzigartigkeit des Abendlandes zu betonen, die es gegenüber einer massiven turanischen Zuwanderung aus Anatolien zu bewahren gelte, Selbst ein Verweis auf die Unvereinbarkeit zwischen der christlichen Ursubstanz Europas, die die Kanzlerin, obwohl sie Vorsitzende einer christlichen Partei ist, ohnehin kaum erwähnt, und der spektakulären Rückwendung der post-kemalistischen Türkei zur Lehre des Propheten Mohammed, wäre unangebracht gewesen. Barack Obama bekennt sich zwar in aller Form zum christlichen Glauben, doch die muslimische Religionszugehörigkeit seines Vaters reiht ihn laut koranischem Gesetz unwiderruflich in die Reihen der islamischen Umma ein. Nach dem Sturm der Begeisterung, den die Wahl Barack Hussein Obamas zum mächtigsten Mann der Welt in Europa mehr noch als in Amerika ausgelöst hat, kommen wir nicht umhin festzustellen, dass die Beziehungen zwischen der alten und der neuen Welt nicht mehr die gleichen sein werden. An infamen Angriffen, an tückischen Verleumdungen wird es in Zukunft nicht fehlen. Es gibt zu viele reaktionäre US-Bürger, die sich mit der Präsenz eines schwarzen Mannes im Weißen Haus nicht abfinden. Die rassistischen Vorurteile, die William Faulkner vor gar nicht so langer Zeit in der abgrundtiefen Düsternis seiner Romane aus dem tiefen Süden schilderte, sind vielerorts noch präsent. Die Dämonen warten auf ihre Entfesslung. Schon melden sich Stimmen zu Wort, die die amerikanische Staatsangehörigkeit Obamas infrage stellen und mit der Behauptung auftreten, er sei in Indonesien als Muslim aufgewachsen. Selbst in europäischen Gazetten kommt plötzlich, vermutlich als Reaktion auf die grandiose Rede, die er in Kairo hielt, der Vorwurf auf, dieser Commander in Chief gehe nicht mit der gebotenen militärischen Gewalt gegen die Islamische Republik Iran vor, er habe durch seinen Verzicht auf den Ausbau eines Raketenschirms in Polen den Westen der nuklearen Bedrohung durch Schurkenstaaten des Orients ausgeliefert und gegenüber Israel neige er einer pro-palästinensischen Haltung zu. Das Schicksal Martin Luther Kings hängt als düstere Mahnung über diesen Mann, der endgültig der Erkenntnis zum Durchbruch verhalf, dass die politische Ausrichtung der USA nicht mehr durch eine Bevölkerungsminderheit definiert wird, die sich rühmte, White Anglo-Saxon and Protestant zu sein. Welches auch immer das Schicksal des jetzigen Präsidenten sein mag, hier ist ein Deich gebrochen. Das Antlitz der Vereinigten Staaten wird zunehmend von der Masse der Latinos, der Mehrheit spanisch-indianische Mestizen, der Afro-Americans und einer wachsenden Zahl von Asiaten gestaltet werden. Die einst missachteten Katholiken bilden bereits die bei weitem stärkste christliche Konfession. Es soll nicht der Irrtum aufkommen, das vorliegende Buch beschäftige sich vorrangig mit Amerika. Auch die Probleme der Europäischen Union sind nicht das Thema. Dieser Reisebericht ist der intensiven, persönlichen Erfahrung des Autors gewidmet, dass die dominante Ära des weißen Mannes, der sich um 1900 die ganze Welt untertan gemacht hatte, ihren Endpunkt erreicht hat. Genau ein halbes Jahrtausend hat diese phänomenale Expansion und ihre zähe Behaarung gedauert. Die einseitige Vorrangstellung Europas wurde im 20. Jahrhundert durch die Vereinigten Staaten von Amerika, von de Gaulle als Tochter Europas, Fidel-Europ bezeichnet, abgelöst und amplifiziert. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges sieht sich diese transatlantische Allianz globalen Machtverschiebungen ausgesetzt, denen sie schon aus demografischen Gründen nicht gewachsen ist. Dem weißen Mann ist ja nicht nur das Monopol industrieller und militärischer Überlegenheit abhandengekommen, ihm fehlen heute vor allem das Sendungsbewusstsein, die Lust am Abenteuer, sowie die Bereitschaft zur Selbstaufopferung, auf die sich sein imperialer Anspruch gründete. Literarisch eingeleitet wurde die Epoche des europäischen Imperialismus durch die mythischen Navigatorengesänge des Portugiesen Luizuas de Camoes. Ihr Ende wurde symbolisch angedeutet in Rudyard Kiplings Legende von dem Mann, der König sein wollte und der in den Schluchten von Kafiristan, so nannte man damals die afghanische Provinz Nuristan, in einen bodenlosen Abgrund stürzte. Dieser Abgesang ist weder eine pathetische Prophezeiung noch eine nostalgische Klage. Die Zusammenstellung der sehr unterschiedlichen Kapitel habe ich dem Zufall meiner Reiseroute überlassen. In diesem Punkt fühlte ich mich den Weltumseglern der Entdeckerzeit verbunden, die in ozeanische und terrestrische Weiten vorstießen, ohne sich ihrer präzisen Zielsetzung bewusst zu sein. Die geografische Dimension dieser Saga des Niedergangs ist zwangsläufig unvollständig und müsste durch weitere Regionen ergänzt und bestätigt werden. Das Projekt steht uns ja noch bevor. Man mag mir entgegenhalten, die Angst des weißen Mannes sei ein Produkt meiner Fantasie und es lebe sich doch weiterhin recht bequem in dieser Brave New World, die sich dem Multikulturalismus und der Multiethnizität ergeben hat. Ich bin so alt, dass ich die Stunde einer akuten Bedrohung wohl nicht mehr erleben werde. Doch schon die kommende Generation wird sich mit der schmerzlichen Anpassung an eine inferiore Rolle im globalen Kräftespiel, an geschwundenes Prestige abfinden müssen und mit dem tragischen Fatum leben, das den weißen Herren von gestern das sachte Abgleiden in Resignation und Bedeutungslosigkeit bevorsteht. Der Ausdruck »White Man« ist heute ja schon verpönt und mit dem Odium des Rassendünkels behaftet. Zunächst stellt sich die Frage, wer ist überhaupt ein Weißer? So weit liegt der kollektive Wahnwitz ja nicht zurück, der sich in Alfred Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts offenbarte und zum Religionsersatz des Dritten Reiches wurde. Die Einwanderungsbehörden der USA, die über strenge ethnische Quoten wachten, hatten für die weißen Europäer den Ausdruck »Caucasians« gefunden. Ich will mich hier nicht in die verschiedenen Rassentheorien verirren, die von Gobineau, Houston, Stuart Chamberlain und manch anderen in die Welt gesetzt wurden, um schließlich mit dem ARIA-Begriff der Nationalsozialisten in grauenhafter Menschenverachtung in mörderischer Selektion zu gipfeln. Schon sehr früh gab es den Begriff »Indoeuropäer«, der in Deutschland zur Wortbildung Indogermanen führte. Eine deutlich erkennbare linguistische Verwandtschaft spannte ja tatsächlich einen Riesenbogen verwandter Idiome vom Atlantik bis zum Ganges in den Ebenen Indiens. Sogar die Völker Afghanistans, Pashtunen und Tatschiken, reiten sich in diese Kategorie ein. Bei keinem Begrüßungsgespräch, das ich in den entlegensten Ortschaften am Hindukusch führte, hatte der Dorfälteste es versäumt, auf die enge Verbundenheit zwischen Afghanen und Deutschen zu verweisen, weil sie ja beide ARIA seien. Das Wort selbst stammt wohl ursprünglich aus Persien, wo der Kulturkreis Iran sich in beinahe manichäischer Stränge von den Nomadenstämmen Turans absonderte. Der Shah-In-Shah Persiens trug bis zuletzt den Titel »Aria-Meer«, »Leuchte der ARIA«. Es konnte nicht ausbleiben, dass die rassische Mythologie, der die Nationalsozialisten huldigten, ihre Aufmerksamkeit auf den indischen Subkontinent richtete, wo seit Urzeiten das Hakenkreuz als Symbol des Glücks und der Kraft verehrt wurde und die hinduistische Kastengesellschaft in mancher Hinsicht den krausen Vorstellungen des Reichsführers SS entsprach. Im Zuge der arischen Völkerwanderungen, die vor 4000 Jahren aus den Steppen Zentralasiens über den Subkontinent hereinbrachen, hatte der Kontakt mit einer ungewohnten, tropisch wuchernden Kultur, mit exotischen, dunkelhäutigen Urbevölkerungen eine einmalige rassisch-religiöse Überlagerung bewirkt, aus der am Ende auf die Ebene des Mahabharata und des Ramayana gestützt, die noch heute gültige Sozialordnung des Hinduismus hervorgegangen ist. Alles Leugnen gewisser Schöngeister oder schwärmerischer Indien-Fans, alle Verweise auf erstaunliche Modernisierungserfolge und oberflächliche Anpassungsreflexe der Gegenwart ändern nichts an der Tatsache, dass das Kastensystem der übernatürlichen Ordnung des Dharma entsprechend die religiöse und soziologische Basisstruktur Indiens geblieben ist, aus der sich kein Hindu lösen kann. Eine raffinierte, unerbittliche Herrschaftspyramide war hier entstanden, die sich in letzter Analyse auf rassische Zugehörigkeit zurückführen ließe. Ich will hier nicht die diversen Schichten, Brahmanen oder Priester, Chatriya oder Krieger, Vahishya oder Händler als kollektive Oberschicht, dann die verachtete niedere Dienstleistungsgruppe der Schudra, etwa 50% aller Hindus oder die unberührbaren, die unglücklichen Paria oder Dalits in ihren Attributen beschreiben, zumal zumindest 3000 Unterkasten dieses verwirrende Mosaik vervollständigen. Bezeichnend ist immerhin, dass der Begriff Kaste, eine portugiesische Vokabel, die bei uns gebräuchlich ist, auf Hindi mit dem Wort Varna, das heißt Farbe, bezeichnet wird. Selbst innerhalb der genormten Gemeinschaften spielt die Hautfarbe weiterhin eine wichtige Rolle. Bei den Brahmanen zumindest ist es üblich, nach der Geburt eines Kindes die bange Frage zu stellen, Is he fair? Ist er hellhäutig? Heinrich Himmler ist in seiner völkischen Besessenheit vor keiner Lächerlichkeit zurückgeschreckt. So wurde im Jahr 1938 eine geheime NS-Expedition nach Tibet geschickt, um bei den dortigen Bergnomaden nach dem Ur-Aria zu suchen. Der Leiter dieser bizarren Mission, der bewährte Parteigenosse Ernst Schäfer, produzierte einen Dokumentarfilm »Geheimes Tibet«, der die friedliche Natur des Lamaismus ignorierte, um die Aufmerksamkeit auf ein tänzerisches Ritual zu richten, das einem Kriegsgott mit höchster Kraft, Härte und Zucht huligte. Nach seiner Rückkehr wurde Schäfer mit dem Totenkopfring der SS und dem Ehrendegen des Schwarzen Ordens ausgezeichnet. Es muss ein seltsamer Anblick gewesen sein, als die Beauftragten der Ahnenforschung, den Oberkörper gebeugt, den buddhistischen Gebetsschal in Händen, einen Tropenhelm mit SS-Runen auf dem Kopf, sich in Lhasa vorstellten. Diese wissenschaftlich getarte Farce ist in Vergessenheit geraten, und den wenigsten bleibt die Erinnerung an die kleine Truppe von Hindus in Wehrmachtsuniform und Turban, die das Wappenschild »Jai Hind«, freies Indien, auf dem Ärmel trugen und sich ideologisch auf den Nehru-Gegner »Schubas Chandra Bose« ausrichteten. Stattdessen pilgerte nach der Niederlage des Dritten Reiches eine ganz andere Kategorie deutscher Schwärmer und Mystiker an das Ufer des Ganges, um in den Ashrams betrügerischer hinduistischer Gurus Erleuchtung und Erlösung zu suchen. Selbst bei den Chinesen, die mit Verwunderung auf die europäischen Feriengäste blicken, die sich stundenlang der prallen Sonne aussetzen, um mit möglichst intensiver Urlaubsbräune die Heimreise anzutreten, scheint irgendwie die Vorstellung zu gelten »White is beautiful«. Die dortigen Schönen gehen frühestens am Abend an den Strand, um jede Verfärbung ihres Elfenbeintins zu vermeiden. Wer wird am Ende definieren können, wer zu den weißen oder zu den farbigen zählt? Im Rückblick zu erwähnen ist vor allem die absurde Apartheid-Politik, die Pägmentokratie Südafrikas, wo offizielle Ausschüsse anhand des Erscheinungsbildes einer Person darüber entschieden, ob er als »White« oder als »Colored« registriert wurde. In Quebec wiederum bin ich auf Franco-Canadier gestoßen, die während ihrer militärischen Dienstzeit, wenn sie sich auf Französisch ausdrückten, von ihren britischen Offizieren gerügt wurden. »Speak white«, »sprich wie ein Weißer«, das heißt »sprich Englisch«. In Afrika unterscheiden die französischen Geografen heute noch zwischen »Lafrique Blanche«, nördlich, und »Lafrique Noir«, südlich der Sahara. Und noch eine letzte Kuriosität. In der Vorstellung des durchschnittlichen Arabers, der seine semitischen Vettern aus der hebräischen Erbfolge Abrahams oder Ibrahims als aggressive Vorhut des amerikanischen Imperialismus schmäht und, soweit sie dem Zweig der Ashkenazim angehören, als Kreuzzügler unter dem Davidstern befedet, dürften wohl auch die Juden den Weißen zuzuordnen sein. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen im September 2009 hat Barack Hussein Obama eine bemerkenswerte Kehrtwende, eine kategorische Distanzierung von den Hegemonialallüren seines Vorgängers George W. Bush vollzogen, die in ihrer Bedeutung noch nicht ganz erkannt wurde. Dem Unilateralismus der amerikanischen Führungsmacht hat er entsagt und eingestanden, dass den Vereinigten Staaten nicht länger die Mittel zur Verfügung stünden, die Welt nach ihren Vorstellungen auszurichten. Diejenigen, die früher Amerika für seine Alleingänge gerügt haben, können nun nicht einfach nur herumstehen und darauf warten, dass die USA die Probleme der Welt allein lösen, hat er seine Verbündeten ermahnt. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann müssen wir zugeben, dass wir unserer Verantwortung nicht mehr gerecht werden. Der in Hawaii geborene, in Indonesien aufgewachsene Sohn eines afrikanischen Vaters aus Kenia und einer europäischen Mutter aus Kansas war sich vielleicht nicht ganz bewusst, dass er mit diesem Eingeständnis die Fackel weitergereicht, dass er mit dem Verzicht auf das eigene Machtmonopol, Machtmonopol, die bislang exklusive Vorrangstellung des Weißen Mannes, die spätestens 1945 den USA zugefallen war, zur Disposition stellte. Weit weniger Aufsehen und politisches Gewicht kommt einem Zwischenfall zu, der sich in der Vorbereitungsphase der Frankfurter Buchmesse des Jahres 2009 zudrug. Aber die symbolische Bedeutung ist beachtlich. Als die Messeleitung zwei chinesische Dissidenten als Kronzeugen der repressiven Literaturzensur der Volksrepublik aufrufen und sie in dieser Veranstaltung kulturellen Austausches als allein glaubhafte Repräsentanten des Reiches der Mitte darstellen wollte, entfesselte sie den Zorn des offiziellen Delegationsleiters Meiji Jaurong. Der ehemalige Botschafter in der Bundesrepublik ist ein guter persönlicher Bekannte aus alten Tagen, den ich jedes Mal konsultiere, wenn ich mich in Peking aufhalte. Er hatte sich von seiner Freundschaft für Deutschland auch nicht abbringen lassen, als die üblichen Trupps von Wichtigtouren und Betroffenen sein Botschaftsgebäude in Bonn belagerten und die tragischen Vorfälle am Platz des himmlischen Friedens nutzten, um sich selbst in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Als ich den Zornesausbruch dieses freundlichen, auf Harmonie bedachten Diplomaten auf dem Bildschirm erlebte, als Meiji Jaurong plötzlich als beleidigter Drachensohn auftrat, kam mir der Gedanke an jenen hochtrabenden Auftritt Wilhelms II. in Bremerhaven und seine törichte Hohnenrede. Die Deutschen täten gut daran, sich dieser kaiserlichen Arroganz zu entsinnen. Die Erwiderung Meiji Jaurongs zitiere ich aus dem Gedächtnis. Er sei die Unkenntnis, die Unterstellungen, die Verleumdungen deutscher Medien leid, so beschwerte er sich. So konnten sie vielleicht in früheren Zeiten mit China umspringen, so haben sie sich in der Vergangenheit aufgeführt, aber heute lassen wir uns diese Beleidigungen und Schmähungen nicht mehr gefallen. Diese Zeiten sind vorbei. Furcht kam bei dieser Erklärung nicht auf, aber die Vision europäischer Unzulänglichkeit und einer zutiefst veränderten Welt. Osttimor Dili im März 2008 Vor zwei Stunden ist die kleine brasilianische Maschine vom Typ Embraer im nordaustralischen Hafen Darwin gestartet. Die östliche Sundarinsel Timor, die unter der Tragfläche auftaucht, ist von tiefen Klüften durchzogen, von tropischem Dickicht überwuchert. Ein vorzügliches Partisanengelände. Die martialische Beurteilung entspricht nicht etwa der Zwangsvorstellung der Deformation professionell eines gealterten Kriegskorrespondenten. Diese winzige Republik Osttimor, eine Inselhälfte von den Ausmaßen Schleswig-Holsteins mit knapp einer Million Einwohnern, die erst am 20. Mai 2002 als 191. Mitglied der Vereinten Nationen anerkannt wurde, ist in den vergangenen Jahrzehnten von einer ganzen Serie grauenhafter Konflikte heimgesucht worden. Schätzungsweise ein Viertel der Bevölkerung ist dabei ums Leben gekommen. An Warnungen hat es nicht gefehlt. In diesem fernen südostasiatischen Fetzen des verflossenen portugiesischen Kolonialreiches herrsche weiterhin Mord und Totschlag, hieß es in den offiziellen Mitteilungen. Tatsächlich steht die Hauptstadt Dealey unter Ausnahmezustand. Blauhelme der UNO überwachen nächtens das Ausgangsverbot. Während das Flugzeug auf der kurzen Rollbahn zum Stehen kommt, fällt der Blick auf die grau getönten Kampfhubschrauber der australischen Streitkräfte, die unweit der schneeweißen Helikopter der Vereinten Nationen geparkt sind. Im bescheidenen Abfertigungsgebäude, das mitsamt einer komfortablen VIP-Lounge nach den Verwüstungen des Jahres 2006 in aller Eile wiederhergerichtet wurde, kommt jedoch kein Gefühl akuter Bedrohung auf. Das liegt vor allem an der Gastlichkeit des deutschen Teams der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, die in Ermangelung einer permanenten diplomatischen Vertretung der Bundesrepublik in Dealey die deutsche Interessenvertretung mit Effizienz und beruflichem Engagement wahrnimmt. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in entlegenen Krisenzonen die Betreuung durch die GTZ schätze. Dabei stellte ich stets fest, dass diese Experten des Wiederaufbaus auf möglichst großen Abstand zu den im Land operierenden Streitkräften oder Okkupationstruppen bedacht sind. Das gilt sogar für die Bundeswehr in Afghanistan. Die GTZ zieht es vor, ohne kompromittierenden Waffenschutz zu arbeiten. In Osttimor kommt dem verantwortlichen Projektleiter Günther Kohl ein weiterer Vorteil zugute. Sämtliche Mitarbeiter haben sich in den ehemaligen portugiesischen Besitzungen Afrikas oder in Brasilien aufgehalten. Sie beherrschen die singende, leicht näselnde Sprache Lusitaniens, wie die iberische Provinz des Imperium Romanum unter Augustus genannt wurde. Das Portugiesische ist auf Osttimor, neben der malayo-polynesischen Sprache Tetum, als offizielle Amtssprache etabliert worden. Während wir im klimatisierten Empfangssalon unser Erkundungsprogramm für die kommende Woche besprechen, bietet sich plötzlich ein überraschendes, irgendwie groteskes Schauspiel. Eine Ministerin der Regierung von Osttimor, die Kabinettsmitglieder sind zahlreich und wechseln ständig, ist mit einem Sonderjet eingetroffen und wallt im Vollgefühl ihrer Bedeutung an uns vorbei. Eine ganze Rotte von muskulösen Leibwächtern, das Schnellfeuergewehr im Anschlag, umringt die dunkelhäutige europäisch gekleidete Frau, als lägen die Appentäter schon bereit. Noch bevor die unerträgliche, schwüle Mittagshitze sich über die Bucht von Dili senkt, unternehmen wir eine erste Besichtigung. Dieser Verwaltungssitz war wohl niemals mit jenen prachtvollen urbanistischen Leistungen zu vergleichen, die die Portugiesen im angolanischen Luanda, im mosombinkanischen Lorenzo Marques hinterließen. Doch was wir jetzt entdecken, ist ein einziges Trümmerfeld, ein Ort totaler Verwüstung. Mit Ausnahme von ein paar ausländischen Botschaften und UN-Unterkünften, die zu Festungen ausgebaut, unter dem Schutz australischer Fallschirmjäger stehen, sind sämtliche Behausungen und Amtsgebäude einem Orkan der Vernichtung anheimgefallen. Seit der letzten Woge des kollektiven Amoklaufs im Mai 2006, als sich der schwelende Banden- und Bürgerkrieg zu einem menschlich inszenierten Tsunami steigerte, ist es, soweit das Auge reicht, eine trostlose Ansammlung von Ruinen. Die Menschen leben in armseligen Notverschlägen und können sich glücklich schätzen, wenn sie dort Schutz vor den Wassergüssen der Regenzeit finden. Noch erbärmlicher sind die Ansammlungen von Strohhütten am Stadtrand. Horden von Flüchtlingen haben hier Zuflucht gesucht, als das Töten, die Vergewaltigungen, die Plünderungen sich auch in den Dörfern des Landesinnern austubten. Die Freunde von der GTZ haben eine Skizze zur Hand, einen Stadtplan, auf dem die UN-Security die unsicheren Viertel eingezeichnet hat. Da schieben sich die schraffierten Hot-Zones und die mit roten Sternen markierten Hotspots, Punkte akuter Gefährdung durch kriminelle Gangs und unkontrollierbare Rebellen, bis an das Diplomatenviertel und die katholische Kathedrale heran, die wie durch ein Wunder der Zerstörung entging. Unversehrt blieben ebenfalls die stattlich gemauerten Gräberreihen des Friedhofs. Dort war der entfesselte Mob davor zurückgeschreckt, die Rachegeister der Toten zu wecken. Immerhin wurde der alte portugiesische Gouverneurspalast, der mit massiven weißen Mauern und einem wuchtigen Säulenportal koloniale Größe vortäuschen sollte, als Unterkunft diverser Behörden wieder restauriert. In diesem Umfeld mutet es tröstlich an, dass die hohe, schneeweiße Statue der Jungfrau Maria, der Immaculata, unangetastet blieb. Es bewegen sich wenige Menschen in den öden Straßen von Delhi. Jede gewerbliche Tätigkeit scheint erloschen. Wir suchen den Marktplatz auf, eine endlose Ansammlung ärmlicher Stände, wo erschlaffte Händler vergeblich nach Kundenausschau halten. So verfault das Überangebot prächtiger Tropenfrüchte in der Sonne. Ich verweile vor der Anhäufung halbzerfetzter Textilien Ausschuss jener mildtätigen Spenden aus Europa, die am hiesigen Bestimmungsort für ein paar Centavos verhückert werden, soweit sie nicht sogar den ausgepowerten Timoresen zu schäbig erscheinen. In Reiseführern wird die handwerkliche Begabung der eingeborenen Frauen erwähnt, die auf ihren Webstühlen nach überlieferten Mustern bunt gestreifte Thais, Schals oder Sarongs herstellen. Ich kann an diesen Produkten keinen Gefallen finden und erfahre zu meiner Verwunderung, dass sie in der Vorstellung der Einheimischen über magische, heidnische Kräfte verfügen sollen. Der katholische Klerus der Kolonialherren hat angeblich noch vor 50 Jahren öffentliche Verbrennungen des suspekten Teufels Zeugs angeordnet. Der Inquisitionsbegriff Autodafé stammt bekanntlich aus dem Portugiesischen. Die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung gibt manches Rätsel auf. Die Typen sind extrem unterschiedlich. Die Völkerkundler verweisen auf den geografischen Urzustand, als eine Landbrücke zwischen Südostasien und Australien den austronesischen Migrationen erlaubte, bis nach Tasmanien vorzudringen. Der melanesische Rasseneinschlag ist auf Timur vorherrschend und verweist bereits auf die Nachbarschaft der Papua-Stämme Neugineas. Dazu kommen starke malayische Einflüsse, obwohl die hinduistisch-buddhistische Hochkultur, die im 13. und 14. Jahrhundert an den Höfen von Java erblühte, die östlichen Sundarinseln Flores und Timur nicht erreichte. Die Portugiesen ihrerseits, die 500 Jahre lang die heutige Republik Ost-Timur dominierten, ließen sich auf diesem Außenposten in geringer Zahl nieder. Aber die lusitanischen Abenteurer, die von den rassebewussten kalvinistischen Buren der südafrikanischen Kap-Kolonie als Seekaffern geschmäht wurden, vermischten sich intensiv und ohne Vorbehalt mit den Eingeborenen und hinterließen eine zahlreiche Nachkommenschaft. In Afrika hieß es, Gott schuf den Weißen und den Schwarzen, den Mulatten schuf der Portugiese. Auf Timur könnte man das Wort Mulatte durch Mestizo ersetzen. Heute untersteht die junge Republik Ost-Timur dem de facto Protektorat der Vereinten Nationen und mehr noch dem hemmtsärmeligen Zugriff Australiens. Auf den ersten Blick fällt die militärische Präsenz der Aussies, die auf dem Höhepunkt der Unabhängigkeitswirren mit 6000 Soldaten präsent waren und heute noch über 1500 Mann verfügen, nicht sonderlich auf. Nach den jüngsten dramatischen Ereignissen, die sich drei Wochen vor meiner Ankunft in Dili abspielten, patrouillieren ihre vorzüglich ausgebildeten Kommandos nach Einbruch der Dunkelheit im Dschungel. Sie werden bei ihren Einsätzen von Hubschraubern mit Nachtsichtgeräten unterstützt. Bei Tage treten die übrigen Blauhelm-Kontingente recht zurückhaltend in Erscheinung. Diese Muskoten aus Pakistan, Bangladesch, Kenia und anderen Ländern der Dritten Welt, die von ihren Regierungen an die Weltorganisation verpachtet und von ihren Machthabern um den größten Teil ihres relativ hohen Wehrsoldes betrogen werden, zeichnen sich wie üblich durch mangelnde Einsatzbereitschaft und durch Inkompetenz aus. Die umfangreiche Aktion der UNO untersteht der Autorität eines hohen Beauftragten aus Bangladesch. Das wirkt nicht gerade ermutigend. Im westafrikanischen Sierra Leone, wo die Weltorganisation sich durch militärisches Versagen hervortat, ist das Wort Bangladesch bei den dortigen Eingeborenen zum Synonym für Chaos und Ratlosigkeit geworden. Die meisten Hilfsdienste, die unter der blauen Flagge operieren, sind in volle Deckung gegangen, als sie feststellten, dass Osttimor alles andere als eine Truppenidylle ist. Die UNO ist auch hier mit der üblichen Fahrzeugarmada extrem teurer, mit allem Komfort ausgestatteter Land Rover und Geländewagen zugegen. Die weißen Luxuskarossen – es wurden mehr als tausend gezählt – stehen ungenutzt auf streng bewachten Parkplätzen. Sollte wirklich ein UNO-Beauftragter die Kühnheit aufbringen, irgendein Projekt im Landesinnern persönlich zu inspizieren, läuft der Gefahr, dass seine Windschutzscheibe durch Steinwürfe wütender Einheimischer zerschmettert wird. Die meisten NGOs, die wie die Heuschrecken über die neu gegründete Republik hergefallen waren, haben sehr schnell den Heimflug angetreten, als sie merkten, dass auf Timor gelegentlich scharf geschossen wird. Eine dubiose deutsche Hilfsorganisation hatte sich dadurch hervorgetan, dass sie die Schulkinder mit Coca-Cola und Chips beglückte. Man hüllte sich vor Verallgemeinerung. Mir ist sehr wohl bewusst, dass eine beachtliche Zahl von internationalen Hilfswerken vorbildliche und selbstlose Arbeit leistet. Man denke nur an Caritas, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen, die Grünhelme Rupert Neudecks, an die Malteser und manche andere mehr. Doch die Masse der Non-Governmental Organisations – im afghanischen Kabul sind sie in Hundertschaften präsent – steht allzu oft im Dienste undurchsichtiger Geschäfte, des exotischen Reiserummels, einer egoistischen Selbstbestätigung und mehr noch der humanitär getarnten Spionage. Beim Anflug auf Timor war mir das knallrote Ziegeldach eines monumentalen Gebäudes aufgefallen, das aus der allgemeinen Tristesse herausragte. Aus der Nähe betrachtet erweist sich dieser extravagante Palast als das Außenministerium der Republik Osttimor, das von Bautrupps der Volksrepublik China in Rekordzeit aus dem Boden gestampft wurde und das in keinem Verhältnis zu den diplomatischen Bedürfnissen dieses Zwergstaates steht. Schon sind in unmittelbarer Nachbarschaft die rastlosen Arbeiter aus dem Reich der Mitte damit beschäftigt, die Grundmauern des Verteidigungsministeriums und einer pompösen Präsidentenresidenz zu zementieren. Deren Vollendung wird nicht lange auf sich warten lassen und den langfristig planenden Roten Mandarinen von Peking ansehen und, wer weiß, politisches Gewicht verschaffen. Die Unterkunftsmöglichkeiten auf Timor waren mir vor der Abreise in düstersten Farben geschildert worden. Ich gedachte schon bei den Geistlichen der Styler-Mission oder bei den Salesianern, um Asyl zu ersuchen. Es ist eine freudige Überraschung, als die Betreuer der GTZ uns im komfortabel renovierten Hotel Timor unterbringen, dessen klimatisierte Zimmer mit Fernsehern samt Empfang von CNN und BBC ausgestattet sind und allen hygienischen Ansprüchen genügen. In der großen Eingangshalle, wo sich riesige Ventilatoren drehen, plaudert ein gemischtrassiges Publikum überwiegend auf Portugiesisch. Es schafft eine iberisch anmutende Atmosphäre. Plötzlich fühle ich mich in eine längst verflossene Kolonial-Epoche zurückversetzt, die ich, man mag sich darüber empören, in überwiegend positiver Erinnerung behalten habe. Der Eingang des Timor wird von schwarz-uniformierten Bewaffneten kontrolliert, kräftige Gestalten mediterranen Typs, die Helm- und kugelsichere Weste tragen. An den australischen Ordnungshütern gemessen wirken sie wie Krieger eines anderen Zeitalters. Das alte Lusitanien hat ein paar hundert Angehörige der Guarda Nacional Republikana in seine ehemalige Besitzung am Ende der Welt entsandt, nicht um sinnlose postkoloniale Ansprüche anzumelden, sondern in der Hoffnung, durch bescheidene militärische Präsenz zumindest eine Spur des eigenen Kulturerbes zu retten. Mir imponieren diese resolut auftretenden Schutzengel, die, anders als die Mehrzahl ihrer eher schmächtig gewachsenen Landsleute, über die Muskulatur von Bodybuildern verfügen. Es heißt, dass sie psychologisch sehr viel besser mit den aufsässigen Timoresen zurechtkommen als die Australier, die zwar vorzüglich nach britischem Vorbild gedrillt, aber oft durch die amerikanischen Methoden der Terrorbekämpfung negativ beeinflusst sind. Während die Aussies gegen Randalierer und Plünderer sehr schnell zum Schießeisen greifen, gehen die Portugiesen mit Schlagstöcken vor und erzielen weit bessere Pazifizierungsresultate. Neben der Elite-Truppe der Guarda Nacional sind 400 portugiesische Sprachlehrer in Dili angekommen. Sie haben sich über die östliche Inselhälfte verstreut, um die Sprache des Dichters Camioche, die nur noch von 10% der Bevölkerung benutzt wird, vor der endgültigen Verdrängung durch das Englische, besser gesagt durch das Amerikanische, zu retten. Sie werden dabei von einer aktiven Embaixada unterstützt, der sich auch die brasilianische Botschaft von Dili brüderlich zugesellt. Ob die Lusitanier beim linguistischen Überlebenskampf erfolgreicher sein werden, als ihre spanischen oder französischen Leidensgenossen auf den Philippinen oder in Indochina, deren kultureller Einfluss durch das erdrückende Übergewicht des American Way of Life verdrängt wurde, bleibt dahingestellt. Den Portugiesen kommt zugute, dass ihr Landsmann Manuel Barroso als Vorsitzender der Europäischen Kommission seinen Einfluss in Brüssel zu ihren Gunsten geltend machen kann. Die obere Etage des zweistöckigen Hotels wird durch timoresische Pistoleros in Zivil und einheimische Polizisten wie ein Banktresor geschützt. In unmittelbarer Nachbarschaft meines Zimmers hat sich der Interimstaatschef Fernando de Araujo einquartiert, nachdem vor einem knappen Monat Präsident José Ramos Orta von mehreren Kugeln in den Brustkorb getroffen worden war. Das Hotel Timor mit seinen portugiesischen Bewachern gilt wohl als sicherstes Refugium für die um ihr Leben besorgten Repräsentanten des Staates. Während ich mir eine Siesta gönne, die durch den Anflug aus Neuseeland, die kurzen Zwischenstationen in Melbourne und Darwin sowie den krassen Klimawechsel angebracht erscheint, stelle ich mir die Frage, ob man ein deutsches Hörerpublikum für das Schicksal dieser fernen, exotischen Inselhälfte interessieren kann. Allen Bedenken zum Trotz werde ich zu einer gerafften Chronik ausholen. Auf dieser kleinen Sundarinsel kann man nämlich, wie in einem Mikrokosmos, ein abenteuerliches Kapitel der Menschheitsgeschichte untersuchen. Hier lässt sich auf engstem Raum ein grandioses Projekt, die maßlose Hybris und, darauf folgend, der unvermeidliche Niedergang einer europäischen Nation analysieren. An dieser Stelle vollzogen sich auf spektakuläre Weise in einem exakten Zeitraum eines halben Jahrtausends Auftakt und Erlöschung eines imperialen und romantischen Traums. Man schrieb das Jahr 1512, als der portugiesische Navigator Antonio de Abreu seinen Fuß auf den Strand von Timor setzte und den ersten Kontakt aufnahm zu einer Urbevölkerung, die sich im Zustand endloser Stammeskriege befand, als Kopfjäger berüchtigt war, mit den Schädeln ihrer erschlagenen Feinde ihre Hütten schmückte und sogar im Verdacht des Kannibalismus stand. Die portugiesische Expansion, die auf die grandiose Vision Heinrichs des Seefahrers zurückging, sollte in Timor ihre vorgeschobenste Position am Rande des Pazifischen Ozeans beziehen. Weite Küstenstreifen Afrikas hatten die Lusitania bereits unterworfen, als Vasco da Gama den Seeweg nach Indien entdeckte, während zum gleichen Zeitpunkt Christoph Kolumbus im Dienste der spanischen Krone noch in der Karibik und an der mittelamerikanischen Landenge nach dem sagenumwobenen Reich der Mogulen, der Maharajas und den unermesslichen Goldschätzen Chipangos suchte. Der Gedanke an diese heroische Vergangenheit, die man dem kleinen Küstenvolk Iberiens gar nicht zugetraut hätte, mag wohl auch die heutige Regierung von Lissabon bewogen haben, durch die Entsendung von Gendarmen und Lehrern an dieser Städte verlorener Größe noch einmal kurzfristig Flagge zu zeigen. Die portugiesischen Entdecker hatten es im 16. Jahrhundert fertiggebracht, mit einem lächerlich kleinen Aufgebot von Menschen und Karavellen, die faktische Oberhoheit über den ganzen indischen Ozean an sich zu reißen. Der Herzog von Albuquerque, der seinen Gouverneurssitz im indischen Goa ausbaute, hielt die verhassten arabischen Muselmanen in Schach, die kurz zuvor aus seiner Heimat am Tejo auf ihre magribinische Ausgangsbasis zurückgeworfen worden waren. Gewaltige portugiesische Festungen überragen heute noch den Hafen von Mombasa und die Straße von Hormuz am Ausgang des Persischen Golfs, die neuerdings im Zeichen der iranisch-arabischen Konfrontation wieder eminente strategische Bedeutung gewonnen hat. Weit in den Rücken ihrer Gegner, bis auf die Insel Bachrhein, hatten die Lusitania ihre Bollwerke vorgeschoben, bemächtigten sich Cylons und der Halbinsel von Malacca. Sie waren die ersten Europäer, die sich vom chinesischen Kaiser einen festen Anlegeplatz konzidieren ließen und den kleinen Fischerhafen Macao zur Drehscheibe ihres fernöstlichen Handelsmonopols ausbauten. Von Makao aus stellten sie regelmäßige Kontakte zum abgekapselten Inselreich Chipango her, das wir heute Japan nennen. Die Seefahrer und Freibeuter bahnten sich eine Route bis in die fernsten Ausläufer von Insulinde. In Ermangelung der ungeheuren Gold- und Silberschätze, die ihre spanischen Rivalen den Azteken und Inkas von Mexiko und Peru entrissen, verlegten sich die Portugiesen auf den Handel mit den vielfältigen kostbaren Gewürzen Südostasiens. Diese warfen im damaligen Abendland immense Gewinne ab, wurden durch die schwerreichen Kaufleute von Amsterdam Pfeffersäcke genannt. In der atlantischen Hemisphäre kam der portugiesische Navigator Pedro Cabral mit der Entdeckung und ersten Landnahme in Brasilien den spanischen Konkurrenten zuvor. Die Niederlassungen Portugals im Raum von Recife sollten gewaltige Konsequenzen nach sich ziehen. Denn während das Mutterland seine Bedeutung einbüßte und auch den Status eines Kleinstaates an der europäischen Peripherie schrumpfte, entfaltet sich in unseren Tagen das immense Territorium Brasiliens zur amerikanischen Großmacht, die dank ihres wirtschaftlichen, morgen wohl auch politischen Potenzials das lusitanische Erbe an die Nachwelt weiterreicht. Brasilien hat die Vasallenrolle, die Washington den lateinischen Staaten Mittel- und Südamerikas im Sinne der Monroe-Doktrin so lange zugewiesen hatte, längst abgeschüttelt. Auf seltsame Weise wirkt hier der Schiedsspruch des Borgia-Papstes Alexander VI. nach, der um das Jahr 1500 die Neuentdeckungen auf dem gesamten Erdball, zu einer Hälfte den Spaniern, zur anderen den Portugiesen zugesprochen hatte. Die Grausamkeit und die Habgier, mit denen die Besetzergreifung der iberischen Konquistadoren und auch ihre christliche Missionierung einhergingen, soll nicht beschönigt werden. Die späteren, überwiegend angelsächsischen Eroberer, denken wir nur an die Ausrottung der Indianer Nordamerikas, standen dem Wüten eines Cortés, der Herrschsucht eines Albuquerque, der Goldgier eines Pizarro übrigens in keiner Weise nach. Um mich in die begeisterte Aufbruchstimmung von damals zu versetzen, um das Bewusstsein eines zivilisatorischen, ja göttlichen Auftrags zur Unterwerfung und Bekehrung der Heiden nachzuempfinden, hatte ich noch vor der Abreise aus Europa das umfangreiche Epos des größten portugiesischen Dichters Luís de Camuioche zur Hand genommen. Eine leichte Lektüre ist das nicht. Aus dem Balladenband Oshlosiados spricht ein ganz anderer Zeitgeist. Dabei muss man wissen, dass dieser abenteuernde Poet, nachdem er im Kampf gegen die Marokkaner ein Auge verloren hatte, 16 Jahre zur See gefahren war, auf den Spuren des portugiesischen Nationalhelden Vasco da Gama, den er verherrlichte. Der französische Aufklärer Voltaire hat sich über diesen Poet Aventurier mockiert, der die Götter des Olymp oder die lästerliche Venus in einem Atemzug mit der jungfräulichen Gottesmutter Maria erwähnte. Der deutsche Übersetzer Friedrich Schlegel hingegen sah in den Lusiaden einen Ansporn für die Aufbruchstimmung, die die deutsche Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts ergriff, ein aufrüttelndes Vorbild der von ihm ersehnten Erweckung Germaniens. Alexander von Humboldt wiederum fand für den schreibenden Navigator Kameosch den Ausdruck Seemaler. Die Insel Timur wird im Canto Decimo kurz erwähnt. Auch Timur dort, wo man das Holz gewinnt, des Sandelbaums, das duftend heilsam wirkt, das weite Sunderschau. Kurz nach der Landung Antonio de Abrius auf der Insel Timur vollbrachte sein Landsmann Fernau de Magalais, der unter dem Namen Ferdinand de Magellan in die Dienste der zahlungskräftigeren spanischen Monarchie getreten war, die erste Weltumsegelung. Die ersten Portugiesen verhandelten auf Timur mit sogenannten Königen, denen sie Gewürze und Sandelholz abkauften, ohne jemals die Küstenebene zu verlassen. Es waren primitive Stammeshäuptlinge, deren Gefolgschaft sich in sinnlosen Fäden erschöpfte. Ein halbes Jahrhundert nach der ersten Erkundung durch Antonio de Abrius drang die lusitanische Präsenz ins Innere von Timur vor. Die Mönche des heiligen Dominikus gründeten ihre Missionen und bemühten sich, die melanesischen Heiden zum Glauben der römischen Kirche zu bekehren. Sie hatten gute Gründe dafür. Die Oberhoheit der Lusitania über Ceylon, Malacca und den Molukken-Archipel wurde nämlich ganz unerwartet durch die Ankunft anderer Europäer erschüttert und in Frage gestellt. Holländische Handelsschiffe, der ostindische Kompanie, tauchten mit überlegener Schiffsartillerie am Horizont auf. Kaum hatten die Niederländer die spanische Unterjochung durch den Herzog von Alba in ihrer Heimat abgeschüttelt, holten ihre Kaufleute und Seefahrer zu einer kolonialen und merkantilen Expansion sondergleichen aus, die man von diesen Krämern gar nicht erwartet hatte. Binnen eines Jahrhunderts gelang es dem Volk der Goysen, Bettler, wie die Kastilianer sie verächtlich nannten, die Portugiesen auf ein paar Außenposten abzudrängen, darunter die östliche Sundarinsel Timor, auf der die ersten holländischen Kaufleute schon im Jahr des Herrn 1568 an Land gingen. Es gehört zu den absurdesten Kapiteln der europäischen Kolonialgeschichte, dass Portugiesen und Niederländer sich 300 Jahre lang um den Besitz von ein paar entlegenen und an Java oder Ceylon gemessen dürftigen Eilanden bekriegen sollten. Louis de Camilloche hatte zusätzlichen Grund, das Vordringen dieser Usurpatoren des Hauses Oranien zu verfluchen. Holland, damals noch nominell Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, hatte dem Katholizismus der Spanier radikal den Rücken gekehrt. Der protestantische Kalvinismus, in den Augen der Portugiesen die schlimmste Form der Ketzerei, wurde offizielle Staatsreligion dieses jungen Staatsgebildes. Der greise Camilloche, der von einer kümmerlichen Rente seines Königs ein trauriges Dasein fristete, wurde noch verzweifelter Zeuge des Niedergangs seines Vaterlandes. Es klingt seltsam modern, wenn er am Ende die Habgier und Verderbtheit seiner Landsleute, die der Sucht nach Ruhm und Reichtum erlegen waren, für das Scheitern des portugiesischen Imperiums verantwortlich macht. Er schließt sich damit der Verdammung der Avaritia an, der wütenden Kritik an der Habsucht, an der zunehmenden gesellschaftlichen Ausrichtung auf Profit und Geldwirtschaft, die seiner christlichen Grundhaltung zutiefst widersprach und von zahlreichen Moralisten und Literaten seiner Epoche geteilt wurde. Schon damals gab es ideologische Gegner eines weltumspannenden Glücksrittertums, das uns seltsam vertraut vorkommt. Die Tragödie des Dichters Camioche gipfelt in der Annexion Portugals durch den spanischen König Philipp II., die im Jahr 1580, im Jahr seines Todes, stattfand und fast ein Jahrhundert andauern sollte. Im Rückblick erscheint der endlos schwelende Konflikt zwischen Portugiesen und Holländern, letztere hatten vorübergehend, aber ohne bleibenden Erfolg, auch in Nordost-Brasilien fußgefasst, als historischer Aberwitz, als extravagantes Vorgeplänkel jener europäischen Selbstzerfleischung, an deren Ende die düstere Vorahnung des Untergangs des Abendlandes steht. Die merkantile Hartnäckigkeit der ostindischen Handelsgesellschaft, die 1799 der staatlichen Autorität der niederländischen Regierung unterstellt wurde, hat es dem Haus Oranien immerhin erlaubt, eine riesige koloniale Domäne zwischen der Nordspitze Sumatras und der Westhälfte Neugineas extrem gewinnbringend auszubeuten, während Portugal, das sich in Asien lediglich in winzigen Dependancen behauptete, sich bis 1974 ohne großen Profit an seine weitflächigen afrikanischen Besitzungen klammerte. Das Beispiel dieser europäischen Kleinstaaten, in deren Unterbewusstsein die Erinnerung imperialen Prestiges nicht erloschen ist, illustriert die profunden psychologischen Vorbehalte, die sich der heute angestrebten Einigung des Kontinents entgegenstemmen. Nicht nur Holland und Portugal hatten sich vorübergehend als Großmächte gebärdet, neben Briten, Spaniern, Franzosen und Deutschen, die unter Berufung auf die zivilisatorische Mission der Europäer die Bürde des weißen Mannes schulterten und dem Rausch schrankenloser Dominanz erlagen, könnten ja auch die Polen darauf pochen, dass sie auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte Moskau besetzt und einen Pseudo-Zaren von Krakhaus Gnaden im Kreml installierten. Vor den schwedischen Heeren Gustav Adolfs und mehr noch Karls des Zwölften zitterten die Fürstenhäuser des Kontinents, sogar das Großherzogtum Litauen erstreckte sich zeitweise vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer. Die Dogenrepublik Venedig konnte sich bis zur Entdeckung Amerikas als unentbehrliche See- und Handelsmacht des Mittelmeers aufführen und die gefürchteten Kriegshaufen der Schweizer Reisläufer entschieden auf den Schlachtfeldern Norditaliens, Burguns und Lothringens über den Bestand der rivalisierenden Dynastien des Abendlandes. In der Nachfolge Kaiser Karls V., über dessen Reich die Sonne nie unterging, verstieg sich das Haus Habsburg zu der Devise A-E-I-O-U. Austria est imperare orbi universo. Alles Erdreich ist Österreich untertan. A-Tauro im März 2008 An Bord der Fähre Nachroma versuche ich vergeblich, mich in die kühne Laune der lusitanischen Weltentdecker zu versetzen. Wir unternehmen ja nur einen kurzen, risikolosen Ausflug und die Nachroma ist ein modernes, komfortables Schiff. Unser Ziel ist das Eiland A-Tauro, das Osttimor in 30 Kilometer Distanz nördlich vorgelagert ist. Die Überfahrt dauert knapp zweieinhalb Stunden. Wir gleiten über die spiegelglatte, tiefblaue Wasserfläche der Veta-Streit. Nur ein Rudel Delfine bietet Abwechslung. Wichtiger als die wöchentliche Verbindung Dylis mit A-Tauro ist der regelmäßige Pendelverkehr der Fähre mit der Exklave Oikusi, die sich in der Westhälfte Timors befindet und ringsum von indonesischem Staatsgebiet umschlossen ist. Der Landzugang ist durch miserable Straßen und Zollschikanen erschwert. Diese widersinnige Grenzziehung geht auf einen Vertrag aus dem Jahr 1859 zurück, der dem grotesken Territorialstreit zwischen Lissabon und Den Haag ein Ende setzte. Auf die Beibehaltung der winzigen Außenposition Oikusi hatte Portugal besonderen Wert gelegt, weil dort die Dominikaner ihre erste Niederlassung ausgebaut hatten. Die Veta-Streit liegt harmlos und träge unter der brütenden Mittagssonne. Diese nördlichen Gewässer Timors, die aufgrund ihrer steil abfallenden, ungewöhnlichen Tiefe strategische Bedeutung für die diskrete Passage von Atom-U-Booten der US-Navy aus dem Pazifik in den Indischen Ozean besitzen sollen, werden von den Einheimischen das weibliche Meer genannt, während die rauen Fluten der Timorsee, die im Süden mit schäumender Brandung gegen die Ufer schlagen, als männliches Meer gelten. Über die emanzipatorische Frage, ob diese auf den Ozean übertragene Unterscheidung zwischen maskulinem Ungestüm und femininer Sanftmut heutzutage noch Sinn macht, haben sich die Timoresen gewiss keine Gedanken gemacht. Die hochfliegenden Erwartungen, mit denen die iberischen Karavellen einst auf die geheimnisvollen Gestade in Solindes zusegelten, dürften auf Attauro bitter enttäuscht worden sein. Schon ab 1520 wurde das Eiland als eine Art Teufelsinsel für die Verbannung von Sträflingen genutzt. Die Indonesier, die mehrere Jahrhunderte später Ost-Timo okkupierten, haben es den Portugiesen gleichgetan. An der Anlegestelle der Fähre tummelt sich ein recht kümmerlicher Haufen von Passagieren und Trödlern. In einem bequemen Toyota fahren wir durch dichtes Gestrüpp. 8000 Einwohner sind auf unansehnliche Dörfer im Busch verteilt. Der Buchtitel Triest Tropic hätte für diesen exotischen Landstrich erfunden werden können. Bemerkenswert ist hier allenfalls, dass eine größere Anzahl der Einheimischen im Gegensatz zur Hauptinsel Timor, die fast ausschließlich katholisch ist, zum kalvinistischen Christentum bekehrt wurde, was wohl nicht zur Erheiterung der Gemüter beitrug. Heidnische Bräuche sind weiterhin verbreitet. Unsere enttäuschende Rundfahrt endet mit einem Imbiss in der Eko-Lodge am Strand von Vila. Das Wort Eko steht auch hier für Ökologie und soll den seltenen Touristen und Sonderlingen, die sich hierher verirren, Naturnähe und Ursprünglichkeit vortäuschen. Die einzigen Ausländer, die gemeinsam mit uns in Attauro an Land gingen, hagere, verhärmt wirkende Australierinnen, werden in einer erbärmlichen Pfahlhütte untergebracht und sind auf eine einzige gemeinsame Duschanlage sowie einen stinkenden Abtritt angewiesen. Mühsam ziehen zwei grauhaarige, missmutige Frauen ihre Koffer durch den Sand und keiner der träge, kauernden Hotelbediensteten käme auf den Gedanken, diesen Alternativ-Touristen behilflich zu sein. Eine bescheidene historische Bedeutung hat Attauro im August 1975 gewonnen, als die Nelkenrevolution der portugiesischen Militärs vom Vorjahr auch in Osttimor radikalen politischen Wandel und kolonialen Verzicht entzwang. Der letzte lusitanische Gouverneur flüchtete aus Dili, wo die ersten Gefechte der Unabhängigkeit aufflackerten, mit seinem Gefolge auf diese ehemalige Sträflingsinsel und schiffte sich wenig später auf der Corvette Alfonso Carcaira in Richtung Heimat ein. Es war der unrühmliche Abschluss einer glorreichen Historie. Auf der Rückfahrt verschwimmt die platte, weibliche See in einem grauen Trauerflur. Das Trümmerfeld der Hauptstadt taucht als düsterer Schatten auf, aus dem das knallrote Ziegeldach des Außenministeriums wie ein Fanal herausleuchtet. Die Ausgangssperre wurde vor ein paar Tagen um zwei Stunden verkürzt. Im Hotel Timor haben sich die überwiegend portugiesischen Gäste in munter plaudernden Gruppen zusammengetan. Es wird australischer Rotwein und Vigno Verde getrunken. Wären nicht die freundlichen, dunkelhäutigen Bediensteten, man könnte sich am Tejo wähnen. Plötzlich verstummt das Stimmengewirr. Ein gewichtiger Mestize ist die Treppe heruntergekommen. Er nimmt in der äußersten Ecke der Lounge Platz und lässt sich ein Bier servieren. Das ist der Parlamentspräsident, der in Abwesenheit des schwer verwundeten Stadtschefs Ramosch Orta das höchste Amt der Republik verwaltet, flüstert mir ein Nachbar zu. Die Wichtigkeit dieses autoritätsbewussten Mannes wird durch die Präsenz von zehn schwer bewaffneten Leibwächtern betont, die nur zur Hälfte uniformiert sind. Über Dili hat sich die Nacht gesenkt und die australischen Paratroopers nehmen ihre Dschungelpatrouillen vor. Wie erklärt es sich, dass Lissabon mehr als eine Generation nach dem kolonialen Generalverzicht dem entlegensten Fetzen seines ehemaligen Imperiums heute plötzlich eine solche Aufmerksamkeit zuwendet und in Osttimor auch mit militärischem Ausbildungspersonal Präsenz demonstriert? Fast ein halbes Jahrtausend lang war Osttimor von den Lusitaniern sehr stiefmütterlich behandelt worden. Ähnlich wie ihre holländischen Erbfeinde waren die Portugiesen in Insolinde auf eine geringe Zahl von Seeleuten, Abenteurern und Klerikern angewiesen. Sie versuchten ihren Einfluss, der sich auf ein paar Küstenflecken beschränkte, durch Bündnisse mit den eingeborenen Häuptlingen zu konsolidieren, die man in den Chroniken des 16. Jahrhunderts großspurig als Reich, als Könige bezeichnete. Erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts raffte sich ein Gouverneur namens Fernandes auf, ins Innere von Timor vorzurücken, um sich Autorität bei den in finsterer Rückständigkeit lebenden Stämmen und ihren argwöhnischen Anführern, den Liurai, zu verschaffen. Dabei stützte er sich, in Ermangelung nennenswerter militärischer Verbände aus dem Mutterland, auf eine abenteuerliche Söldnertruppe, die Topassisch. Es handelte sich dabei um portugiesisch sprechende katholische Mästizen, die anfangs auf der benachbarten Insel Flores rekrutiert, im Laufe der Zeit jedoch durch ein buntes Völkergemisch aus den ehemaligen portugiesischen Besitzungen in Indien verstärkt wurde. Dazu gesellten sich befreite Sklaven aus den Plantagen Ceylons, von den Molukken und sogar aus dem fernen afrikanischen Mozambik. Die Topassisch wurden von den Niederländern schwarze Portugiesen genannt. Diese mit Musketen bewaffneten Horden erwiesen sich den einheimischen timoresischen Kopfjägern weit überlegen, verjagten oder töteten deren Häuptlinge und erwarfen die wichtigsten Stämme der Tetum und der Davan. Ihre Kapitalisch hielten auf Timor zwar die von Westen vordringenden Holländer der ostindische Kompanie in Schach, richteten ihre Waffen jedoch gelegentlich auf die eigenen portugiesischen Offiziere und Beamten und revoltierten offen gegen den in Goa residierenden Vizekönig. Dem Barden Luís de Camões blieb es erspart, die Schmach des von ihm so blühend gefeierten Vaterlandes mitzuerleben. Nach der Rückgewinnung der eigenen Souveränität und der Loslösung von der spanischen Krone wurde Portugal zum Spielball der Mächte und erstarrte in Lethargie. Wenn die Eigenstaatlichkeit und ein immer noch beachtlicher Überseebesitz erhalten blieben, so war das der engen Anlehnung Lissabons an Großbritannien zu verdanken. Die napoleonische Eroberung der iberischen Halbinsel sollte die Abspaltung Brasiliens zur Folge haben, das sich ab 1822 zunächst als unabhängiges Kaiserreich konstituierte. Die riesigen afrikanischen Territorien von Angola und Mozambik zumal waren einer solchen Vernachlässigung und Misswirtschaft anheimgefallen, dass vor dem Ersten Weltkrieg Briten und Deutsche vorübergehend über deren Aufteilung verhandelten. Wer kümmerte sich da schon um den kümmerlichen Außenposten Osttimor, wo die eingewanderten Chinesen zahlreicher waren als die Portugiesen und der Handel mit Sandelholz seine wirtschaftliche Bedeutung verloren hatte. Im Jahr 1915 wurde zwar ein letzter verzweifelter Aufstand der Eingeborenen grausam niedergeschlagen, aber auch die Einführung der Zwangsarbeit auf den Plantagen brachte keinen nennenswerten Gewinn. Außerhalb der dahindämmernden Hauptstadt Dili war in Osttimor nicht ein einziger Kilometer Asphaltstraße gebaut worden. Das Erwachen war fürchterlich. Mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 setzte im ostasiatisch-pazifischen Raum eine sensationelle Zeitenwende ein. Der ferne Osten hatte auf mich als Kind schon eine seltsame Anziehungskraft ausgeübt. So hatte nicht nur die stark romantisierte Legende des baltischen Barons Unger Sternberg die Welt der mongolischen Götter und Dämonen meine junge Fantasie beflügelt. Ich entwarf in meinen frühen Gymnasialjahren Landkarten von dem erobernden Vordringen der Armeen des Tenno in Richtung Peking, Shanghai und Kanton. Den Kriegsausbruch zwischen den Vereinigten Staaten und Japan verfolgte ich mit intensiver Spannung und ahnte nicht, dass ich wenige Jahre später als aktiver Zeitzeuge in die Wirrnässe des fernen Ostens einbezogen werden würde. Als die Sturmtruppen des Tenno auch auf Neuginea landeten und über den Kukadat Trail in die unmittelbare Nachbarschaft Australiens vorstießen, hatten die Stäbe des Empire, wie ich später erfuhr, für den Extremfall den strategischen Rückzug auf eine Verteidigungslinie geplant, die von Brisbane bis Adelaide gereicht und die endlosen Wüstenflächen des fünften Kontinents dem Feind überlassen hätte. Schon im Februar 1942 bemächtigten sich die Japaner der Insel Timur. Sie stießen dort weniger auf den Widerstand der Holländer als auf den perfekt geführten Partisanenkrieg einer kleinen Truppe australischer Dschungelkämpfer, der sogenannten Sparrow Force. Gegen eine Übermacht von 20.000 Gegnern haben sich die Aussis bis 1943 in einer vorbildlichen Guerilla behauptet. Obwohl Portugal im Zweiten Weltkrieg seine Neutralität proklamiert hatte, wurde die Kolonie Timor-Leste beinahe zwangsläufig in die Gefechte einbezogen. Anstatt die Japaner als asiatische Brüder und Befreier zu begrüßen, machte die Mehrheit der kriegerischen Eingeborenenstämme gemeinsame Sache mit den Australiern. Auch sie wurden Opfer der brutalen Besatzungsmethoden des Aggressors. Etwa 50.000 Timoresen fanden bei den Partisanenkämpfen und der sie begleitenden unerbittlichen Repression den Tod. Nach der Kapitulation des General Toyo im August 1945 auf dem US-Schlachtschiff Missouri und dem Zusammenbruch der japanischen Träume von einer groß ostasiatischen Wohlstandssphäre glaubten die europäischen Kontinentalstaaten Frankreich und Niederlande, ihre vorübergehend an Japan verlorengegangenen Besitzungen in Fernost wieder an sich reißen zu können. Ohne Sinn für die neue geopolitische Wirklichkeit setzten sie zur anachronistischen Rückeroberung Indochinas und Indonesiens an. Vom Deck des französischen Truppentransporters, der Ende 1945 Kurs auf Saigon nahm, sichteten wir im Roten Meer auch eilig angeheuerte Frachtschiffe voller holländischer Soldaten, die unter der Flagge des Hauses Oranien den javanischen Hafen Batavia ansteuerten. Ähnlich wie im Süden Vietnams, ein relativ kleines britisches Kontingent unter General Gracie die dort stationierten Japaner entwaffnete, nahmen australische Truppen auf Timur die Kapitulation der dortigen Krieger des Tenno entgegen. Das französische Co-Expeditionnaire d'Extremorion tauchte kurz darauf mit seinem ersten Fallschirmkommando, das ursprünglich, falls der Krieg gegen Tokio angedauert hätte, über Singapur hätte abspringen sollen, an der Mekong-Mündung auf. Wenig später stießen auch die niederländischen Vorhuten im Umkreis von Batavia, das heute Jakarta heißt, auf den hartnäckigen Widerstand der Unabhängigkeitsbewegung Indonesiens. Diese falsch konzipierten Unternehmungen waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Doch der französische Anspruch auf Vietnam, Laos und Kambodscha erlosch erst im Jahr 1954 nach dem Desaster von Dien Bien Phu. Die Regierung von Den Haag musste schon im Jahr 1949 einsehen, dass die neuen dynamischen Kräfte der asiatischen Revolution durch die Epigonen europäischer Machtvorstellungen nicht mehr einzudämmen waren. Die Rolle, die Ho Chi Minh in Tongking spielte, wurde auf Java unter ganz anderen ideologischen Vorzeichen von dem Nationalisten Ahmed Sukarno eingenommen, dem die Japaner zur Zeit ihrer Okkupation eine begrenzte Souveränität zugestanden hatten. Portugiesisch Osttimor wurde nach kurzer australischer Truppenpräsenz schlicht und einfach an Lissabon zurückgegeben. Die in ganz Südostasien um sich greifenden Aufstände gegen die ermatteten Kolonialmächte fanden auf den kleinen Sundarinseln nur geringes Echo. Osttimor hatte unter dem Pazifikkrieg fürchterlich gelitten und die einheimische Landbevölkerung war vorrangig damit beschäftigt, durch Brandrodungen, Landern genannt, neue Felder anzulegen und dank der kargen Maisernte zu überleben. Das autoritäre Regime Lissabons, das im Jahr 1926 durch einen Staatsstreich die Macht am Tejo übernommen hatte, die Diktatur des Universitätsprofessors Oliveira de Salazar, hatte sich zwar in kluger Voraussicht aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten, das eigene Land wurde jedoch mit eisernem Griff regiert. Das oberste Streben des klerikalen, schweigsamen Stadtschefs war darauf gerichtet, die Finanzen in Ordnung und die Opposition in Schach zu halten. Portugal hatte von seiner großen Vergangenheit von der glorreichen Vision Heinrich des Seefahrers längst Abschied genommen. Was nun das beachtliche Kolonialreich betraf, dass Portugal wieder alle Erwartungen intakt über den Zweiten Weltkrieg hinweg gerettet hatte, so machte sich Salazar offenbar die Devise seiner Erbfeinde vom Hause Oranien zu eigen. Je maintiendrai. Im Gegensatz zu den vom Krieg gegen Hitler und den Tenno gebeutelten Engländern, Franzosen und Belgiern, die von quälenden Zweifeln und schlechtem Gewissen geplagt wurden, wenn in den eigenen Parlamenten und Gazetten von der Gleichheit aller Menschen, dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, der Legitimität des farbigen Nationalismus die Rede war, blieb für den Estado Novo die Kolonialherrschaft eine Art Gottesgnadentum. Die überseeschen Besitzungen wurden kurzerhand in Provinzen umgetauft. Zugang zu Schul- oder Universitätsbildung war bestenfalls den Mulatten und Mästizen vorbehalten. Die Zahl der schwarzen oder melanesischen Assimilados, die über volle Bürgerrechte verfügten, war auf ein Minimum beschränkt. Die Masse der Eingeborenen wurde auf Abstand zur abendländischen Zivilisation und sogar zum Christentum gehalten. Sie verharrten in den Strohhüttendörfern oder den städtischen Slums in Armut und Ignoranz. Ein halbes Jahrtausend nach Vasco da Gama und Albuquerque, so befahl der störrische Professor aus Guimbra, sei Lusitanien keineswegs kolonialmüde. Selbst die Gegner Salazars standen in diesem Punkt beinahe geschlossen hinter dessen Afrikapolitik. Areia Branca im März 2008 Mit einiger Fantasie könnte man sich am weißen Sandufer von Areia Branca einbilden, eine Miniatur der Copacabana zu entdecken. Dazu tragen die portugiesischen Rufe und Wortfetzen bei, die von den im Meer planschenden Menschen herüberklingen. Zwar hält man vergeblich nach den Prunkbauten und den modernen Monsterfassaden der brasilianischen Metropole Ausschau, aber die Elendsviertel von Dili, die durch eine gnädige Küstenkrümmung verdeckt sind, lassen sich durchaus mit den dortigen Favelas vergleichen. In Ermangelung des berühmten Zuckerhuts versperrt das Kap Fatu Kuma den östlichen Horizont und auf dessen höchstem Felsen erhebt sich tatsächlich wie in Rio eine gigantische Christusstatue. Der Heiland streckt auch hier seine segnenden Arme aus und scheint vergeblich bemüht, Gewalt und Elend von den geplagten Menschen aus Timos fernzuhalten. Wir sind aus einem besonderen Anlass in diesem erbärmlichen Strandrestaurant von Arriabranca zusammengekommen. Der Holzschuppen mit klappriger Veranda wird durch Stacheldraht locker abgesichert. Hier feiere ich meinen 84. Geburtstag. Ich halte nicht viel von dem Happy Birthday-gequake, aber meinen Gönnern von der GTZ bin ich ohnehin eine Fete schuldig. Um das Treffen zu politischem und informativen Austausch zu nutzen, haben sie ein paar Politiker und ehemalige Minister der Republik Osttimor hinzugeladen. Sehr schnell kommt ein munteres, mediterran anmutendes Gespräch in Gang. Trotz der schwülen Hitze, die am Körper klebt, stellt sich euphorische, ausgelassene Stimmung ein. Der reichliche Alkoholgenuss trägt dazu bei, aber auch das grandiose Schauspiel des tropischen Sonnenuntergangs. Unter den timoresischen Gästen befinden sich ein ehemaliger Innenminister und ein Entwicklungsminister, der vor kurzem sein Amt quittierte. Den Vereinten Nationen, inspiriert durch amerikanisch-australische Menschheitsbeglücker, war für das Nation Building, dem sie sich auch in Osttimor verpflichtet fühlten, nichts Besseres eingefallen, als die Einführung der parlamentarischen Demokratie und eines Mehrparteiensystems, das schnurstracks auf bürgerkriegsähnliche Zustände zusteuerte. Von der Illusion des Nation Buildings zum Failed State, das hätte man spätestens seit Bagdad und Kabul wissen müssen, ist es ja nur ein Schritt. Unsere freimütige Plauderei wendet sich zwangsläufig den blutigen Ereignissen zu, die sich einen knappen Monat zuvor, am 11. Februar 2008, in den obersten Sphären des Staates abspielten. Die Folgen dieses absurden, äquatorialen Politthrillers sind zur Stunde unkalkulierbar. Die ausländischen Nachrichtendienste, die die Instabilität an diesem strategischen Schnittpunkt aufmerksam beobachten, soweit sie an deren chaotischen Auswüchsen nicht aktiv beteiligt sind, suchen krampfhaft nach plausiblen Erklärungen. Wie konnte es passieren, dass das Staatsoberhaupt von Osttimor, José Ramos Orta, beim morgendlichen Jogging am nahen Strand seiner Residenz von ein paar Killern überfallen und durch mehrere Kugeln schwer, wie die Angreifer wohl glaubten, tödlich verletzt wurde? Wie lässt sich erklären, dass seine Leibwächter von der UNO eine halbe Stunde brauchten, um ihrem prominenten Schützling zu Hilfe zu kommen? Sogar der Zugang zum Grundstück des Staatschefs war auf Weisung irgendeiner internationalen Behörde für jede Form von Beistand abgeriegelt worden. Noch seltsamer mutet eine andere Alarmmeldung an, wonach der amtierende Ministerpräsident Xanana Guzmau nur eine knappe Stunde nach dem Anschlag auf Ramos Orta ebenfalls in einen Hinterhalt geriet. Sein Wagen wurde von Kugeln durchsiebt, aber weder der Regierungschef noch seine Bodyguards erlitten die geringste Verletzung. Der Verdacht, es habe sich um ein fingiertes, von den Betroffenen selbst inszeniertes Attentat gehandelt, drängt sich zwingend auf. Xanana Guzmau hatte im Dschungelkampf gegen die Indonesier große Popularität gewonnen. Er distanzierte sich gern von jenen Politikern, die ihre Befreiungskampagne aus dem sicheren Ausland-Exil geführt hatten. Nach seiner Gefangennahme im Jahr 1991 blieb sein Prestige intakt. Erst nach seiner wunderbaren Errettung am 11. Februar 2008, als er den Anstifter dieses angeblichen Staatsstreichs allzu schnell benannte, kamen Zweifel an seiner Integrität und sogar an seinen Meriten im Kampf gegen Jakarta auf. Der Schuldige, so ließ Guzmau verbreiten, sei ein chaotisch veranlagter Freischärler-Kommandant namens Alfredo Alves Reynado, der sich im Frühjahr 2006 an die Spitze einer Revolte ehemaliger Mitstreiter des Unabhängigkeitskampfes gestellt hatte. Diese Veteranen der Liberation, deren Interessen Reynado vertrat, waren von der Übernahme in die neu aufgestellten Streitkräfte der Republik ausgeschlossen worden. Ohne Vergütung, ohne Rente und unter skandalöser Missachtung ihrer Verdienste wurden sie mittellos in ihre Dörfer zurückgeschickt. Die Petitionistas, wie sie sich nannten, fühlten sich um ihren Sieg und ihren Opfermut betrogen. Ihr Wutausbruch war fürchterlich. Im Mai 2006 kam es in Dili und den umliegenden Ortschaften zu einer Orgie sinnloser Gewalt. Die wenigen Gebäude des jungen Inselstaates, die der Verwüstung durch die pro-indonesischen Milizen nach dem Unabhängigkeitsreferendum von 1999 entgangen waren, fielen nunmehr der kompletten Zerstörung anheim. Die grausamen Instinkte der Kopfjäger schienen wieder aufzuleben. Unzählige Zivilisten flüchteten in den Busch. Der Rebell Reynado, der bei seinen Stammesbrüdern vor allem im westlichen Teil von Osttimo mindestens ebenso populär war wie Xanana Guzmao, zog sich vor dem Zugriff anrückender UNO-Truppen in die ihm vertrauten Gebirgsverstecke zurück. Den australischen Spezialkommandos, die ihn vorübergehend festgesetzt hatten, entkam er mit 50 Gefolgsleuten auf mysteriöse Weise. Der zuständige Gefängnisdirektor, der wohl zu viel wusste, wurde wenige Tage nach diesem Ausbruch vergiftet vorgefunden. Bei weiten Teilen der Bevölkerung, denen die Staatsgründung bisher nur Anarchie und Armut gebracht hatte, gewann Reynado Sympathie und Unterstützung, als er sich gegen die Privilegien der regierenden Kaste von Parteifunktionären, gegen die Korruption der Parlamentarier auflehnte und als Anwalt der Entrechteten, als südostasiatischer Robin Hood auftrat. Die Beschuldigung Guzmaos, Reynado, habe die Ermordung Jose Ramos Ortas sowie den Beschuss seines eigenen Fahrzeugs angestiftet und sich durch Mord an die Macht putschen wollen, brach in sich zusammen, als unabhängig operierende portugiesische Ermittler feststellten, dass der Staatschef Orta und der Rebell Reynado keineswegs unversöhnlich verfeindet waren, sondern gemeinsam nach einem Ausgleich und einer Besänftigung der verfeindeten Fraktionen suchten. Alfredo Reynado, so wurde bekannt, hatte am Abend vor dem Überfall mit Jose Ramos Orta getafelt und im Zustand starker Alkoholisierung im Haus des Präsidenten übernachtet. Am folgenden Morgen wurde er eine halbe Stunde, bevor die Schüsse auf den joggenden Staatschef abgefeuert wurden, durch drei Kugeln in den Kopf regelrecht exekutiert. Die Beziehung zwischen Orta und Guzmau hingegen, so wird in Dili kolportiert, seien zu diesem Zeitpunkt aufs Äußerste angespannt gewesen. Letzterer hatte sich einer neutralen Untersuchung der Hintergründe des Petitionisteraufruhrs widersetzt, während Reynado eine solche Überprüfung forderte. Mit unerklärlicher Verspätung wurde der schwerverletzte Orta doch noch nach Australien ausgeflogen, wo er durch Bluttransfusionen und operative Eingriffe im renommierten Royal Hospital von Darwin erstaunlich schnell wieder zu Kräften kam. Welche Gefühle er empfand, als der zwielichtige Regierungschef Guzmau an sein Krankenbett eilte, ein Blumenbouquet überreichte und ihn umarmte, hat niemand erfahren. In Dili fand unterdessen ein seltsames Spektakel statt. Die Leiche des angeblichen Hochverräters Reynado wurde unter Wehklagen einer tausendköpfigen Trauergemeinde auf dem Friedhof Santa Cruz beigesetzt. Sein Sarg war in die Nationalflagge gehüllt. Der katholische Klerus, der sich jeden Kommentars zu den bizarren Vorgängen enthalten hatte, erteilte dem toten Aufrührer den letzten Segen. Kurz danach wurde mit gebotener Vorsicht eine Videoaufzeichnung unter das Volk gebracht, auf der Reynado sich wenige Stunden vor seiner Hinrichtung mit der ihm eigenen rhetorischen Begabung gegen die erdrückende Einflussnahme des Auslands, gemeint waren die Australier und deren amerikanische Verbündete, auflehnte. Er prangerte die Ausbeutung der timoresischen Erdöl- und Erdgasreichtümer durch das fremde Kapital an. Er selbst, wie auch der Oberbefehlshaber General Taur Matan-Ruak, sei schon 2004 durch Geheimagenten diverser angelsächsischer Länder zum Putsch gegen den damaligen Regierungschef Mari Al-Katiri aufgestachelt worden. In Canberra und Washington stand der zu jenem Zeitpunkt amtierende Ministerpräsident Al-Katiri im Verdacht, die erdrückende Militär- und Wirtschaftspräsenz Australiens durch Anlehnung an die Volksrepublik China zu kompensieren und auszubalancieren. An jenem tragischen Februartag 2008 stellten die Timoresen mit Verwunderung fest, dass knapp drei Stunden nach dem angeblichen Umsturzversuch Reynadus australische Spezialkommandos, als hätten sie bereits auf dem Sprung gestanden, in Dili eintrafen. Wie soll ein Ortsfremder dieses Ränkespiel durchschauen, wenn schon die Einheimischen sich in widersprüchlichen Verdächtigungen und Beschuldigungen verfangen? Welche politischen Wirren der Republik Osttimo noch bevorstehen, kann kein Gast unserer Geburtstagsrunde voraussagen. Aus den letzten Parlamentswahlen ging die Fretilin, deren Generalsekretär Al-Katiri ständigen Morddrohungen und tätlichen Übergriffen gegen seine Familie ausgesetzt ist, als stärkste Fraktion hervor. Vier Splitterparteien taten sich jedoch zusammen, um dem früheren Seminaristen Gougemao zum Amt des Regierungschefs zu verhelfen. Ein lähmendes Proporzsystem erlaubt die absurdesten politischen Kombinationen. Jede Partei, die die Drei-Prozent-Hürde überwindet, kann Abgeordnete in die Kammer entsenden. Deren Bestechlichkeit kennt keine Grenzen. Auf die Australier ist niemand mehr gut zu sprechen, und das wird auch in unserer Tafelrunde deutlich. Die Absicht der UNO-Verwaltung, weite Anbauflächen von Mais und Getreide in Plantagen von Kokospalmen oder Zuckerrohr zu verwandeln, um Grundstoff für Biofuel zu gewinnen, stößt auf Empörung. Die Einschränkung der Lebensmittelproduktion zugunsten der Schaffung von vegetalem Benzin-Ersatz vollzöge sich auf Kosten der darbenden Bevölkerung. Der ökologische Wahn diene wohl auch hier als Vorwand für eine wirtschaftliche Orientierung, so wird behauptet, die den Profit der Energiekonzerne steigert und den Völkern der Dritten Welt das Überleben erschwert. Mein Nachbar, der Abgeordnete Philomeno, neigt sich mir vertraulich zu. Wir haben allen Grund, unseren früheren Kolonialherrn zu grollen, meint er, aber sie stehen uns psychologisch so viel näher als die Australier. Warum kommen wir besser mit den Angehörigen des alten Europa zurecht als mit den Emissären aus Canberra und Washington? Die USA und Australien sind eben Gebilde ohne echten historischen Hintergrund, ohne die Erfahrung und die Reife der gealterten Mächte. Die australischen Paratroopers seien als Befreier nach Dealey gekommen, jetzt würden sie schon als Besatzer empfunden. Was mache den Rebellen Rainardu bei den kleinen Leuten so populär? Vermutlich, dass er als erster den Neokolonialismus der Aussies offen kritisierte, dass er Anstoß nahm an ihrer Überheblichkeit, ihrem hemmsärmeligen Auftreten, das sie ihren amerikanischen Vättern so ähnlich macht. Diese Nachkommen von britischen oder irischen Kolonisten, diese blonden oder rothaarigen Grobiane, deren Vorfahren oft als Sträflinge und in Ketten in Sydney ausgeladen wurden, so fährt er fort, hätten im sogenannten Outback eine Form Rüden Zusammenlebens als raue Mates entwickelt, die fast barbarisch wirke. Diese weißhäutigen, sonnenempfindlichen Exoten fänden ihre höchste Lebenserfüllung im sportlichen Wettkampf und erschienen den Einwohnern von Timor wie wohl auch den meisten Indonesiern als Ausgeburten einer unverständlichen Gesellschaft. Hinter den Attentaten des 11. Februar vermutet Filomeno angelsächsische Geheimdienste. Zu dem kleinen Affen, der nach Nahrungsresten greift, haben sich zwei Katzen gesellt. Sie streunen frei herum. Ich erfahre, dass man auf der Sunda-Insel ebenso ungeniert Hundefleisch verzehrt wie in zahlreichen anderen Ländern Asiens, dass die Katze jedoch als unheimliche, magische Kreatur gilt. Wer auf Timor eine Katze tötet, so besagt der Aberglaube, sei verflucht bis ins siebte Glied. Wehe dem aufgebarten Leichnam, dem sich eine Katze zu sehr genähert hat, der Tote würde dann als böser Geist wieder auferstehen. Fetischismus und Heidentum bleiben hier tief verwurzelt. So werden die riesigen seegängigen Krokodile, die östlich von Baukau, die Küstengewässer und die Flussmündungen verunsichern, als Wiedergeburt längst verstorbener Ahnen verehrt. Bei den Dorfbewohnern haben sich Ursprungsmythen erhalten, die der Erde die Rolle einer Mutter zuweisen, zu der alle Menschen nach dem Tod heimkehren, während die Sonne als Verkörperung männlicher Zeugungskraft gilt. Die Eingeborenen leben zudem in der Furcht vor magischen Kräften und bösen Geistern. Railaku im März 2008 Fräulein Ho Kanmai Thi, kurz Thi genannt, hat sich bei der Firma Timor Global Limited unentbehrlich gemacht. Das Unternehmen, das sich auf Pflanzungen und Export von Kaffee spezialisierte, ist wohl der einzige nennenswerte und profitable Betrieb auf Osttimor. Der berufliche Erfolg von Mademoiselle Thi ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie in Saigon noch eine strenge Ausbildung alten französischen Stils genossen hat. Ansonsten befindet sich Timor Global Limited fest in chinesischer Hand. Die Leitung obliegt einem jungen dynamischen Sohn des Himmels, der zwar in Delhi zur Welt kam, aber einer von zwei Generationen aus der Provinz Quantung eingewanderten Hakkasippe angehört. Alle nennen ihn Bob, was den Umgang erleichtert. Hinter seiner Fröhlichkeit und ständig guten Laune verbirgt sich eiserner Erfolgswille. Mit ähnlicher Energie hatten sich seine Vorfahren, die zur portugiesischen Zeit als Plantagenkulis über Makao eingewandert waren, den Weg nach oben geöffnet. Es mögen ein paar hundert Menschen bei Timor Global arbeiten. Die meisten sind Timoresen, aber die Vorarbeiter mehrheitlich javanisch-malaischen Ursprungs. Zwei blutjunge Chinesinnen geben den strengen Arbeitsrhythmus mit einer Energie und Autorität vor, die man ihrem zierlichen, fast kindlichen Wuchs gar nicht zugetraut hätte. Sie leiten die timoresischen Arbeiter beim Füllen und Verfrachten der Kaffeesäcke an. Für Tee ist es gewiss nicht leicht gewesen, sich als engste Mitarbeiterin Bobs durchzusetzen. Sie hat von ihm gelernt, wie man stets ein heiteres Gesicht zur Schau trägt, aber wenn es zur Sache kommt, wenn sie die Konten und Bilanzen überprüft und sich nicht beobachtet fühlt, zeichnet sich auf ihrem lieblichen Gesicht eine Härte ab, wie sie Graham Greene bei dem schönen Mädchen Poong entdeckte, das in seinem Roman »Der stille Amerikaner« die zentrale Rolle spielt. Bob ist sich seiner Sonderstellung bewusst. Die junge Republik Osttimor ist bettelarm und ausschließlich auf Subsidien ausländischer Spender angewiesen. Aber was leisten schon die Dilettanten der NGOs und jene hochbesoldeten Aidworker der Vereinten Nationen, die mit ihren massiven Gratislieferungen von Lebensmitteln den einheimischen Bauern jede Chance nehmen, ihre Reisfelder gewinnbringend zu bearbeiten? Die internationalen Hilfsorganisationen haben auch hier eine Passivität gefördert, die man auf Französisch als »Montalité d'assisté« bezeichnet und als deren Folge die Äcker brach liegen. Der Kaffee aus Timor ist von vorzüglicher Qualität. Zu den Kunden von Timor Global zählt auch die weltweit vertretene Starbucks-Kette. Da Timor den meisten Kunden völlig unbekannt ist, preisen allerdings deren Manager ihre Getränke als afrikanische oder lateinamerikanische Ware an. Aus dem Fenster des Kontors, in dem die kleine Vietnamesin Thi das Regiment führt, fällt der Blick auf eine weite Halle, wo Dutzende einheimischer Frauen damit beschäftigt sind, die Guten von den schlechten Kaffeebohnen zu trennen. Die Arbeiterinnen tragen bunte Gewänder. Die eine oder andere Gruppe wirkt aus der Ferne wie ein Gauguin-Gemälde. Man denkt an Ta-Ma-Tete und endlich kommt ein romantischer Hauch malayisch-polynesischer Anmut auf. Bob hat uns eingeladen, seine Plantagen von Rai Laco aufzusuchen. Ich frage Thi, die mir aus meinen Vietnamjahren so vertraut vorkommt, ob sie uns begleiten will. Sie möchte gern, besitzt aber immer noch nicht die unentbehrlichen Einwanderungspapiere und könnte bei Polizeikontrollen in Schwierigkeiten geraten. Wie es denn um die Zuwanderung von Chinesen bestellt sei, frage ich den Chef. Er erklärt mir, dass auf Timur wie in ganz Indonesien eine starke chinesische Minderheit lebt, die jedoch aufgrund ihrer Tüchtigkeit als Ausbeuter und Wucherer diffamiert würde. Früher habe es sich, wie bei seiner eigenen Familie, um Haka gehandelt. Seit ein paar Jahren fände jedoch eine beachtliche illegale Zuwanderung von Han-Chinesen aus der Provinz Fujian statt. Makao und auch die Insel Taiwan würden dabei als Sprungbrett genutzt. Wir haben uns auf die Fahrt nach Rai Laco begeben, das in Richtung Westen gelagert ist, wo die Straßen bereits auf die indonesische Hälfte der Insel Timor überleiten. Die Asphaltstrecke windet sich durch dichtes Unterholz. Beim Anblick der erbärmlich bewirtschafteten Reisfelder muss ich an die Aussage der deutschen GTZ-Experten denken. Dieses Land, so argumentieren sie, bietet alle Voraussetzungen tropischer Fruchtbarkeit, ja, landwirtschaftlichen Überflusses. Dazu kämen reiche Mineralvorkommen und vor allem die Öl- und Erdgasreserven der Timorsee. Doch neben der angeborenen Indolenz der Landbevölkerung habe das Chaos der langen, blutigen Repression und einer heldisch verklärten Guerilla jeden Leistungswillen zusätzlich gelähmt. Nur vereinzelte Ratgeber und Aufbauhelfer, die unter der blauen UN-Fahne eingeflogen wurden, trauen sich aus Sicherheitsgründen, ihre komfortablen Quartiere in Dili zu verlassen und, was kann man schon von angeblichen Experten aus dem afrikanischen Sahel oder aus den Steppen Zentralasiens erwarten, deren Behörden bei der Entwicklung ihrer eigenen Heimatländer erbärmlich gescheitert sind. Die Dörfer am Straßenrand sind von den Verwüstungen des Partisanenkrieges gezeichnet. Inmitten dieser Verwahrlosung leuchtet in weißer und himmelblauer Tönung eine Darstellung der Grotte von Lourdes auf. Die Madonnenstatue verkündet dort den baskischen Hirtenkindern ihre Botschaft. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Mit berechtigtem Stolz führt Bob uns seine Werksanlagen vor. Die Rüsterei und die Verpackungsmaschinen werden von einer perfekt konstruierten Aluminiumhalle überdacht, die aus Vietnam importiert wurde. Bob unterhält freundschaftliche Beziehungen zum deutschen Team der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, deren Kompetenz er zu schätzen weiß. Er kommt auch mit den Portugiesen gut zurecht, deren temporäre Rückkehr in ihre einstige Besitzung er mit Skepsis beobachtet. Wie ist sein Verhältnis zu den kommunistischen Behörden in Peking? Offenbar bestehen da enge, verschlungene Bande, die sich dem Einblick von Europäern, Australiern und Amerikanern entziehen. Mit der Schaffung der unabhängigen Republik Ost-Timor hat die amerikanische Führungsmacht am Rande Nordaustraliens im Herzen von Insulinde einen Freiraum, ein politisches Vakuum geschaffen. Hier wurde ein Einfallstor geöffnet, so ungefähr lautet der Kommentar des Kaffeeproduzenten, der seine joviale Maske für einen Moment abgestreift hat. Wir Asiaten denken in langen Zeiträumen, aber schneller als die meisten Politologen des Westen sich das vorstellen, vielleicht schon in fünf Jahren, dürfte das kolossale Gewicht Pekings die künftige Entwicklung in diesem Raum vorgeben. Bali Bali im März 2008 Die Zeitschrift Geo hatte unlängst unter anderen Adressaten die Anfrage an mich gerichtet, welcher Punkt der Erde mir am schönsten erschienen sei und eine besondere Empfehlung verdiene. Meine Antwort darauf konnte nur lauten, dass die idyllischsten Plätze, denen man sich auch sentimental verbunden fühlt, nur in der Erinnerung existieren. Wehe dem, so fügte ich hinzu, der an den Ort früheren Entzückens zurückkehrt. Er würde unweigerlich enttäuscht sein. Das liegt nicht nur an der Neigung des Alters, die Vergangenheit zu verklären, sondern an den entstellenden Transformationen, die die Folge von Industrialisierung, Übervölkerung und Massentourismus sind. Die Globalisierung ist wohl nicht zu trennen von Verschandelung und schäbiger Kommerzialisierung. Die vielgerühmte Insel Bali, auf der ich aus Timo kommend gelandet bin, macht da keine Ausnahme. Sinnvollerweise trägt die indonesische Luftlinie, die die Strecke in knapp zwei Stunden bewältigt, den Namen Garuda. Gemeint ist das Fabelwesen, halb Vogel, halb Mensch, das dem uralten Pantheon der hinduistischen Mythologie entliehen ist. Ich befolge in diesem März 2008 in Bali den Vorsatz, den ich für die Zeitschrift Geo formulierte, und halte es mit der Weisheit der Brahmanen, statt mich einer Enttäuschung auszusetzen, verweile ich im weiten Gelände des Luxushotels am Strand von Seminyak. Ich bewohne dort ein Pale, die Imitation einer kleinen hinduistischen Tempelanlage, wie sie auf Bali vielerorts zu finden sind. Die Behausung ist durch eine hohe Mauer abgeschirmt, die vom Tropenregen schwarz und antik getönt wurde, während im Innern bizarre Idole und Götter aus Lavagestein einen von Lotus überwachsenen Teich und dessen Goldfische bewachen und täglich mit frischen, feuerroten Blumen geschmückt werden. Vom breiten Bett schweift der Blick in die kunstvoll gestaltete Höhe des konisch zulaufenden Daches. Jenseits der Terrasse rauscht die Brandungsdüne des Indischen Ozeans, in dessen salzigem Schaum ich das Gefühl maritimer Unendlichkeit suche. Die Gäste sind selten, sie meiden nicht nur die Regenzeit, die sich im März auf eine intensive Dusche von höchstens zwei Stunden Dauer beschränkt, für die amerikanischen Touristen wirkt sich die Schwäche des Dollars negativ aus und die Australier trauen dieser trügerischen Idylle nicht so recht, seit am 12. Oktober 2002 in dem vulgären Vergnügungsviertel Kuta die Bomben der Terroristen ein furchtbares Massaker anrichteten. Sogar die weiterhin einflussreichen Brahmanen von Bali geben zu, dass sich in ihrer religiösen Gemeinschaft ein tiefgreifender Wandel, eine Anpassung an die Moderne vollzieht. Die Feuerbestattung des Oberhaupts der Königsfamilie von Ubud, die wie ein gewaltiges Volksfest zelebriert wurde, sei wohl ein letzter grandioser Höhepunkt und würde sich in diesem Glanz nie wiederholen. Tausende junge Männer in blutroter Kleidung umgaben den Leichnam ihres Fürsten, der auf einem gigantischen Turm von elf Tonnen Gewicht zum Ort seiner mystischen Erlösung vom Diesseits und seines Eingangs in eine neue Existenz gewuchtet wurde. In Ubud, das vierzig Kilometer vom Verwaltungszentrum den Passar gelegen ist, löste diese Kremation eine ausgelassene Stimmung aus. Das festlich gekleidete Volk umringte den gewaltigen Holztier, in den der Tote gebettet war, ehe er in einem lodernden Flammenmeer aufleuchtete und langsam verglühte. Mit einer solch spektakulären Veranstaltung kann unser Hotel natürlich nicht konkurrieren, wenn es zur abendlichen Vorführung eines balinesischen Palettes zum Klang des Gamelan einlädt und die Ramayana-Legende wieder auferstehen lässt. Immerhin bemüht man sich dabei um Wahrung der Authentizität und vermeidet Zugeständnisse an westliche Trivialisierung. Die zierlichen, kindlich anmutenden Tänzerinnen, von der Hüfte abwärts in goldenes Brokat geschnürt, bewegen sich in hieratisch abgezirkelten Trippelschritten. Ihre gespreizten Finger und das erstarrte Pupillenspiel drücken ferne, sagenhafte Erlebnisse aus. Einen Ausflug trete ich dennoch an. Ich lasse mich in das nahe Amüsierviertel von Kuta fahren, das vor der Katastrophe den zweifelhaften Ruf eines australischen Ballermanns genoss. Es muss extrem trinkfreudig und ordinär zugegangen sein, in den Bars, Clubs und Discos, dieses lästerlichen, durch riesige Reklameschilder verunstalteten Sündenbabel, wo einheimischen männlichen Gästen, im Gegensatz zur lokalen Weiblichkeit, der Zutritt oft durch muskulöse Türwächter verwehrt war. Inzwischen ist von den Verwüstungen, die durch gewaltige Explosionen verursacht wurden, keine Spur mehr zu sehen. Die erste Bombe, die vor Paddy's Bar hochging und relativ geringe Verluste verursachte, diente wohl dazu, eine Masse von Schaulustigen anzuziehen. Wenig später entzündete sich im Sari-Club ein gigantischer Feuerball, der mehr als 200 Urlauber in den Tod riss. Die anspruchslosen Tanzschuppen sind schnell restauriert worden. Eine weiße Marmorplatte verzeichnet den Namen der Opfer, darunter eine Anzahl Deutsche, soweit diese identifiziert werden konnten. Gemessen am würdigen, farbenprächtigen Zeremoniell, mit dem die Angehörigen der hohen Kasten auf Bali dem Schalterhaufen übergeben werden, ist diese Tafel eine sehr bescheidene Ehrung. Drei Jahre später sollten sich ähnliche Attentate geringeren Ausmaßes in Kuta und in Baran wiederholen. Bis auf den heutigen Tag ist die Urheberschaft dieser gezielten Mordaktionen umstritten. Hatten einheimische Balinesen an der brutalen Überfremdung, an der Missachtung ihrer gesellschaftlichen Ordnung durch die barbarischen Fremden Anstoß genommen? Oder war es die auf Java stark vertretene islamische Bewegung Jemaah Islamiyah, die dem sündhaften Treiben der Ungläubigen mit einem gnadenlosen Schlag ein Ende setzen wollte? Natürlich wurde auch der Name El-Qaida ins Spiel gebracht. Dutzende von Verdächtigen mussten sich vor den Gerichten von Jakarta verantworten. Die meisten Urteile fielen erstaunlich milder aus. In Erinnerung bleibt von diesem Prozess vor allem das irre, aufreizende Grinsen eines jugendlichen Terroristen, der sich der Tat rühmte, die USA als zahnloses Monstrum verhöhnte und seine Hinrichtung geradezu herausforderte. Es gehen aber auch ganz andere Gerüchte um. Indonesische Offiziere, die sich der religiösen Fanatiker als Werkzeug bedienten, hätten das Blutbad hochprofessionell organisiert, um Rache zu nehmen, um die Australier zu strafen für die Schmach, die die Regierung von Canberra, der indonesischen Armee, bei der Unabhängigkeitsproklamation Ost-Timos zugefügt hatte. Ozeanien, Keri-Keri, Neuseeland, im Februar 2008 Die glücklichen Völker haben keine Geschichte, sagt ein französisches Sprichwort. Auf den ersten Blick könnte sich diese Behauptung auf Neuseeland beziehen. Die menschliche Besiedlung Australiens reicht schätzungsweise 50.000 Jahre zurück und auch in Amerika, das oft als neue Welt dargestellt wird, verliert sich die Einwanderung asiatischer Völkerschaften, die sich aller Wahrscheinlichkeit über die damalige Landbrücke der Beringstraße vollzog und auf der Insel Feuerland, im Vorfeld der Antarktis, ihre extreme Ausdehnung fand, in der Nacht der Zeiten. Für Neuseeland hingegen wird das Auftauchen der ersten Menschen, die Landung polynesischer Seefahrer, auf das Jahr 1200 unserer Zeitrechnung, also auf eine sehr nahe Vergangenheit zurückgeführt. Wenn Goethe von den Vereinigten Staaten aufgrund ihrer kurzen Historie schreiben konnte, Amerika, du hast es besser, wie viel mehr müsste dann die Gnade der späten Geburt auf jene beiden Inseln im Südpazifik zutreffen, die an den Antipoden Europas gelegen sind und etwa den Ausmaßen Großbritanniens entsprechen. Vermutlich waren die Insulaner, die sich Maori nannten und an Bord ihrer prächtig geschnitzten großen Kanus gewaltige ozeanische Entfernungen bewältigten, ganz zufällig an diese bislang unbekannte und menschenleere Küste gelangt. Ethnologen vermuten ihre ursprüngliche Heimat auf dem heute französischen Gesellschaftsarchipel im Umkreis von Tahiti und auf Samoa. Aus Gründen der Übervölkerung und mörderischer Stammeskämpfe waren die Maori zu dieser heroischen Expedition in Richtung Südwesten aufgebrochen und dort auf eine für sie ungewohnte, raue Klimazone gestoßen. Es waren wieder einmal die holländischen Navigatoren der Ostindien-Kompanie, die im Jahr 1642 das heutige Neuseeland, diese Ultima Thule, als erste Weiße sichteten und ihrer Entdeckung den Namen verliehen. Die Niederländer unter dem Kapitän Tasman waren jedoch auf einen so feindseligen Empfang durch die kriegerischen eingeborenen Stämme der Maori getroffen, dass sie den Kontakt mit den Wilden überstürzt abbrachen. Die wahre Entscheidung wurde zur Zeit der Aufklärung zwischen Briten und Franzosen ausgetragen. Diese weltweite Gegnerschaft des 18. Jahrhunderts, als der Lilienthron riesige Teile Nordamerikas unter seinen Einfluss gebracht hatte, an den Küsten Indiens starke Positionen behauptete und auch im Pazifischen Ozean expandierte, endete unvermeidlich mit der britischen Überlegenheit zur See. Die dekadente französische Monarchie unter Ludwig XV war nicht in der Lage, ihren weltumspannenden Territorialerwerb in Übersee gegen die Flotte Albions zu behaupten und gleichzeitig eine ganze Serie kontinentaleuropäischer Feldzüge gegen das Haus Habsburg durchzustehen, die im Zeichen dynastischer Erbfolge entbrannt waren. Immerhin war es der französische Kapitän Jean de Surville, der 1769 als erster Europäer, gefolgt von seinem Landsmann Marion de Fresne, in der nördlich gelegenen Bay of Islands fußfasste und zu den Maori ein entspanntes Verhältnis aufnahm. Die friedliche Koexistenz endete abrupt und grausam, als französische Matrosen wahrscheinlich ohne es zu ahnen, ein Tabu des polynesischen Ahnenkultes und einen sakralen Opferaltar entweigten. Zwei Dutzend Untertanen des Bourbonenherrschers wurden von den Maori überwältigt und vermutlich zu einem Festschmaus aufbereitet. Zur gleichen Zeit tauchten unter dem Union Jack andere Kriegsschiffe vor den Stränden Neuseelands auf. Sie standen unter dem Befehl jenes legendären Captain James Cook, der als unermüdlicher Entdecker der pazifischen Weiten zwischen den Aleuten im Norden und den antarktischen Eisbänken im Süden in die Geschichte eingegangen ist. Auch James Cook verlor zehn seiner Gefährten an die Ureinwohner, sie erlitten ein ähnliches Schicksal wie die Franzosen. Doch der Brite hatte auf den übrigen Archipelen des stillen Ozeans so intensive Erfahrungen im Umgang mit den Eingeborenen gesammelt, dass er für die kriegerischen Bewohner Neuseelands Verständnis aufbrachte. Obwohl sie Kannibalen sind, schrieb er in sein Logbuch, sind die Maori von der Natur ihres Charakters her gut. Aus jenen Tagen stammt die lange Folge stürmischer Wechselbeziehungen zwischen den Maori und den Pakeha, den anderen, wie heute noch die Weißen, mit einem leicht unfreundlichen Unterton genannt werden. Es sollte sich erweisen, dass die Historie, mag sie auch noch so spät eingesetzt haben, für jeden Winkel unseres Erdballs, für jede seiner Populationen sich als Schicksalsgöttin wohlwollend oder grausam gebärdet. Die Würfel waren jedenfalls schon damals gefallen. Die Seeschlacht von Trafalgar, die der Flotte Napoleons zum Verhängnis wurde, bestätigte den herrischen Anspruch »Britannia rules the waves«. Die Eingliederung Neuseelands in das British Empire war jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Bay of Islands, Neuseeland im Februar 2008 Mein Sohn Roman hat sich mit seiner Schweizer Frau Seida an der äußersten Nordspitze jenseits der Bay of Islands und des bescheidenen Verwaltungszentrums Keri-Keri als Farmer niedergelassen und seiner abgeschlossenen medizinischen Ausbildung den Rücken gekehrt. Über abenteuerliche Routen war er in diese ländliche Abgeschiedenheit gelangt. Auf die Zucht von Schafen, die in Neuseeland mit 40 Millionen Exemplaren zehnmal zahlreicher sind als die Menschen, hat er verzichtet. Stattdessen lässt er eine Herde von Rindern auf seiner weiten Domäne weiden und widmet sich der Zucht von Pferden, die er selbst zureitet. In den Jahren vor seiner Niederlassung bei Keri-Keri hatte Roman zweimal in Begleitung seiner Frau auf lächerlich kleinen Booten von etwa zehn Metern Länge den Erdball umsegelt. Bis zu den Aleuten war er vorgestoßen. Über die großen Seen und den Mississippi hatte er das nordamerikanische Herzland durchquert. Auf den Malediven war ihm von den dortigen Behörden die Kalaschnikow konfistiert worden, die ich ihm zur Abwehr von Piratenüberfällen bei guten Freunden im Libanon beschafft hatte. Vor der Küste von Taiwan wäre er beinahe in den Riesenwogen eines Taifuns verschwunden, wenn ihm die nationalchinesische Kriegsmarine nicht rechtzeitig zu Hilfe geeilt wäre. Die Straße von Malacca war ihm ebenso vertraut wie der enge Durchlass des Bab-el-Mandeb. Ursprünglich hatte ich seine Entscheidung, auf der nördlichen Hauptinsel Neuseelands eine neue Heimat zu suchen, mit väterlicher Skepsis zur Kenntnis genommen, aber als ich jetzt nach einstündigem Flug von Auckland nach Keri-Keri und einer längeren Autofahrt auf seinem Anwesen eintreffe, wird mir verständlich, warum er dem eigenartigen Zauber dieser Landschaft verfiel. Von der Höhe des komfortablen Rundhauses, in dem er lebt, schweift der Blick über eine subtropische, menschenleere Landschaft von seltener Schönheit. Das üppige Grün wird immer wieder durch türkisschimmernde Meeresbuchten aufgehellt. Besonders eindrucksvoll prägt sich mir die bizarre Felsformation ein, eine fantastische Naturfestung mit weit vorgeschobenen, kugelförmigen Gesteinsbrocken, die die Farm nach Norden hin abschirmt. Die Maori, die jenseits dieser natürlichen Barriere leben, haben dort ihre Toten bestattet, verehren den Ort als Sanktuarium und wachen über sein Tabu. Die geografische Situierung Keri-Keris eignet sich vorzüglich, um Historie und Gegenwart des Landes der langen weißen Wolken zu deuten. Im Umkreis der Bay of Islands hatten die ersten Kontakte zwischen Maori und Europäern stattgefunden. Die Begegnungen waren sehr unterschiedlicher Natur. Auf die wagemutigen Entdecker folgten im späten 18. Jahrhundert Rotten von Walfängern und Robbenjägern, wilde, brutale Gesellen, die dem heute so braven Städtchen Russell mit ihrer Versauferei und Hurerei den Namen Höllenloch des Pazifik verschafften. So sahen es wenigstens die Missionare, die mehrheitlich der anglikanischen Kirche angehörten und mit ihrer Frömmelei keinen Archipel des stillen Ozeans verschonten. Zwischen Maori und Briten sollte es immer wieder zu blutigen Zusammenstößen kommen, aber die schlimmsten Massaker richteten die Stämme dieser kriegerischen Rasse unter ihresgleichen an. Bei den polynesischen Seefahrern, die einst auf ihren tropischen Ursprungsatollen zu Müßigkeit und Trägheit neigten, stellte sich nach den unvorstellbaren Strapazen ihrer abenteuerlichen Suche nach Neuland und der schwierigen Eingewöhnung in ganz andere, härtere Lebensbedingungen im Land der weißen Wolken eine tiefgreifende, fast genetische Veränderung ein. Sie hatten ihre überlieferte Pflanzennahrung, überwiegend Süßkartoffeln und Jam, in die fremde Umgebung mitgebracht. Aber Neuseeland verfügte über keine vielfältige Fauna. Die Eindringlinge stießen auf eine wuchtige, flugunfähige Vogelart, Moa genannt, die bis zu 250 Kilo wog und doppelt so groß war wie die uns vertrauten Strauße Südafrikas. Mit diesem Getier und den anfangs zahlreich vorhandenen Robben und Seelöwen füllten sie ihre Fleischtöpfe, bis sie diese Gattungen ausgerottet hatten und zur Beschaffung von proteinhaltiger Nahrung auf Waldvögel und Ratten angewiesen waren. Dazu gesellte sich als grausige Folge unaufhörlicher, tribalistischer Fäden der Konsum von Menschenfleisch das Verspeisen der erschlagenen Feinde, wie die meisten Ethnologen bestätigen. Die Maori verehren eine Vielzahl von Naturgöttern, die dem Himmelsvater Ranginui und der Erdenmutter Papatuanuku unterstehen. Eine besondere Rolle spielt der heldische Halbgott Maui, der die Nordinsel Neuseelands aus dem Meer zauberte, ehe er zwischen den mächtigen Schenkeln des weiblichen Fabelwesens Hinenui Tipo erdrückt wurde. Der Kultur der Maori haftet etwas Unheimliches an. Dazu tragen die Tätowierungen oder Moko bei, die bei den Kriegern fast den ganzen Körper bedecken und heute wieder in Mode kommen. Bei den Frauen beschränkt sich diese blau gezeichnete, schmerzhafte Verzierung auf den Umkreis von Kinn und Lippen. Ihre prachtvollen polychromen Holzschnitzereien, die früher den Eingang ihrer Mae, ihrer sakralen Versammlungsstätten schmückten und den Totempfällen der Indianer im pazifischen Rand ähneln, hatten zur Zeit der großen Migration die mächtigen, robusten Kanus in bewaffnete Seeungeheuer verwandelt. Von all diesem Zauber ist in dem weiten grünen Land nur noch wenig zu entdecken, obwohl sich im Umkreis der Farm meines Sohnes eine relativ zahlreiche Maori-Gemeinde erhalten hat. Vom Typos her nehmen diese Polynesier, die bei Ankunft der ersten Europäer zwischen 100 und 150.000 Menschen gezählt haben dürften, eine Sonderstellung ein. Dank ihrer robusten biologischen Veranlagung sowie einer intensiven Vermischung mit weißen Einwanderern haben sie überlebt. Wenn sie im 19. Jahrhundert fast ausgelöscht wurden, so war das weniger auf die Feldzüge britischer Kolonialtruppen zurückzuführen, die mit Anerkennung von der ungewöhnlichen Bravour dieser Insulaner berichteten, als auf die sogenannten Mosketenkriege, die sie mit extremer Grausamkeit untereinander austrugen. Die Fäden zogen sich über Jahrzehnte hinweg und pflanzten sich bis zum äußersten Süden fort in dem Maße, wie die Stämme des Nordens sich als erste mit den Mosketen der Europäer ausstatteten und dank dieser überlegenen Bewaffnung schrittweise ihre Anverwandten des Südens vernichteten oder unterwarfen. Auf unserer Fahrt zu dem nahen Ankerplatz, wo Romans Boot angetäut liegt, passieren wir verstreute, sehr angelsächsisch anmutende Ortschaften, deren Häuser durch grünen Flächen von den Nachbarn getrennt sind. Dabei fallen auch lang gestreckte, verschlossene Bauten auf, die von den ortsansässigen Maori als Versammlungsräume genutzt werden und vornehmlich dem Ahnenkult gewidmet sind. Bei den Maori, die heute etwa 15 Prozent der Gesamtbevölkerung Neuseelands ausmachen, hat in den vergangenen Jahrzehnten eine bemerkenswerte Urbanisierung stattgefunden. Lebten im Jahr 1936 laut Statistik nur 17 Prozent in den Städten, so ist dieser Anteil inzwischen auf 80 Prozent hochgeschnellt, obwohl die britischen Kolonisten den Ureinwohnern nach endlosen Palaver riesige Territorien zurückerstatteten. Vor allem die Jugend verfällt der Landflucht. Wenn die Maori sich gegenüber den weißen Prestige und Ansehen bewahren konnten, das den meisten unterworfenen Kolonialvölkern versagt blieb, so ist das auf ihren martialischen Lebensstil und ihren ungewöhnlichen Kampfesmut zurückzuführen. Im Waikato-Krieg von 1863 hatten 5000 Maori einer britischen Übermacht von 20.000 Soldaten des Empire, die mit schwerer Artillerie angerückt war, hartnäckigen Widerstand geleistet und ihr sogar empfindliche Niederlagen beigebracht. Die Erinnerung daran bleibt auf beiden Seiten lebendig. Mit Romans Boot, das eine Weltumseglung hinter sich hat, dringen wir in die Bay of Islands vor. Wir nehmen ein Bad im Pazifik und das Wasser ist weit kühler, als ich es erwartet hatte. Die Sonne hingegen brennt schmerzlich auf der Haut. In dieser Weltgegend wird ihre Strahlenwirkung durch ein Ozonloch intensiviert. Bei den weißen Australiern und Neuseeländern zählt Hautkrebs zu den häufigsten, oft tödlichen Erkrankungen. Die Pakeha haben sich mit ihrer erdrückenden Übermacht hier etablieren können, aber die kosmischen Strahlungen, gegen die die Eingeborenen unempfindlich sind, scheinen sich an den blasshäutigen, blonden Eindringlingen aus Britannien und Irland zu rächen. An diesem Sonntag sind zahlreiche andere Segler unterwegs. Um dem Schwarm von Touristen zu entgehen, legen wir nicht an der Landzunge von Russell an. Vom Schiff aus erblicken wir das berühmte Treaty House von Waitangi, wo im Jahr 1840 zwischen dem ersten britischen Gouverneur und 45 Maori-Häuptlingen ein Vertrag unterzeichnet wurde, der bis heute wie eine pazifische Magna Carta die Beziehungen zwischen einheimischen und weißen Kolonisatoren regelt. Es hatten sich anfangs nur 2000 Pakeha auf der Nordinsel niedergelassen, aber diese Zahl wurde durch den Rush, die massive Zuwanderung von Europäern, binnen 50 Jahren auf eine halbe Million vermehrt. Der Vertrag von Waitangi war in zwei Sprachen, Englisch und Maori, abgefasst. Die Texte differierten erheblich. In der englischen Fassung wurde unter Wahrung begrenzter Eigenrechte der Polynesier die Autorität der britischen Verwaltung betont. Im Text des Maori-Dokuments wurden hingegen die Vorrechte der Häuptlinge verankert und vor allem der Landbesitz der Stämme garantiert. Als Folge der diversen Landkriege, die fast zur Auslöschung der Urbevölkerung geführt hätten, schrumpfte das Siedlungsgebiet der Maori wie ein Chagrinleder. Bei den Pakeha fand jedoch sehr bald eine politische Spaltung in konservative und liberale statt. Die Gewerkschaften gewannen ein solches Gewicht, dass Professoren, die die Kiwi, wie sich die Bewohner Neuseelands nennen, besuchten, ihnen Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit bestätigten. Dieser Gleichheitsinstinkt kam am Ende auch den Maori zugute, die dank zunehmender Geburtenzahlen wieder an Gewicht gewannen. Der entscheidende Wendepunkt vollzog sich unter eigenartigen Umständen. Wenn Neuseeland sich definitiv zu einem binationalen Staatswesen entwickelte, Kiwi und Maori, und deren polynesisches Idiom neben dem Englischen als offizielle Sprache anerkannt wurde, so ist das der alles beherrschenden Begeisterung für jede Form von Sport, an erster Stelle aber für Rugby zu verdanken. Es geschah im Jahr 1981. Damals gingen zehntausende liberaler Neuseeländer auf die Straße, um gegen die Ankunft des südafrikanischen Rugby-Teams Springboks zu protestieren. In der Mannschaft All-Blacks waren zahlreiche Maori, als besonders bewährte und rüde Spieler hochgeschätzt. Rugby, so hieß es in der Presse von Auckland, sei für den Zusammenhalt dieses fernen britischen Dominions ebenso wichtig wie die Teilnahme am Zweiten Weltkrieg. Die südafrikanischen Sportler erschienen in den Augen der Kiwis aufgrund der Apartheid-Politik ihrer Regierung als unzumutbare, ja schändliche Partner. Die Tour, so ist das Ereignis in die Geschichte eingegangen, hat gleich zwei gewichtige Entwicklungen ausgelöst. Die Welle der Empörung gegen die rassistische Diskriminierung in Südafrika hat den endgültigen Durchbruch der Maori zur staatsbürgerlichen Gleichberechtigung bewirkt. Am Ende der Rehabilitierung der neuseeländischen Urrasse stand die Übereignung eines immensen Waldgebietes von 176.000 Hektar, ein Revier im Gegenwert von 270 Millionen Euro an das mächtigste Stammeskollektiv. Die Regierung von Wellington machte sich somit die Maori-Auslegung des legendären Vertrags von Wai Tangi aus dem Jahr 1840 zu eigen. Die sensationellste Auswirkung erzielte der Streit um die Rugby-Tour jedoch in Südafrika. Die dortigen Weißen hatten die Wirtschaftssanktionen der Vereinten Nationen, die weltweite Verurteilung der Pigmentokratie bislang mit relativer Gelassenheit ertragen. Jetzt fand ein psychologischer Umschwung statt. Die Buren, ähnlich sportbesessen wie Australier und Neuseeländer, konnten es nicht ertragen, dass ihre heißgeliebten Springbugs wie Aussätzige behandelt und von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen würden, dass die Neuseeländer sie nicht in ihren Stadien dulden wollten. Auckland im März 2008 Seit meiner letzten Stiebvisite vor 30 Jahren hat sich die Stadt Auckland gewaltig aufgebläht, zählt 1,3 Millionen Einwohner, also weit mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung Neuseelands. An einem Sonntagabend bin ich in Auckland angekommen. Mir fallen die zahlreichen Kirchen auf, die mehrheitlich der anglikanischen Konfession angehören, obwohl die Katholiken erstaunlich zahlreich vertreten sind. Um die Frömmigkeit der weißen Neuseeländer soll es recht bescheiden bestellt sein, während die Maori in den Jahrzehnten ihres Überlebenskampfes ein synkretistisches Sektirertum entwickelten, das immer wieder von kämpferisch auftretenden Propheten aufgestachelt wurde. In den Kneipen und Gaststätten der nahen Umgebung herrscht keine überschäumende Stimmung. Von sündhafter Ausschweifung kann in Auckland auch nach dem Verzicht auf die angestammte Prüderie nicht die Rede sein. Die Schwulen- und Lesbengemeinde, die im sogenannten Pride Center über einen exklusiven Treffpunkt verfügt, veröffentlicht eigene Zeitschriften von beachtlicher Auflage und veranstaltet jedes Jahr ein Homo-Festival. Diese Vereinigung von Homosexuellen verhält sich wie ein wohlorganisierter, banaler Verein und gehört zur lokalen Normalität. Am nächsten Morgen strahlt die Sonne und Auckland bewegt sich in einem quirligen Rhythmus, wirkt beinahe heiter und stellenweise schön, dank der zahlreichen Grün- und Parkanlagen. Ich lasse mich in der Menge treiben und bin überrascht, in welchem Ausmaß das ethnische Nebeneinander und die Verschmelzung der Rassen, weiße Ozeania, Asiaten die konservative Vorstellung eines White New Zealand bereits verdrängt hat. Auckland zeichnet sich als Schmelztiegel aus und der Anteil der Einwohner nicht-europäischer Herkunft wird bereits auf die Hälfte geschätzt. Mein Interesse gilt vor allem den Maori, deren politische Repräsentanten längst nicht mehr in den ländlichen Dorfgemeinschaften, den Paar anzutreffen sind, sondern sich in den städtischen Büros ihrer Vereine und Parteien um die Erweiterung ihres Einflusses bemühen. Immerhin bilden sie 15 Prozent der Gesamtbevölkerung und ihre Führer sind sich voll bewusst, dass es einer zielstrebigen Bildungsarbeit bei der Jugend bedarf, um die offiziell konzidierte politische Gleichberechtigung zur gesellschaftlichen und beruflichen Egalität mit den Pakeha auszubauen. Auch die Regierungsübernahme durch die konservative Partei des Aufsteigers John Key dürfte daran nichts ändern. Er will allenfalls die jährliche Einwanderungsquote Neuseelands, die sich auf 50.000 beziffert, reduzieren und mit dem Programm Kiwis First jene zahlreichen Neuseeländer zur Heimkehr ermutigen, die aufgrund höherer Gehälter und besserer beruflicher Chancen scharenweise ins benachbarte Australien ausgewandert sind. Die Maori ihrerseits begünstigen die Niederlassung von polynesischen Neubürgern, die aus dem ganzen pazifischen Raum kommend die Reise in das Land der langen weißen Wolken antreten. Am dynamischsten erweisen sich wieder einmal die Chinesen aus Taiwan und zunehmend aus der kontinentalen Volksrepublik, die mit beachtlichem Kapital ausgestattet, neben der Neugrundung von Betrieben auch den Erwerb ausgedehnter Immobilien anstreben. Die Situation Neuseelands ist gekennzeichnet durch das weiterhin enge Verhältnis zu Australien, aber auch durch tiefgreifende demografische Umschichtungen, die in Auckland besonders ins Auge fallen. Wir werden immer asiatischer und immer pazifischer, registrieren die Immigrationsbehörden und stellen sich auf eine gründliche Anpassung ein. Aus der Ferne betrachtet befindet sich Neuseeland als Ganzes im Zustand der Überalterung, zumindest was die Pakeha betrifft. So mancher britische Rentner würde sich wohlfühlen in dieser grünen Landschaft, die mit Cottages übersät ist. Doch Auckland, im Gegensatz zur offiziellen Hauptstadt Wellington, ist durch Jugendlichkeit geprägt. Die Stadt ist zum Anziehungspunkt für junge, ehrgeizige Asiaten geworden, die unweit ihrer eigenen Küsten Gelegenheit finden, sich mit der angelsächsischen Mentalität sowie mit einer auf Globalisierung ausgerichteten Technologie und Geschäftspraxis vertraut zu machen. Im Umkreis der großzügig angelegten Hochschulen, ihrer hypermodernen Einrichtungen, gewinnt man den Eindruck, dass die jungen, zielstrebigen Enkelmautsittungs sich unaufhaltsam auf dem Vormarsch befinden. In diesem Gemisch von Rassen und Kulturen hat sich spätestens seit den liberalen Sozialexperimenten der 70er und 80er Jahre eine Art Kulturrevolution vollzogen. Auf dem Campus der diversen Lehranstalten stelle ich freundliche Toleranz fest, die sich auch auf die bislang misstrauische Abkapselung der meisten Maori positiv auswirkt. An der Spitze dieses Aufbruchs, der mit der Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln einhergeht, profiliert sich Professor Manuka Henare, dem ich in dem hufeisenförmigen Kolossalgebäude der Auckland Business School begegne. Wie die meisten Maori-Intellektuellen und Vorkämpfer selbstbewusster Emanzipation kann Henare auf europäische Vorfahren verweisen. Seinem lockeren Auftreten und seinen Gesichtszügen merkt man die angelsächsische Abstammung an. Die ersten Europäer, die in Neuseeland siedelten, waren meist ohne Frauen angekommen und fanden offenbar Gefallen an den polynesischen Töchtern des Landes. Bei den führenden Maori von heute wird auch ohne jeden Komplex auf diese ethnische Mischung verwiesen, während in Australien eine solche Paarung von Weißen mit den Frauen der dortigen Aborigines wie eine Art Fluch empfunden wird. Professor Henare hat es sich zum Ziel gesetzt, die jungen Maori in die Welt der Moderne zu integrieren, ihnen eine hohe professionelle Qualifizierung in Business and Economics zu vermitteln, gleichzeitig jedoch die eigene Tradition unantastbarer Tabus hochzuhalten. Dabei stützt er sich auf eine andere Eigenart, die für alle Stämme unverzichtbar ist, und auf die Tugend des Manner, auf die Respektierung der kraftvollen, quasi sakralen Persönlichkeit eines jeden Einzelnen. Ich will nicht behaupten, dass ich mich in die Mentalität dieses seltsamen Volkes am anderen Ende der Welt hineingefunden hätte, aber die Lehrkräfte, denen ich begegne, ob sie Maori oder Kiwi sind, genießen bei ihrer multikulturellen Studentenschaft, mit der sie entspannt und heiter verkehren, beachtliches Ansehen und hohe Autorität. Bei den zahlreichen chinesischen Studenten kommt den Dozenten zudem jener tief verankerte Respekt vor dem Magister zugute, der Bestandteil des konfuzianischen Erbes ist. Auch dem Islam gegenüber zeigt man sich hier aufgeschlossen, wie aus einem Foto Professor Henares in brüderlicher Gemeinschaft mit zwei Korangelehrten aus Pakistan hervorgeht. Der Dekan verweist mich auf die mythische Bedeutung der Jade, von der laut Maori-Glaube heilsamer Einfluss ausgeht. In den mir verbliebenen Tagen suche ich eine Anzahl von arrivierten Maori auf, die in gediegenen Büros die Schwelle zum geschäftlichen Erfolg oder zu administrativer Kompetenz beschritten haben und denen bei aller Beharrung ihrer polynesischen Identität eine perfekte Anpassung an den westlichen Lebensstil gelungen ist. Das ethnische Sammelbecken Auckland hat auch seine Schattenseiten. Ich lasse mich zu dem Bezirk Otara fahren, der als Elendsviertel, als Siedlung von Asozialen gilt. Migranten von allen möglichen Inselgruppen des Pazifik, aber auch Indonesier und Filipinos leben dort als Arbeitslose oder Arbeitsscheue in relativ erträglichen Verhältnissen, dank der großzügigen Sozialgesetzgebung, die die Labour Party hinterlassen hat. Fast sämtliche Geschäfte von Otara sind fest in chinesischer Hand. Bei diesem Ausflug werde ich von Mr. Rajiv begleitet, dessen Familie aus dem indischen Subkontinent zugewandert ist. Angesichts der ärmlichen Unterkünfte der Unterprivilegierten, vor deren Eingang jedoch stets ein Auto geparkt ist, lässt der Inder seinen atavistischen Kasteninstinkten freien Lauf. Er äußert sich mit Herablassung, ja Verachtung über die gescheiterten Außenseiter der neuseeländischen Wohlstandsgesellschaft. Sogar den Maori begegnet Rajiv mit Arroganz. Die Maori, die stets ihre Muskelkraft spielen ließen, würden allzu oft dem Alkoholismus verfallen. Sie seien kriminell veranlagt und stets zu Schlägereien bereit. Mit diesen Eingeborenen sei besonders schlecht auszukommen, seit sie von den weißen Kiwis als zweite gleichberechtigte Nation Neuseelands anerkannt wurden. Neuerdings würden sie sich zumal gegenüber indischen Einwanderern streitsüchtig und bossy aufführen. Am Rande von Otara bin ich am Ende doch noch auf eine Maori-Organisation gestoßen, die sich auf die kriegerische Tradition des sogenannten King-Movement beruft und die Angleichung an europäische Sitten nur unter starkem Vorbehalt akzeptiert. In einer Art Marae, einem Versammlungsraum, der den Stil der polynesischen Behausungen nachahmt, entdecke ich eine Gruppe junger Männer und Frauen, die auf den ersten Blick etwas verschwörerisch und aufsässig wirken. Mir fällt wieder einmal der beachtliche Leibesumfang dieser Rasse auf, der aber nicht, wie das bei den in Amerika und Europa weit verbreiteten Verfettungen der Fall ist, auf exzessiven Genuss von Junkfood zurückgeht, sondern ein kraftstrotzendes Merkmal ihres Erbgutes ist. Die jungen Leute verstummen respektvoll, als ein mächtiger Mann mittleren Alters mit angegrauten Schläfen den Raum betritt und sich als hochverehrter Vorsitzender zu erkennen gibt. Der Koloss strömt beim ersten Kontakt keine übertriebene Freundlichkeit aus. Er drückt sich auf Englisch mit tief grollender Stimme aus, dann wendet er sich gebieterisch an seine Anhänger. Sein düsterer Gesichtsausdruck deutet an, dass er zu fürchterlichen Wutausbrüchen neigt. Der Maori-Häuptling hat mich gemustert und offenbar als ebenbürtigen Gesprächspartner eingestuft. Beim Erwähnen meines hohen Alters gesellt sich dazu der den Greisen geschuldete Respekt. Die nationalistisch orientierte Maori-Bewegung hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg in der Ratani-Kirche politisch artikuliert. Inzwischen sind die Ziele weiter gesteckt worden. Für diese resolute Gruppierung geht es um eine panpolynesische Bestrebung, um den Zusammenschluss all jener Archipele und Inseln, die von pazifischen Stämmen besiedelt sind und deren Angehörige in großer Zahl nach Neuseeland auswandern, weil ihnen der enge Lebensraum ihrer Atolle nicht mehr genügt. So ist Auckland zur großen polynesischen Stadt geworden. Sehen Sie sich die jungen Männer an, sagt der Häuptling. Ein Dutzend von ihnen kommt von den Samoa-Inseln, die 500 Kilometer entfernt liegen. Einige andere stammen aus Tonga und Kiribati, wo fast die gleiche Sprache gesprochen wird wie bei uns. Unser Ziel ist es, das Gewicht unserer Rasse, die auf so unterschiedliche Weise von den Briten, den Franzosen, den Amerikanern, kurzfristig von den Deutschen und den Japanern kolonisiert wurde, zu einer großen Einheit im stillen Ozean zusammenzufassen. Im Übrigen, fügt er mit einem grimmigen Lächeln hinzu, wenn heute allerorts von asymmetrischem Krieg die Rede ist, so haben sich unsere Vorfahren in dieser Form des Partisanenkrieges als wahre Meister bewährt. Sehr realistisch klingt das alles nicht. Auf den ständigen Strom neuer Einwanderer, vor allem vom asiatischen Kontinent angesprochen, äußert sich Tukarangi zurückhaltend. Seine Bedenken richten sich vor allem auf die Betriebsamkeit und das Durchsetzungsvermögen der Chinesen. An der Wand entdecke ich in englischer Sprache eine Beschwerde des Maori-Führers Karitoka aus dem 19. Jahrhundert, der sich über die Missachtung des Waitanga-Vertrages und die mutwillige Landnahme durch die Engländer entrüstete. Wir haben euch Land gegeben, so heißt es dort, und ihr gebt uns eine Pfeife. Das war es auch schon. Wir sind betrogen worden. Die Pakeha sind Diebe. Sie zerteilen eine Decke, machen zwei Hälften daraus und verkaufen sie für den Wert einer ganzen Decke. Sie kaufen ein Schwein für ein Pfund in Gold und verkaufen es für drei. Sie bekommen einen Korb Süßkartoffeln für sechs Pens und verkaufen ihn für zwei Schillinge. So gehen sie mit uns um. Sie bestehlen uns und dabei bleibt es. Solche anklagenden Töne sind selten geworden und die fünf Maori-Abgeordneten im Parlament von Wellington würden sich heute ganz anders ausdrücken. Der Chief neigt nicht zur Rätseligkeit und ich weiß, dass meinem Versuch, die Maori-Mentalität zu ergründen, enge Grenzen gesetzt sind. Der Abschied gestaltet sich herzlich. Die anwesenden Menschen küssen mich auf die Wangen und mit den Männern, mit Tukarangi zumal, nehme ich feierlich das Stirn- und Nasenzeremoniell Hongi genannt vor. Am Ende reichen wir uns die Hände, bilden einen Kreis und der Vorsitzende stimmt einen Maori-Gesang an, von dem ich kein Wort verstehe. Er endet mit einem dröhnenden biblischen Armen. Der Flug von Auckland nach Melbourne dauert etwa vier Stunden. Tief unter uns dehnt sich die Tasmansee in schwarzer Feindseligkeit. Ich fühle mich wohl bei diesen längeren Luftstrecken, die Muße für Entspannung und Nachdenklichkeit bieten. Ich bilde mir nicht ein, mein Ausflug nach Neuseeland habe die Frage erhellt, ob und wie bald sich das Schwergewicht des politischen und strategischen Weltgeschehens vom Atlantik zum Pazifik verlagern wird. Kurz vor meinem Aufbruch hatte ich in Teatatu, einem ärmlichen Vorort von Auckland, eine kleine protestantische Kirche entdeckt, in der sich eine Gemeinde von etwa 100 Einwohnern der Pazifikinsel Tuvalu zum Gottesdienst versammelte. Sie waren unter sich und die Predigt wurde in ihrer Sprache gehalten. Warum waren sie nach Neuseeland ausgewandert aus ihrer Heimat, deren neun Atolle mit 11.000 Einwohnern nur über eine Landfläche von 26 Quadratkilometern verfügen? Seit 1978 genießt dieser Mini-Archipel den Status eines unabhängigen Staates und ist als vollwertiges Mitglied der Vereinten Nationen anerkannt. Aber was nützt dieser Prestigegewinn? Der winzige Archipel verfügt über geringe Erwerbsmöglichkeiten, zumal eine planlose Bautätigkeit in der Hauptstadt von Gafale, die ökologische Gewichtung so verändert hat, dass die landwirtschaftlich nutzbare Fläche zunehmender Versalzung ausgesetzt ist. Tuvalu liegt weniger als einen Meter über dem Niveau des Ozeans und jeder Sturm hat verheerende Überschwemmungen zufolge. Dazu kommt der viel zitierte Klimawandel, der auch hier Zentimeter um Zentimeter zum Ansteigen der bedrohlichen Fluten führt. Binnen weniger Dekaben dürfte der Wasserspiegel einen halben Meter höher sein als heute und jede Existenzmöglichkeit ertränken. So manches andere Südseeparadies, von dem die Seefahrer des 18. und 19. Jahrhunderts färmten, wird dann von der Landkarte verschwunden sein. Während die Inseln zu versinken drohen, vollziehen sich in den mächtigen Kontinentalstaaten, die den Pazifik säumen und deren höher gelegene Küsten von einer vergleichbaren Katastrophe verschont bleiben, Kräfteverlagerungen, die noch vor einer Generation als Phantastereien abgelehnt worden wären. So gewinnt die Volksrepublik China dem Ozean sogar durch künstliche Erdaufschüttung Raum für zusätzliches Bauland ab. Es wird sich herausstellen, wie nachhaltig die Mentalität, das politische Verhalten des neuen US-Präsidenten Barack Obama, der im US-Staat Hawaii geboren und aufgewachsen, in Indonesien seine Schulzeit verbracht hat, von dieser geografischen Umorientierung geprägt und beeinflusst wird. Eine französische Studie über Umschichtungen im pazifischen Raum bestätigt, dass die ökonomischen und ökologischen Zwänge bereits 3.000 der 11.000 Polynesier von Tuvalu zur Emigration nach Neuseeland veranlasst haben. Noch dramatischer ist die Abwanderung aus West-Samoa, das ungefähr auf dem gleichen Breitengrad liegt. Auf dieser Vulkaninsel besteht zwar nicht die Gefahr, allmählich ins Meer abzugleiten, aber den 160.000 Samoanern fehlt es ebenfalls an Lebensraum und Zukunftschancen. Seltsame Nachwirkungen des imperialen Wahns, dem die weiße Menschheit noch bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges huldigte, lassen sich in diesem Raum ablesen. Der Schacher um die diversen Archipede des Stillen Ozeans hat bizarre Spuren hinterlassen. Nachdem die USA, dem Expansionsdrang ihres Präsidenten Theodore Roosevelt folgend, in einem Blitzfeldzug der spanischen Herrschaft über Kuba und Puerto Rico, ein Ende gesetzt und jenseits des Pazifik, das Star-Spangled Banner über den Philippinen gehisst hatten, blieben noch ein paar winzige Territorien zum Ausverkauf übrig. Die Atolle Mikronesiens fielen an das Wilhelminische Reich, das seinen Besitz auf Neuginea möglichst weit nach Norden abzurunden suchte. Zu jenem Zeitpunkt wurden sich London, Washington und Berlin auch über die Aufteilung Samoas einig. Die größere Westinsel wurde 1899 von den Deutschen annektiert, während die Ostinsel unter die Souveränität der USA geriet. Die Briten wurden mit dem Protektorat über das Königreich Tonga zufriedengestellt, auf das Berlin ein begehrliches Auge geworfen hatte. Den Weltmachtsträumen Wilhelms II. und seinen maritimen Ambitionen entsprechend, wäre Westsamoa vermutlich die Rolle einer Kohlenbunkerstation für die kaiserliche Flotte zugefallen. Schon hatte das Hohenzollernreich auf dem asiatischen Kontinent Fuß gefasst und über dem Hafen von Tsingtao die schwarz-weiß-rote Flagge gehisst. Die Halbinsel Shangdong sollte damals als Sprungbrett dienen für weitere Expansionen und eine deutsche Beteiligung an der geplanten Aufteilung des Reiches der Mitte. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat allen germanischen Ansprüchen auf Territorien am anderen Ende der Welt ein jähes Ende bereitet. Australische Landungstruppen besetzten im Handstreich Kaiser Wilhelm Land auf Neuginea sowie Neupommern und Neumecklenburg. Die Japaner erstürmten die kleine Festung Tsingtao und errangen kampflos die Oberhoheit über Mikronesien. Dem Commonwealth-Mitglied Neuseeland, das dem britischen Empire in Treue verbunden war, fiel die Aufgabe zu, das deutsche Schutzgebiet Westsamoa zu okkupieren. Nach Unterzeichnung des Versailler Vertrages wurden die ehemaligen deutschen Kolonien als Mandate des Völkerbundes an die diversen Siegermächte verteilt. Der Außenposten Samoa wurde der Autorität Wellingtons unterstellt, und dieses Mandat der League of Nations ging nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Treuhandrat der Vereinten Nationen über. Eine absurde Laune des Schicksals hatte bewirkt, dass Deutschland und Neuseeland sich im Sommer 1914 ein paar Stunden lang als Gegner gegenüberstanden und im Zentrum des Pazifischen Ozeans den Konflikt um eine Insel austrugen, von deren Existenz, geschweige denn von deren kurzer deutscher Historie, die meisten Bürger unserer heutigen Bundesrepublik nicht die geringste Ahnung haben. Drake-Passage Austral-Ozean im März 2007 Die Drake-Passage zwischen Feuerland und den Schottlandinseln wird bereits dem Austral-Ozean zugerechnet. Sie gilt neben dem benachbarten Kap Horn als der trügerischste, von unberechenbaren Riesenwogen stets aufgewühlte Meeresdurchlass, dem so manches stolze Segelschiff zum Opfer fiel. Der russische Eisbrecher Grigori Mekkejev stampfte mühselig, aber sicher, dem südlichsten argentinischen Hafen Ushuaia und der schmalen Beagle Street entgegen, wo die See sich beruhigen würde. Hinter uns lag die Antarktis, und ich war froh, dass wir uns keinem der großen Luxusdampfer anvertraut hatten, deren kompakte Touristenschar diese Einöde aus Eis, Fels und Nebel entweiht hätte. So konnten wir uns in Gesellschaft einer robusten russischen Schiffsbesatzung der Illusion hingeben, in den roten Zodiac-Schlauchbooten als einsame Entdecker in eine mir bislang völlig fremde Umgebung vorzustoßen, an der gemessen der an seinen Rändern schmelzende Eisblock Grönlands recht menschenfreundlich erscheint. Die Antarktis habe ich nicht als den sechsten Kontinent unseres Erdballs wahrgenommen, sondern fühlte mich auf einen anderen Planeten versetzt. Die unerbittlichen Gesetze biologischer Auslese offenbarten sich dort mit besonderer Grausamkeit. Mächtige See-Elefanten, die sich träge, am unteren Geröll wälzten, tauchten wie Ungeheuer eines Horrorfilms aus dem Dunst auf. Unser besonderes Interesse galt den See-Leoparden, diese elegant gestreckten Jäger, die ihren Namen dem Fleckenmuster ihres Fels verdanken, gehören einer extrem aggressiven Robbengattung an. Sie kreuzten unterhalb der Eiskante, von der die Pinguine sich ins Meer plumpsen ließen. Ihren Namensvettern der afrikanischen Savanne durchaus vergleichbar, zerfleischten sie ihre Beute im Nu. Eines dieser geschmeidigen Raubtiere, es mochte vier Meter lang sein, versuchte sogar, sich in der roten Schutzverschalung unseres Zodiac festzubeißen. Bei unseren zahlreichen Landausflügen wurden wir von sonnigem Wetter begünstigt. Nur einmal spürten wir uns den fürchterlichen Naturgewalten dieses Kontinents ausgeliefert. In der Deception Bay hatten wir kaum auf dem schwarzen Lavaboden eines jungen Vulkanausbruchs Fuß gefasst, da umhüllten uns plötzlich orkanähnliche Schneestürme, raubten uns jede Sicht, verwischten jede Spur, sodass wir uns wie Blinde an den Schultern der erfahrenen russischen Gefährten fortbewegten. Im Brausen der blendend weißen Schneemasse kam uns vorübergehend die Wahrnehmung abhanden, wo oben und wo unten war. Zwischen gigantischen Eisschollen, die sich oft zu Gebirgen türmten, wurden wir von Buckelwalen begleitet, die sich, durchaus wohlwollend, bis auf einen knappen Abstand näherten. Sie wären durchaus befähigt gewesen, mit einem heftigen Schlag ihrer gewaltigen Steuerflosse unser kleines Boot zu zertrümmern. Die gutmütigen Kolosse des Ozeans, denen nur der Mensch mit angeborenem Killerinstinkt nach dem Leben trachtet, hätten mich eigentlich mit bösen Ahnungen erfüllen und auf die finstere Sage von Morby Dick verweisen müssen, aber es gehörte wohl eine neurotische Geistesverirrung dazu, in diesen sich spielend tummelnden Giganten die Verkörperung des Bösen und teuflischer Verdammnis zu entdecken. In der späten Nacht glättete sich der sonst so aufgebrachte Australozean. Die trügerische Stille wurde mir zum Verhängnis. Um der Seekrankheit und ihrer unerträglichen Übelkeit zu entgehen, unter der der wackere Charles Darwin fünf Jahre lang gelitten hatte, hatten wir wirksame Vorsorge getroffen und ein unscheinbares Pflaster hinter das Ohr geklebt. Dieses Zaubermittel trocknete jedoch die Kehle aus und erregte starken Durst. Der vorübergehenden Flaute vertrauend tastete ich mich zu dem Wandschrank vor, wo sich zwei Plastikflaschen mit Wasser befanden, als ohne jede Vorwarnung ein gewaltiger Brecher seitlich gegen die Bordwand krachte. In hohem Bogen wurde ich durch die Kajüte geschleudert, prallte auf einen metallischen Kofferrand und blieb mit entsetzlichen Schmerzen und der Befürchtung, eine Querschnittslähmung erlitten zu haben, zwei Stunden lang liegen. Später stellte sich heraus, dass ich mir lediglich eine Rippe auf dem Rücken gebrochen hatte, eine Verletzung, die problemlos und schnell verheilte. Aber mein Rücken von der Schulter bis zum Gesäß schillerte in allen Schattierungen, blau, rot, gelb und grün, eine farbige Tätowierung, um die mich jeder Maori-Krieger beneidet hätte. Am Ende gelang es mir, den Schiffsarzt zu wecken, der mit Morphium-Spritzen die Pein linderte und mich wieder einsatzfähig machte. Um mich abzulenken, überreichte mir der Samariter einen kleinen Stapel Zeitschriften. Da wir von den Ereignissen der übrigen Welt seit zwei Wochen völlig abgeschnitten waren, griff ich begierig nach der Lektüre, musste jedoch zu meiner Enttäuschung feststellen, dass deren Erscheinungsdatum um mehrere Monate, ja Jahre, zurücklag. Beim Blättern in der archaischen Sammlung entdeckte ich in einer Ausgabe von Newsweek aus dem Jahr 2003 eine Abbildung, die mit merkwürdigen Assoziationen verbunden war. Auf dem Titelbild prangte eine Darstellung von Stärke und Triumph, die, bei Kenntnis des weiteren Verlaufs der Ereignisse, den Stempel des Niedergangs trug. Präsident George W. Bush war abgebildet, als er auf dem Deck des Flugzeugträgers Abraham Lincoln zu einer jubelnden Schiffsbesatzung sprach. Das Kriegsschiff kreuzte vor der kalifornischen Küste und auf einem riesigen Transparent, das über diese Hollywoodwürdige Inszenierung gespannt war, stand zu lesen Mission Accomplished. Der Commander in Chief verkündete allen realen Erkenntnissen zum Trotz, Amerika habe den Feldzug Iraqi Freedom erfolgreich abgeschlossen. Eigentlich hätte von diesem Propagandaauftritt, von der stolzen Cäsarenmaske des Präsidenten und den hoffnungsvollen Blicken seiner Matrosen eine zuversichtliche, ja euphorische Stimmung ausgehen müssen. Doch ich reagierte ganz anders, und das lag nicht nur an meiner Verärgerung darüber, dass hier wieder einmal schamlos gelogen und eine unverantwortliche Form massiver Desinformation betrieben wurde. War es ein Wachtraum, der auf die Wirkung des Morphiums zurückzuführen war? Dieser Imperator der neuen Welt, der das trügerische Spektakel so selbstherrlich genoss, erschien mir plötzlich unter der tragischen Maske des Käpt'n Ahab, und in den weit aufgerissenen Augen der begeisterten Matrosen des Flugzeugträgers spiegelte sich das Entsetzen der Harponierer der Picot, als sie das Monstrum Moby Dick aus den Fluten des Pazifik auftauchen sahen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich bei der politischen Bewertung aktueller Vorgänge in den USA der Parallele zwischen George W. Bush und dem Käpt'n Ahab bediene. Gewiss, im stets zuversichtlichen, energischen Ausdruck des amerikanischen Stadtchefs war nicht die geringste Ähnlichkeit zu entdecken mit der finsteren Verbissenheit, die den Walfischjäger Ahab bei seiner mythischen Jagd quälte, aber diese zutiefst unterschiedlichen Gestalten bildeten gewissermaßen die Kehrseite der gleichen Medaille. Beide fühlten sich in ihrer Eigenschaft als Born Again von Gott berufen, den Kräften des Bösen zu trotzen. Sie handelten im Auftrag des Allerhöchsten, um jene satanischen Kräfte auszurotten, die sich für den einen in der Untergangsvision des Wals Moby Dick, für den anderen in der Horrorgestalt des Terroristen Osama Bin Laden offenbarten. In dieser apokalyptischen Konfrontation gab es kein Nachlassen, kein Rasten, keine Gnade. Der teuflische Wal verkörperte all jene Kräfte der Verdammnis, gegen die schon die Propheten Israels ihren Bannfluch geschleudert hatten, während Osama Bin Laden und sein Gespenster Gefolge von Al-Qaida den Kern einer weltweiten Verschwörung bildeten, die die Vernichtung all jener christlichen und demokratischen Werte betrieben, denen America the Beautiful seine tugendhafte Einzigartigkeit verdankte. Schweinebucht Kuba im Februar 2009 Von einem Ausflug nach Guantanamo ist mir lebhaft abgeraten worden. Dieser amerikanische Stützpunkt im äußersten Osten Kubas, der einen so sinisteren Ruf hat, sei weiträumig abgesperrt und von kubanischem Gebiet aus wäre nicht einmal ein Ausblick auf die Baracken und Käfige der dort inhaftierten Terroristen zu erhaschen. So habe ich mich für ein anderes Ziel entschieden, dessen historischer Bedeutung sich die wenigsten erinnern durften, obwohl der kuriose Name Schweinebucht sich einprägen sollte. Am 17. April 1961 war hier der Versuch Washingtons gescheitert, die sozialistische Revolution, die Fidel Castro kaum drei Jahre zuvor ausgerufen hatte, durch eine von der CIA intensiv aber dilettantisch geplante Invasion aus den Angeln zu heben. An der Kubakrise von Oktober 1962 gemessen, als die beiden Supermächte des Kalten Krieges nach Stationierung sowjetischer Raketen auf der Zuckerinsel am Rand eines Atomkrieges standen, mag die Landung von 1400 Exil-Kubanern am Strand von Giron wie eine belanglose Episode erscheinen. Ihre Nachwirkungen dürfen jedoch nicht unterschätzt werden. Dem elementaren Überlebensinstinkt Khrushchevs und John F. Kennedys war es zu verdanken, dass es beim kubanischen Raketenpoker nicht zur nuklearen Apokalypse kam. Stattdessen wurden damals zwischen Washington und Moskau die Spielregeln eines Kompromisses, ein Verhaltenskodex vereinbart, der jeder unkontrollierten Ausweitung oder Verschärfung des Konflikts zwischen Ost und West präzise Grenzen vorschrieb. Das Fiasko der amerikanischen Intervention an der Schweinebucht wirkt hingegen langfristig nach. Der von Eisenhower geplante und von Kennedy leichtfertig aktivierte Überfall, der sich, in sträflicher Unkenntnis der damals noch ungebrochenen Revolutionsbegeisterung der Bevölkerung, auf eine kubanische Massenerhebung gegen Fidel stützen sollte, war ebenso blamabel gescheitert wie alle anderen Versuche der CIA, den Maximo Lider durch vergiftete Zigarren oder andere Scherzartikel ins Jinsatz zu befördern. Ansonsten war es dem amerikanischen Geheimdienst und den von ihm finanzierten Kontragruppen immer wieder gelungen, sei es in Guatemala, in El Salvador, in Nicaragua, in Kolumbien, in Uruguay, in Chile, ein Abgleiten dieser Staaten ins Lager des radikalen Sozialismus zu konterkarieren oder im Keim zu ersticken. Aber auf Kuba hat ein mit Moskau paktierender Zwergstaat von zehn Millionen Menschen demonstriert, dass aufsässige Latinos, die nur durch eine schmale Meerenge von den Vereinigten Staaten und deren ungeheurem Rüstungsarsenal entfernt leben, bereit waren, ein halbes Jahrhundert lang den Sanktionen und Einschüchterungen der weit überlegenen Yankees standzuhalten und sogar zur Ausweitung der proletarischen Weltrevolution starke Truppenkontingente von Internationalistas in mehrere heiß umkämpfte Staaten Afrikas zu entsenden. Manches erinnert auf Kuba an die ehemalige DDR. Seit meinem letzten Aufenthalt in Havanna vor einem Vierteljahrhundert hat sich an dem tragischen Verfall des einstigen Prunkstücks spanischer Kolonisation wenig geändert. Ein Polizeistaat ist dieses sozialistische Modell ebenfalls geblieben, auch wenn sich jeder Vergleich mit dem surrealistisch anmutenden Größenwahn und Personenkult Nordkoreas verbietet. Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln reicht aus, um zu überleben. Überraschend groß ist die Zahl der westlichen Touristen auf der Karibikinsel, meist Kanadier und Deutsche. Für US-Bürger ist das von Washington verhängte Einreiseverbot weiterhin in Kraft. Aber es zeigen sich bereits die ersten Risse im System. Während es für den normalen Kubaner außerhalb der mageren Rationen praktisch nichts zu kaufen gibt, stehen den Urlaubern reichhaltig ausgestattete Devisenläden zur Verfügung. Das Nebeneinander von zwei Währungen, eine wertlose für die Einheimischen und ein auf Dollar und Euro ausgerichteter Peso-Konvertible für die privilegierten Fremden, muss zwangsläufig den Überdruss an dem eigenen, hochgepriesenen System steigern. Die Anhänger Kastros hätten doch gerade in der jetzigen Phase eines globalen Niedergangs des Kapitalismus die Chance gehabt, ideologisch aufzutrumpfen und auf die angeblichen Wohltaten ihres sozialistischen Systems zu verweisen. Stattdessen präsentiert sich das fehlgeleitete Experiment des karibischen Marxismus als kläglicher Misserfolg, als erbärmliche Mangelwirtschaft. Fasziniert blicken die Touristen auf die altertümlichen Limousinen der prärevolutionären Epoche, Buicks, Chevrolets, sogar Cadillacs aus den 50er Jahren, deren mächtige Karosserien durch ständige Reparaturen eine begrenzte Farbtüchtigkeit bewahren und sich für prächtige Souvenirfotos eignen. Der spanischen Altstadt von Havanna käme der morbide, melancholische Charme vermutlich schnell abhanden, falls sich eines Tages die Tore für einen unbegrenzten Zustrom von Yankees aus dem Norden öffnen würden. Dann würden die fauligen, morschen Mauern unter grellem Putz verschwinden und schreiend bunte Plakate der Werbeindustrie ein üppiges Konsumangebot vortäuschen. Mir ist nicht entgangen, dass ich zu jedem Zeitpunkt unter Beobachtung der Sicherheitsorgane stehe, dass unser Hotel Saratoga, das unmittelbar auf die gigantische Kuppel des Kapitols blickt und in grandiosem Kolonialstil restauriert wurde, scharf bewacht ist. Auch unsere Fahrt zur Schweinebucht, die ohne jede Belästigung oder sichtbare Kontrolle über eine gepflegte Asphaltstraße verläuft, wird registriert. Auf dieser Plattenstrecke von etwa 200 Kilometern, die von Zuckerrohr und Obstplantagen gesäumt ist, einen gepflegten Eindruck macht die hiesige Landwirtschaft nicht, gibt es nichts Auffälliges oder gar Geheimnisvolles zu entdecken. Das ehemalige Schlachtfeld an der Schweinebucht ist zu einer Art Disneyland ausgebaut worden. Ein Panzer und eine Kanone antiker sowjetischer Bauart erinnern daran, dass die damals noch recht bescheidenen Streitkräfte Fidel Castros durch Verräter gewarnt bereits in Stellung gegangen waren und die Landungsboote unter konzentriertes Feuer nahmen, noch bevor die kontrastfesten Boden unter den Füßen hatten. In einer supermodern eingerichteten Gaststätte steht ein reichhaltiges Nahrungsangebot für die Bevorzugten bereit, die über Ausländergeld verfügen. Ein riesiges Gemälde im Stil des sozialistischen Realismus verherrlicht die erfolgreiche Abwehr der Invasion. Die unglückseligen Konterrevolutionäre besaßen im April 1961 nicht die geringste Chance, einen Waffenerfolg zu erringen. Sie waren von der CIA nach hartem Training in Nicaragua lediglich mit Infanteriewaffen sowjetischer Produktion ausgestattet worden, aber im entscheidenden Moment verweigerte ihnen John F. Kennedy die Unterstützung der US Air Force, die der Angriffstruppe fest zugesagt worden war. Die übermütigen Exilkubaner waren von Washington angestiftet und dann schmählich im Stich gelassen worden. An Ort und Stelle kann man sich nur darüber wundern, welcher Stratege ausgerechnet die Schweinebucht für dieses Himmelfahrtskommando ausgesucht hatte. An der Südflanke des dortigen Strandes von Giron erstreckt sich ein weites Sumpf- und Morassgelände, wo sich lediglich die Alligatoren in ihrem Element fühlen. Bei den in Florida zahlreichen Castro-Gegnern, die dort Zuflucht vor der Revolution gesucht hatten, schlug John F. Kennedy, dem Mann, den man für dieses Desaster verantwortlich machte, nunmehr blanker Hass entgegen. Das Gerücht wurde nie widerlegt, wonach der tödliche Anschlag auf den Präsidenten in Dallas, den man krampfhaft dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald anzulasten suchte, von Verschwörungszirkeln erbitterter enttäuschter Exilkubaner in geheimer Komplizenschaft mit Elementen der CIA sehr professionell angezettelt wurde. Warum ich die Schlussbetrachtung dieses nach Ozeanien ausgerichteten Kapitels ausgerechnet auf die Karibikinsel verlege? Das Datum spielt dabei die entscheidende Rolle. Der Februar 2009 wird in Anna durch zwei große Ereignisse überschattet. Ganz offen wird über das langsame Dahinsiechen Fidel Castros diskutiert, der nach einem halben Jahrhundert uneingeschränkter Alleinherrschaft über die Zuckerinsel die höchste Verantwortung bereits offiziell an seinen Bruder Raul delegiert hat. Raul, der zuletzt als Verteidigungsminister amtierte, ist weit davon entfernt, das Charisma seines um fünf Jahre älteren Bruders zu besitzen. Es fehlt ihm auch die tiefe sentimentale Zuneigung, die immer noch weite Teile der kubanischen Bevölkerung an den magischen Revolutionär bindet. Allen Rückschlägen und Fehlentscheidungen zum Trotz verfügt Fidel weiterhin über ein gewaltiges Prestige. Das gilt nicht nur für Kuba, sondern für ganz Lateinamerika, wo selbst seine entschiedenen Gegner in ihm einen Nachfolger Bolivars oder Mirandas bewundern. Der alte, todkranke Mann, wer seine Partisanenuniform gegen einen vulgären Jogginganzug eingetauscht hat, wechselt ständig sein Domizil und meidet die Öffentlichkeit. Die Atmosphäre in Havanna erinnert mich bei aller Gegensätzlichkeit der Temperamente und Kulturen an die lähmende Stimmung, die sich Pekings bemächtigt hatte, als Mao Zedong im Sterben lag und sein Auftrag des Himmels erlosch. Elf amerikanische Präsidenten hat Fidel Castro überlebt, aber seit dem letzten Führungswechsel im Weißen Haus von Washington ahnt wohl dieser erfahrene politische Dinosaurier, dass in dem übermächtigen Nachbarland mit der Inauguration des neuen Präsidenten Barack Obama am 20. Januar 2009 ein politischer Erdrutsch, eine sensationelle Umkehr stattgefunden hat, die auch für die Stabilität seines eigenen Regimes unkalkulierbare Folgen nach sich ziehen wird. Es war ja so viel leichter, gegen einen Präsidenten vom Schlag George W. Bushs Front zu machen, der selbst bei den eigenen Landsleuten als Kriegstreiber und Heuchler in Verruf gekommen war, als gegen einen liberalen Farbigen zu Felde zu ziehen, dem die ganze Welt zu Füßen liegt und der sehr viel schneller, als man in Havanna erwartete, auch gegenüber Kuba eine großzügige Kursänderung andeutete und offenbar auf die überflüssigen Blockademethoden seiner Vorgänger verzichten möchte. Eine solche Lockerung und Öffnung, das spürte der ermattete Befehlshaber, würde sich für die Selbstbehauptung des von ihm errichteten Zwangsregimes weit negativer und zersetzender auswirken als die ermüdenden Hass-Tiraden und die kleinlichen Wirtschaftsschikanen, in die sich die Neokonservativen verrannt hatten. Schon hört man in Washington, dass den in den USA lebenden Kubanern uneingeschränkte Ausreisegenehmigungen in ihre alte Heimat erteilt und der Besuch ihrer Familienangehörigen jenseits der Straße von Florida erlaubt würde. Am Ende einer solchen massiven Familienvereinigung, einer solchen Sippen-Symbiose, könnte die bei den Kubanern stets ausgeprägte paradoxe Zuneigung für den Lebensstil der Yankees, man denke nur an die Leidenschaft für das Baseballspiel, das auch Castro teilt, wieder zum Zugekommen. Die Attraktivität der Konsumgesellschaft würde ein Übriges tun. Andererseits stellt sich die Frage, ob die unterschwellig vorhandene Bewunderung des American Way of Life nicht kompensiert wird durch eine unaufhaltsame Kubanisierung und Hispanisierung Floridas, die infolge der massiven Präsenz großer Immigrantenkolonien bereits weit gediehen ist. Der ungehemmte Zustrom von Neueinwanderern nach Öffnung der US-Grenzen könnte eine folgenschwere ethnisch-kulturelle Umschichtung zugunsten der Latinos nach sich ziehen, die heute bereits zwischen Rio Grande und Hudson River um sich greift. Der sozialistische Umsturz auf Kuba hatte bewirkt, dass die allmächtige Oligarchie spanischer und baskischer Einwohner, d.h. solcher rein europäischen Ursprungs, soweit sie nicht auswanderte, ihre exklusive führende Position einbüßte und der Gleichberechtigung ja der Bevorzugung der bislang unterprivilegierten Bevölkerungsmehrheit der farbigen Rechnung tragen musste. Dabei stellte man mit etwas Verwunderung fest, dass die oberste Führungsschicht, zumal die beiden Idole der marxistischen Revolution der weißen Oberschicht angehörten. Die Familie Fidel Castros war erst vor einer Generation aus dem spanischen Asturien nach Kuba ausgewandert, der als Märtyrer verehrte Che Guevara wurde als Sohn iberischer Eltern der gehobenen Klasse in Argentinien geboren. Wird nunmehr nach der Zwischenphase des Bruders Raul ein Molatte oder ein Schwarzer an die Spitze des Staates treten, wie das dem ethnischen Proporz des Inselstaates entspreche? Von Rassismus ist auf Kuba tatsächlich kaum etwas zu spüren, aber es mutet schon eigenartig an, dass in dem Moment da Fidel Castro, der in seiner Alleinherrschaft überwiegend von der nicht-weißen Bevölkerungsmehrheit seiner Karibikinsel getragen wurde, im Begriff steht, das Zeitliche zu segnen, in den USA, die unlängst noch als Hort rassistischer Vorurteile und Diskriminierung angeprangert wurden, ein Präsident ins Weiße Haus gewählt wird, dessen Vater einem afrikanischen Nilotenstamm aus Kenia entstammt und zu allem Überdruss noch der Glaubensgemeinschaft des Propheten Mohammed angehörte. Dass den Vereinigten Staaten von Amerika in der Stunde schwerster Bedrängnis die rettende Heilsgestalt unter den Zügen eines Afro-Americans entstand, dass dieser 44. Präsident Barack Obama von seinen Bewunderern in aller Welt wie ein Messias gefeiert wurde, deutet auf eine historische Wende hin, an der gemessen der Anschlag auf das World Trade Center von Manhattan zum Fed Divers schrumpft. In der Berufung eines schwarzen Citizen, in Wirklichkeit handelt es sich um einen Mulatten zum Staatschef und Commander in Chief, offenbart sich eine soziologische Revolution. Im Jubiläumsjahr Charles Darwins ist man versucht, von einer genetischen Mutation der nordamerikanischen Gesellschaftsstruktur zu sprechen, die erst am Anfang ihrer evolutiven Weiterentwicklung steht. Vermutlich wäre dieser sensationelle ethnische Coup d'Etat sogar knapp gescheitert und der republikanische Gegenkandidat John McCain hätte einen schmalen Vorsprung behauptet, wenn nicht die Basis des Finanz- und Wirtschaftssystems, auf der die angelsächsisch-protestantische Staatsgründung der USA bisher ruhte, in ihren Grundfesten erschüttert worden wäre. Auf dem Höhepunkt der Krise reichte es nicht, dass der kalvinistisch geprägte Kapitalismus, der sich anfangs in puritanischer Strenge entfaltet hatte, durch die maßlose Gier der Spekulanten und den vulgären Hedonismus einer neuen Kategorie von Glücksrittern verdrängt wurde. Seltsame Zufälle treten hierzutage. Weit über die Grenzen der USA hinaus verbreitet sich ein Gefühl der Erleichterung, ja der Erlösung, dass die verhängnisvolle Ära der Irrungen unter George W. Bush zu Ende geht. Darüber hinaus kommt die Hoffnung auf, dass Amerika, dass seine Erbsünde der Rassendiskriminierung so spektakulär den Rücken kehrte, wieder zu den hohen Idealen der Menschenrechte und der Menschenwürde zurückfindet, die die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg so dankbar und bewundernd übernommen hatten. Die Debatte darüber, wer Barack Obama wirklich ist, welche Form von Changes er tatsächlich erzwingen will und kann, wird andauern und unweigerlich an Brisanz gewinnen. Die Euphorie ist vor einem ernüchternden Backlash nicht gefeit. Der bizarre Werdegang, der Barack Obama dazu gebracht hat, die erdrückende Last seines Vorgängers auf sich zu nehmen, die Chancen und Risiken, denen er sich ausliefert, werden noch ganze Legionen von Kommentatoren, Geografen und Historikern beschäftigen. Es wäre vermessen, heute schon Konklusionen vorwegzunehmen. Man muss die USA seit einem halben Jahrhundert kennen, aus der Zeit, als die Rassentrennung in den Dixi-Staaten tatsächlich noch einer Apartheid gleichkam, um das Wunder von Washington in seinem ganzen Ausmaß zu erkennen. Lyndon B. Johnson hatte die Nationalgarde dann sogar die Armee ausschicken müssen, um die Durchsetzung seiner Civil Rights Gesetzgebung um 1965 Mano Militari zu erzwingen. Ich hätte nie gedacht, dass der Tag Barack Obamas jemals kommen würde, schreibt der Kolumnist Frank Rich, und ich kann immer noch nicht glauben, dass es sich wirklich ereignet hat. Er verdeutlicht, dass am Beispiel des Regierungssitzes Washington D.C., der sich zu der Zeit der Wahl John F. Kennedys als erste amerikanische Großstadt mit überwiegend schwarzer Bevölkerung herausbildete, ohne dass diese ethnische Realität einem flüchtigen Besucher überhaupt aufgefallen wäre. Drei Monate nach dem Wahltag, so stellte Rich im Januar 2009 weiter fest, bleibt die Tatsache kaum erklärbar, dass das amerikanische Volk die Präsidentschaft einem jungen, schwarzen Mann anvertraute, der aus dem Nichts zu kommen schien, who seemed to come out of nowhere. In zahllosen Zeitungsartikeln wurde Obama als schwarzer Kennedy gefeiert, aber dieser in Europa beliebteste aller amerikanischen Präsidenten hat für die Überwindung der Rassendiskriminierung keinerlei Initiative ergriffen. War er doch in der damaligen Situation noch auf ein reaktionäres weißes Stimmenpotenzial in Dixeland angewiesen. Unvermeidlich wird Martin Luther King ins Gedächtnis gerufen mit seiner Predigt »I have a dream«. Aber das einzige, was diese zutiefst unterschiedlichen Repräsentanten der schwarzen Bevölkerungsgruppe vereint, ist die Gefahr des Meuchelmordes, dem Martin Luther King bereits zum Opfer fiel und die Barack Obama ständig umlauert. Der Ursprung des schwarzen Mannes im Weißen Haus gibt manches Rätsel auf. Die Tatsache zunächst, dass sein Vater nicht etwa der Nachkomme von westafrikanischen Sklaven war, die sich immerhin auf eine lange Präsenz in Amerika berufen können, sondern dass er im ostafrikanischen Kenia als freier Mann geboren und Angehöriger des Luovolkes war, hätte beinahe eine Vielzahl der alteingesessenen Afroamericans davon abgehalten, diesem Außenseiter, diesem Exoten, diesem Newcomer ihre Stimme zu geben. Aus dem Namen Barack Hussein geht deutlich hervor, dass sein Vater, der im überlieferten Stammesmilieu aufgewachsen war, der muslimischen Glaubensgemeinde angehörte. Er hatte eine bemerkenswerte akademische Karriere durchlaufen, bevor er als Universitätsdozent auf Hawaii die durch und durch weiße Mutter Obamas kennenlernte und ehelichte. Das arabische Wort Barack ist mit Segen Allahs zu übersetzen, und der Name Hussein bezieht sich auf den Enkel des Propheten Mohammed, der vor 1300 Jahren als Kämpfer des schiitischen Glaubenszweiges in Kerbela den Märtyrer-Tod erlitt. Daraus leiten manche Iraner ab, dass Vater Obama Schiit gewesen sein müsse. Da das koranische Recht sich an die patrilineare Erbfolge hält und den Nachkommen eines Muslim zwangsläufig in die islamische Umma eingliedert, würde im Prinzip das Ausscheiden von dieser weltweit religiösen Gemeinschaft als Irtida, als Reda, als Abfall vom wahren Glauben verdammt und mit dem Tod bestraft. So wäre es nicht ausgeschlossen, dass der neue amerikanische Präsident, der sich zum Christentum bekennt, das Ziel eines islamischen Fanatikers würde. Die Gefahr jedoch, dass ihn ein rabiater weißer Rassist, ein Nostalgiker des Kuckucks Klan, ins Visier nähme, ist wesentlich größer. Der Fall Obama steht für eine Gewichtsverlagerung in den USA, die weit über das Schicksal seiner ungewöhnlichen Persönlichkeit hinausreicht. Sein Name klingt wie das Signal für ein Amalgam unterschiedlicher Rassen, für ein multikulturelles Magma, das die schrittweise Umgestaltung Nordamerikas andeutet. Es sind ja nicht nur die African Americans, deren Prozentsatz sich bei etwa 12 Prozent der Gesamtbevölkerung stabilisiert hat, die sich nicht länger aus den Staatsgeschäften ausschließen lassen. Der Zustraum lateinamerikanischer Zuwanderer, vor allem aus dem vom Bandenkrieg der Drogenmafia aufgewühlten Mexiko, hat eine profunde Umschichtung bewirkt. Die spanisch-indianischen Mestizen, die Hispanics, Latinos oder Spics, wie sie von der verbitterten weißen Unterschicht genannt werden, machen mit schätzungsweise 50 Millionen Menschen bereits ein Sechsel der Gesamtbevölkerung der USA aus und ihre Immigration, legal oder illegal, nimmt ständig zu. Der neue Präsident empfinde aufgrund seiner multikulturellen Vita und seiner dunklen Hautfarbe eine spontane Affinität zu den spanisch- oder portugiesisch geprägten Staaten des Subkontinents, so sollte sein Auftritt bei der Konferenz von Trinidad und Tobago kommentiert werden. Eine deutsche Zeitung schreckte nicht vor der Vorstellung zurück, er passe geradezu idealtypisch zu dem Rassenkuddelmuddel dieser Region. Daraus ergebe sich die Wiederbelebung einer gegenseitigen Sympathie und einer Konsolidierung des nordamerikanischen Einflusses jenseits des Rio Grande, der in den letzten Jahrzehnten so sehr zu Schaden gekommen war. Man kann die Dinge jedoch auch aus ganz anderer Perspektive sehen. Nicht die Kringos des Nordens würden am Ende die Nutznießer dieser ethnisch-kulturellen Annäherung sein, sondern jene bunt gescheckte Staatenwelt, die den USA wirtschaftlich zwar weit unterlegen bleibt, mithilfe ihres demografischen Übergewichts und einer neu entwickelten Dynamik jedoch die Balance zu ihren eigenen Gunsten verschieben könnte. Die Gretchenfrage, die diesseits des Atlantiks an Obama gerichtet wird, lautet bereits, wie hältst du es mit Europa? Ob er die atlantische Präferenz weiterführen wird, für die sich seine sämtlichen Vorgänger entschieden hatten, ob er Europa instinktiv eine Priorität einräumen wird, die bislang der Leitfaden amerikanischer Außenpolitik war? Berührungspunkte zum alten Kontinent hat es in seinem Lebenslauf kaum gegeben, und vielleicht hat ihn der hemmungslose Jubel von 200.000 Berlinern vor der Siegessäule im Tiergarten ähnlich befremdet, wie das angeblich bei John F. Kennedy der Fall war, als dessen Erklärung »Ich bin ein Berliner« einen Begeisterungstaumel auslöste, der eines Reichsparteitages würdig war. Den Kassandra rufen, die aus Europa über den Atlantik tönen und die den Vereinigten Staaten einen unaufhaltsamen Abstieg voraussagen, wird oft entgegengehalten, dass der Prozentsatz der Europäer an der Gesamtbevölkerung des Globus binnen relativ kurzer Frist von 20% auf 4% geschrumpft sei und dass die Überflutung des Abendlandes durch afrikanische und orientalische Migranten die Form einer Völkerwanderung anzunehmen drohe. Dem könnte eine nüchterne und deprimierende Analyse der Verhältnisse in der neuen Welt entgegengehalten werden. Samuel Huntington, der durch seine düsteren Prognosen vom Clash of Civilizations berühmt wurde, hat in seiner letzten Studie »Who are we?« einen beschwörenden Appell an seine weißen und protestantischen Landsleute gerichtet, die er der rassischen und kulturellen Erosion ausgesetzt sieht. Er ruft sie dazu auf, dem Substanzverlust mit verzweifelter Energie entgegenzutreten. Es war wohl ein schicksalhafteres, Zufall, dass Huntington fast genau an dem Tag verstarb, an dem der Afroamerikaner Barack Obama erkoren wurde, das Schicksal von »God's Own Country« in seine Hände zu nehmen. Java, Yogyakarta im März 2008 Der Geburtstag des Propheten Mohammed, Maulud oder Maulid genannt, wird in Solo, dem alten Sultanssitz im Herzen Jawas, wie eine riesige Kirmes und ein Familienfest gefeiert. Selbst für asiatische Verhältnisse wirkt das Gedränge beklemmend. Mit unendlicher Geduld hat sich mein Begleiter, der Agronom Ipang, mit seinem alten Peugeot bis in die Nähe der Augung-Moschee durchgeschlängelt. Einen Parkplatz findet er in dem Gewühl jedoch nicht, sodass er während meines Besuchs der Mesjid, die mit weit ausgreifendem Dach im Stil eines malaischen Gemeindehauses gebaut ist, zusätzliche Runden fahren muss, in der Hoffnung, mich am Eingang des Gebetshauses wieder anzutreffen. Ich bin der einzige Nicht-Asiate in diesem Getümmel, das vom Lärm der Kleinen, dem Zimbelklang, des Gamilanen und dem verzweifelten Hupen der Autobusse bestimmt wird, zwischen deren kompakten Blechstrom, zahllose Motorräder einen Durchlass suchen. Bei den Erwachsenen herrscht keinerlei Ausgelassenheit vor, dem Fremden begegnet man mit dem landesüblichen Lächeln, das ich nach Kräften erwidere. Immer wieder werde ich in schlechtem Englisch nach meiner Herkunft gefragt, und ich behaupte, dass ich aus dem Libanon stamme. Die Stadt Solo, die mehr als eine halbe Million Menschen zählt, gilt als Hort einer strengen islamischen Religionsausübung und unterscheidet sich dadurch von manchen anderen Regionen Indonesiens. Sie leidet darunter, dass sie stets im Schatten des nur 80 Kilometer entfernten Sultanats Yogyakarta stand, dessen Herrscher sich im 18. Jahrhundert als der weitaus mächtigste Fürst auf Java durchsetzen konnte. Immer wieder ist es in Solo zu blutigen Aufständen gekommen, die sogar die Form von kollektivem Amoklauf annahmen. Auf der Fahrt nach Solo habe ich eine bescheidene christliche Kirche entdeckt. Da fällt mir plötzlich ein, dass durch einen puren Zufall der unterschiedlichen Kalender der Kreuzestod Christi in diesem Jahr an dem gleichen Tag betrauert wird, an dem die islamische Glaubensgemeinschaft die Geburt ihres Propheten Mohammed feiert. Ein eigenartiges Zusammentreffen, auch wenn es keinerlei Absicht entspricht. Nachdenklich hat mich diese Koinzidenz dennoch gestimmt. Hier wird tragisch daran erinnert, dass die Eroberung der Welt durch den weißen Mann, die vor genau einem halben Jahrtausend die Ozeane überwand und zu ihrem Triumphzug ausholte, parallel zur Ausbreitung des Christentums stattfand, dass Kolonisierung und Missionierung beinahe zwangsläufig Hand in Hand gingen. Warum eignet sich die indonesische Insel Java so trefflich für eine Deutung religiöser Gegensätze und religiöser Analogien? Von den 220 Millionen Einwohnern der Republik Indonesien leben fast zwei Drittel auf Java. Hier überlagern sich sukzessive Schichten kultureller Vielfalt und historisch differenzierter Doktrinen. Die Verworrenheit ist groß und die Analysen der Beobachter stimmen selten überein. Nicht nur Java, ganz Indonesien taumelt seit dem Kampf um die Unabhängigkeit von Holland, der 1948 erfolgreich abgeschlossen wurde, in einen seltsamen Kontrast. Auf der einen Seite verweisen wohlwollende Exegeten auf die konstitutionell verankerte Duldsamkeit der Pankshasila, die die koranische Religion in diesem Land vor den fanatischen Exzessen bewahre, die hier und dort im Darul-Islam aufflackern. Auf der anderen Seite wird Insulinde periodisch durch Ausbrüche mörderischer Wut heimgesucht, durch kollektive Raserei, die sich bei Gelegenheit als Dschihad gebärdet und auch im internationalen Wortgebrauch mit der malayischen Vokabel Amok benannt wird. Jedes Mal, wenn ich mich publizistisch mit Indonesien befasste, wurde ich der Schwierigkeit gewahr, so viele Widersprüche zu gliedern und zu durchleuchten. Zu später Stunde, aber in aller Öffentlichkeit, findet im Innenhof des Kraton des Sultans von Jakarta eine Aufführung des althergebrachten Schattentheaters des Vajang-Kulitstadt. Die Plattenfiguren sind aus Büffelleder geschnitten und begegnen dem Zuschauer mit seltsam verzerrtem Profil, mit vorstehender Nase, bizarrem Kopfschmuck und spindeldürren Gliedmaßen. Mir hatten die Puppen, die auf vielen Märkten feilgeboten werden, nie sonderlich gefallen. Doch an diesem Karfreitagabend beleben sie sich, von einer spärlichen Lampe im Hintergrund angestrahlt, mit eindrucksvoller Gestik hinter dem aufgespannten Schirm. Was hier dargestellt wird, ist die altindische Sagenwelt des Ramayana und des Mahabharata. Die Namen und Taten der Heron und Dämonen sind jedem Javaner vertraut. Das Interesse und die Anteilnahme des Volkes am Schicksal dieser fernen, düsteren Legenden gestalten, die aus einem ganz anderen, dem arisch-indischen Kulturkreis importiert wurden, die Freude an ihren Kämpfen und Leidenschaften ermüden offenbar nie. Die Aufführung des Vajang-Kulit beginnt nämlich in der Regel am frühen Abend und dauert bis in die Morgenstunden des folgenden Tages. Die Schilderung und die Dialoge der altüberlieferten Vorgänge werden von dem nie erlarmenden Puppenspieler, dem Dallang in wechselnden, auch weiblichen Tonlagen rezitiert. Es heißt, dass der Durchschnittsjavaner heute noch die aktuellen politischen Ereignisse unbewusst auf das Gebaren der Helden und Ungeheuer von einst überträgt. Hinter jedem Geschehen ist der Gegenwart, vermutet er, die geheimnisvolle Aktion eines unsichtbaren Drahtziehers, eines Puppenspielers. Der Dallang ist einem weit verbreiteten Aberglauben zufolge mit Zauberkräften zumindest mit magischem Wissen ausgestattet. Warum ich so ausführlich auf diese heidnischen Bräuche zu sprechen komme, die den strengen Jüngern der islamischen Salafia wie Teufelszeug, wie Kufr, wie Sünde wieder die reine Lehre des Korans erscheinen müssen? An den Islam, wie er in Indonesien von der weitaus stärksten Menschenanballung der gesamten Uma praktiziert wird, knüpft sich nämlich die Hoffnung vieler westlicher Interpreten, auf Java herrsche doch eine synkretistische, extrem tolerante Form der Religionsausübung vor, die eines Tages die unerbittlichen Anhänger der Scharia und des Radikal-Jihadismus zurückdrängen könnte und die zumindest beweise, dass die religiösen Exzesse, die das Treiben der Taliban und Muslimbrüder in Verruf gebracht haben, nur ein sehr partieller Aspekt dieser weltumspannenden Lehre sind. Der Akronom Yipang, dem ich mich als Mentor anvertraut habe, besitzt leider nur geringes theologisches Wissen. Er ist ein überaus versöhnlicher Muslim und vermerkt mit Befriedigung, dass bei der bevorstehenden Parlaments- und Präsidialwahl der moderate Staatschefs Susilo Bambang Yotiohono und seine demokratische Partei die weitaus besten Chancen haben. Dieser ehemalige General, vom Volk mit der Abkürzung SBY benannt, verfügt über beachtliche Popularität. In Solo fallen mir auch zahlreiche blutrote Plakate mit der Abbildung eines Stiers auf, die für die Partei des demokratischen Kampfes der ehemaligen Präsidentin Megawati Sukarno Putri werben. Der Familienname weist sie als Tochter des Staatsgründers Sukarno aus, und der Vorname Megawati wurde ihr wohl als Ausdruck der damaligen Begeisterung für technische Modernisierung und Elektrifizierung verliehen. Immerhin ist es bemerkenswert, dass eine Frau zwischen 2001 und 2004 das höchste Amt in diesem überwiegend islamischen Staat ausüben konnte. Durch ein Gewirr von Gassen hat Yipang mich zu einer bescheidenen Madrassa mit Moschee und Minarett geleitet, wo angeblich ein Korangelehrter mit profunder Kenntnis über den Zustand der Uma in Indonesien residiert. Imam Sobirin, neben dem ich mich auf einer Bastmatte niederkaure, ist kein Fanatiker. Er empfängt mich mit großer Herzlichkeit. Der 44-jährige Malaya ist klein gewachsen. Zu seinem weißen Gewand trägt er das übliche schwarze Samtkäppchen. Um dem Vorbild des Propheten zu folgen, hat er versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen, aber zu mehr als ein paar Haarbüscheln am Kinn hat dieses Bemühen nicht geführt. Beim Einleitungsgespräch verweist er darauf, dass er Vater von zehn Kindern ist. Eine weibliche Assistentin, die zum vorgeschriebenen Kopftuch eng geschneiderte Jeans trägt, serviert uns Tee. Zuerst erkundigt sich der Imam nach der Zahl der Muslime in Deutschland. Dann erklärt er mir, dass in Indonesien die Rechtsschule oder Madhab der Schafiiten am stärksten vertreten sei. Hier entfahlte sich jedoch die Religion des Propheten, Ehre und Lob seinem Namen, in allen möglichen Facetten. Schon zur Zeit der holländischen Fremdherrschaft habe sich eine Erneuerungsbewegung gebildet, die unter dem Namen Nachdat ul Ulama, Erwachen der Schriftgelehrten, antrat und heute als bedeutendste islamische Partei für eine sehr gemäßigte Richtung steht. Daneben hat sich, im Laufe der Zeit, die Muhammadiyah als Parallelorganisation herausgebildet. Bei beiden herrscht offenbar die Sorge vor, ihre staatstragende, rechtliberale Grundausrichtung könne in Zukunft vor allem bei den Jugendlichen durch radikale Gruppierungen abgelöst werden, unter dem Einfluss finanzstarker radikaler Wahhabiten-Prediger aus Saudi-Arabien, die für eine rigorose, kompromisslose Ausrichtung auf den Koran und für die strikte, ja exzessive Auslegung der koranischen Gesetzgebung der Scharia agitieren. Äußerst zurückhaltend äußert sich Soberin, als ich ihn nach den militanten Islamisten befrage. Die starke Präsenz der radikalen Jamaat al-Islamiyah in Solo ist für die Sicherheitsdienste kein Geheimnis. Dieser Bund von Verschwörern wirbt insgeheim für die Errichtung eines neuen Kalifats. Wie ihre eifernden Glaubensbrüder von Ache in Nord-Sumatra werden sie gelegentlich mit den afghanischen Taliban verglichen, aber sie haben offenbar an Zustimmung verloren, seit ihnen das mörderische Attentat von Kuta auf Bali zur Last gelegt wird. Wer kann im Land der magischen Puppenspieler den tatsächlichen Stand des religiösen Erwachens ermessen? Ein Korsett puritanischer Unduldsamkeit schnürt neuerdings diese Gesellschaft zusammen, in der es früher von barbusigen Prostituierten wimmelte und die Transvestiten, mehrheitlich einer gesonderten Kaste aus Bali entstammend, vor den Ausländerhotels lungerten. Bei aller Mäßigung sorgt der Staatspräsident, der sich als General auf die Wahrung von Ruhe und Ordnung versteht, für die rechtzeitige Eindämmung hysterisch-fundamentalistischer Ausschreitungen und die Zähmung einer im Untergrund operierenden Front islamischer Verteidigung. Doch die sich verschlechternde wirtschaftliche Lage könne zur Folge haben, dass der Kampfruf des Bali-Terroristen Goufron wieder mehr Anklang findet, als man in der augenblicklichen Phase der Gelassenheit und Toleranz vermutet. »O ihr Muslime«, hatte Ali Goufron unter dem Applaus seiner Bewunderer im Gerichtssaal geschrien, »euer Lohn ist Dschihad, eure Ehre ist Dschihad. Für euch gibt es keinen Platz unter der Sonne, solange ihr nicht das Schwert schwingt, gegen die Festungen der Ungläubigen, der Abtrünnigen und der Übeltäter.« Von solchen Ausbrüchen hält sich der fromme Soberin wohlweislich fern. Über einen Abgrund koranischer Wissenschaft verfügte offenbar nicht. Seine Lehrtätigkeit konzentriert sich auf den Hadith, auf die verbürgte Überlieferung aus dem Leben des Propheten. Als ich erwähne, dass ich in Usbekistan, am Grabe des großen El-Bukari, des berühmtesten, allgemein anerkannten Biografen und Sammlers dieser Chronik, und auch am mächtigen Sarkophag des Mystikers Nakspant, des Goldschmiedes der Seele, verweilt hatte, gewinne ich Sympathie und Hochachtung. »Bevor wir uns trennen, überreicht mir der Imam ein signiertes Dokument.« Damit nahm er mich symbolisch in seine Bruderschaft auf. »Am liebsten hätte unser Prediger sie gleich in die Glaubensgemeinschaft des Propheten Mohammed aufgenommen,«, scherzt Ipang bei unserer Weiterfahrt. Von Christenverfolgung kann in Indonesien nicht die Rede sein. Die Katholiken sind dort mit fünf bis sechs Millionen Gläubigen etwas stärker vertreten als die diversen protestantischen Gemeinden. Unterschwellig existiert jedoch eine Diaspora-Mentalität, und die Vergangenheit hat gelehrt, dass insbesondere die straffe hierarchische Struktur der römischen Kirche bei der Masse der 220 Millionen Muslime argwohn erweckt und latente Feindseligkeit führt. Standen unlängst nicht sogar die Papisten der USA im Verdacht mangelnder Staatstreue, weil sie die Unfehlbarkeit des Papstes in dogmatischen Fragen akzeptierten? Ein paar hundert Leute haben sich in Yogyakarta gegen sieben Uhr abends zur Feier der Auferstehung des Herrn im weitausladenden Kirchenschiff der Jesuitenhochschule eingefunden. Die Societas Jesu rekrutiert ihre Mitglieder ausschließlich unter gebürtigen Indonesiern. Der deutsche Pater Markus, wie wir ihn nennen wollen, erklärt mir die Organisation seiner straff geführten Ausbildungsstätte. Die Wände des Gotteshauses sind mit Szenen des Evangeliums bemalt. Die Erlösungskunde aus dem Heiligen Land wird in einen javanischen Rahmen übertragen. Jesus und Maria sind in die hiesige Landestracht gekleidet. Eine naive, ergreifende Gläubigkeit spricht aus diesen Fresken. Die Rolle, die Jesus von Nazareth als Fürbitter der Armen und Bedrückten beanspruchte, ist das stets wiederkehrende Motiv. Über dem Altar leuchtet eine riesige Darstellung des Auferstandenen, der, ganz in Weiß gehüllt, mit ausgestreckten Armen der Erde entrückt wird. Die Studenten sind in ihrer besten Kleidung erschienen. Mich beeindruckt die Heiterkeit der Jungen und Mädchen. Dass ein Europäer sich ihnen zugesellt, erfüllt sie offenbar mit Freude und Zuversicht, und immer wieder strecken sie mir die Hände entgegen. Der deutsche Pater hat zweifellos an der liturgischen Gestaltung der Ostermesse mitgewirkt. Die Texte der frommen Lieder, die im Chor gesungen und von einem kleinen Orchester begleitet werden, sind natürlich in der Nationalsprache verfasst, aber die Melodien sind mir aus der eigenen Kindheit wohl vertraut. »Großer Gott, wir loben dich«, klingt es auf, »Oder fest soll mein Taufbund ewig stehen«. Die jungen Leute bereiten sich auf die Kommunion vor, an der sie ohne Ausnahme teilnehmen werden. »Ich spüre, dass jedermann auch von mir erwartet, dass ich zum Altar schreite, um die Hostie, den Korpus Christi, aus der Hand einer dunkelhäutigen Nonne zu empfangen. Getreu meiner präkonziliaren Erziehung beuge ich mich zu Pater Markus. Ich möchte ja gerne an der Kommunion teilnehmen, sage ich, aber ich habe nicht gebeichtet.« Der Jesuit zögert keine Sekunde. »Gehen Sie trotzdem hin«, fordert er mich lächelnd auf. »Dann erteilen Sie mir wenigstens die Absolution«, insistiere ich, und höre die Worte »Ego de absolvo«. Philippinen Die Inseln des Magellan Am Ende der endlosen Reise durch den Pazifik, den Magellan als erster Weißer durchschiffte, wurde er auf der Philippineninsel Chebu von den Eingeborenen erschlagen. Aber seine kleine Flotte sollte als erste die Umrundung des Erdballs vollbringen. Nur eine der fünf Karavellen erreichte nach ungeheuren Strapazen, aber mit Gewürzen überfrachtet, ihren iberischen Heimathafen. Die Schiffsbesatzung hatte als verwegener Vorläufer der Globalisierung die Route vorgegeben. Nach den Flächenbombardements der US Air Force im Zweiten Weltkrieg verblieben der Hauptstadt Manila, die 400 Jahre lang der spanischen Krone unterstanden hatte, nur noch geringe Spuren dieser kolonialen Präsenz. Im Krieg gegen Madrid, den der US-Präsident Theodore Roosevelt um 1900 vom Zaun brach und der der Karibikinsel Kuba eine relative Unabhängigkeit verschaffte, hatten auch die Philippinen den Besitzer gewechselt. Sie wurden der amerikanischen Verwaltung unterstellt. Unmittelbar nach dem Kriegseintritt Japans im Dezember 1941 hatten die Soldaten des Tenno die Inselgruppe im Handstreich erobert. Sie gewährten ihr eine fiktive Unabhängigkeit, die nach der Kapitulation Nippons durch Washington bestätigt wurde. Das Schicksal der Philippinen unterscheidet sich auffällig und fundamental von dem der anderen Staaten Südostasiens, die auf den Trümmern ehemaliger europäischer Besitzungen ihre nationale Eigenstaatlichkeit verwirklichten. In Manila entstand nach der Proklamation der Unabhängigkeit eine Karikatur des US-amerikanischen Präsidial- und Kongresssystems. In Krisensituationen gab die Armee den Ausschlag. Bei den Grands Familles, in Parteien gruppiert, die sich in ihrer gesellschaftlichen Substanz allzu ähnlich waren und über den Erhalt ihrer Privilegien mittels Zwang und Korruption wachten, war man weit entfernt von irgendeinem System der Checks and Balances. Die spanische Sprache wurde erstaunlich schnell durch das amerikanisch gefärbte Englisch verdrängt und neben dem malayischen Idiom Tagalog zur offiziellen Amtssprache. Eine spektakuläre Mimikrie fand statt, aber die Assimilierung war wohl oberflächlich. In Washington hatte man schließlich Anstoß genommen am willkürlichen Regierungsstil des Präsidenten Marcos und an der Verschwendungssucht der nicht mehr ganz so schönen Imelda. Der Versuch liberaler Politiker in den USA, auf das straffe Regiment der Pistoleros, eine liberale, volksnahe Staatsführung folgen zu lassen, scheiterte jedoch. Corazon Aquino, als Bet-Schwester belächelt, trat als Präsidentin an die Stelle ihres ermordeten Gatten. Aber auch sie versuchte gar nicht ernsthaft, die skandalöse Not ihrer Untertanen zu lindern. Ihre Nachfolgerin, die winzig gewachsene Gloria Macabagal, behauptete ihre Position an der Spitze des Staates sogar gegen aufsässige Generale, betrachtete das Volk lediglich durch die Brille einer erlarmten katholischen Religiosität und einer lauen sozialen Bevormundung, die Erinnerungen an den portugiesischen Diktator Salazar weckte. Sie legte dabei eine politische Härte, einen stählernen Durchsetzungswillen an den Tag, den man dieser zierlichen Puppe gar nicht zugetraut hätte. Die Rolle der Frau in den höchsten Sphären ostasiatischer Politik wird ständig unterschätzt. Der historische Skandal auf den Philippinen besteht darin, dass dieser Staat, der über fruchtbare Landschaften und kaum erschlossene Bodenschätze verfügt, neben Bangladesch und Nordkorea als armen Haus Ostasiens gilt. Das passiert ausgerechnet einem Volk, das der abendländischen Heilslehre des Christentums sowie in einer späteren Phase der amerikanischen Menschenrechts- und Demokratieideologie in vollem Umfang teilhaftig wurde. Hunderttausende von Filipinos, die weiterhin für die angestammte Führungsklicke wie leibeigene Schuften oder in den Slums der großen Städte am Rand der Abfallhalden ein erbärmliches Auskommen suchen, haben versucht, ihr Schicksal durch Auswanderung und Arbeitssuche in der Fremde zu verbessern. Auf den Philippinen hat der weiße Mann seine Chance verspielt, in Manila, am Rande der asiatischen Kontinentalmasse, ein vorbildliches Staatswesen ins Leben zu rufen und, gestützt auf die christlichen Gebote der Caritas und eine Variante des American Dream, allen anderen Staaten dieser Region ein Vorbild sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Dynamik und freiheitlicher Entfaltung vorzuführen. Stattdessen behaupten sich in Manila eine Pseudodemokratie, bodenlose Korruption und ein Zustand krassester gesellschaftlicher Verwerfungen. So muss der Westen tatenlos und erschrocken zusehen, wie sich die Erneuerung, die technische Entwicklung, ein System sozialen Ausgleichs und des zunehmenden Wohlstandes der Gesamtbevölkerung in Staaten vollzieht, die das Heil ihrer Bürger in einer strengen, autoritären Auslegung des Konfuzianismus finden, wie das anfänglich unter dem Wohlwollende Despoten Lee Kwanyev in Singapur, aber auch in Taiwan und in Südkorea geschah. Der gewaltige Umbruch jedoch, der die Welt erbeben lässt, wie Napoleon es auf St. Helena voraussagte, vollzog sich in China. Nach dem Abflauen, ja, dem Scheitern des Maoismus, der immerhin das Prinzip menschlicher Solidarität mit seiner Maxime »Dem Volke dienen« angemahnt hatte, kam dort eine originelle Formel für gigantisches industrielles Wachstum, für Entwicklung von High Technology und sensationelle Anhebung des Lebensstandards zum Zuge, die sich auf einen seltsamen Synkretismus stürzt. Unter der Autorität der kommunistischen Einheitspartei und einer straffen Form des Staatskapitalismus entfesselte sich die wissenschaftliche und vor allem merkantile Begabung der Hahnrasse. Was wird von dem Way of Life des weißen Mannes, zumal des Nordamerikaners, den die junge Generation in der dritten Welt und in Schwellenländern weiterhin zu kopieren sucht, am Ende übrig bleiben? Coca-Cola und McDonald's, das Angebot von Fast Food, besser gesagt von Junk Food, das monströse Fettleibigkeit zur Folge hat und zu einer weltweiten Plage wurde, die sportliche, der Modernität angepasste Kleidung von Jeans und T-Shirt, eine dem Abendland weit überlegene zeitgenössische Literatur und eine unerschöpfliche Musikszene, deren Ursprung jedoch auf die Spiritals der afrikanischen Sklaven zurückgehen. Kurzum die farbige, die nicht-weiße Menschheit wendet sich von einem westlichen System ab, das ihr trotz aller gegenteiligen Beteuerungen im Namen der Freiheit, politische Instabilität und ökonomische Gratwanderungen zumutet. Sie richtet sich eher auf autoritäre Regime aus, auf wohlwollende Despoten, eine Kategorie, die eingestandenermaßen extrem selten ist, und blickt gebannt auf den chinesischen Koloss von 1,3 Milliarden Menschen, der seine Bedeutung als Reich der Mitte zurückgewonnen hat. Der Han-Rasse ist es auf sensationelle Weise gelungen, der Masse seiner aus dem Elend auftauchenden Bevölkerung ausreichend Ernährung, soziale Fürsorge und einen rasant wachsenden Bildungsstand ihrer Kinder zu verschaffen. Die von Washington geführte Allianz erweist sich als unfähig, den diversen gegnerischen Freischellergruppen des radikal-islamischen Feindeslagers das Rückgrat zu brechen, die US Army findet sich in den neuen Spielregeln des asymmetrischen Krieges nicht zurecht und erleidet trotz einer absurden Steigerung ihrer phänomenalen technologischen Überlegenheit einen Rückschlag nach dem anderen. Das nagt zusätzlich am unlängst noch strahlenden Prestige der einzig verbliebenen Supermacht. China Lhasa im Juni 2007 Am Flugplatz von Lhasa wartet eine Gruppe von Mädchen in der tibetischen Schürzentracht, um den Reisenden, die aus Xi'an ankommen, einen weißen Seidenschal um den Hals zu winden. Es ist die gleiche Geste, mit der auch der Dalai Lama seine Gäste und Gesprächspartner ehrt. Ich nehme allerdings an, dass die von ihm überreichte Gabe in kostbarerer Qualität gewoben ist. Jedenfalls sollte bei den Ankömmlingen der Eindruck erweckt werden, dass die autonome Region Tibet auch unter der Souveränität der chinesischen Volksrepublik ihre eigenen Riten und Bräuche beibehält. Als Begleiterin und Dolmetscherin hat sich mir in Xi'an eine junge, attraktive Chinesin namens Fangi Tian zugesellt. Mit ihrem modisch geschnittenen Pagenkopf und der hellen Elfenbeinhaut verkörpert sie die junge, ehrgeizige Aufsteigergeneration, die sich in gewähltem Mandarin ausdrückt. Um ihre Deutsch- und Englischkenntnisse ist es leider nicht so gut bestellt, aber sehr schnell kommt zwischen uns, bei aller Distanz, die sie wahrt, spontane Sympathie auf. Die Mehrzahl der Ankömmlinge waren chinesische Touristen, wie sich an ihrem Outfit erkennen ließ. Sie erwarben gleich nach Ankunft eine Anzahl Sauerstoffbehälter aus Blech und hielten die Nase an deren Plastiköffnung. In 4000 Meter Höhe war das keine überflüssige Vorbeugung, wie ich selbst an meinem erschwerten Atem feststelle. Die tibetische Hauptstadt Lhasa ist mir nicht unbekannt. Ich hatte sie bereits im Sommer 1981 dank einer seltenen Genehmigung aufsuchen können und war damals vor meinem Abflug aus Chengdu auf meine Höhlentauglichkeit getestet worden. In knapp 30 Jahren hat sich auf dem Dach der Welt so manches verändert. Anstelle der Baracke, die einst als Airport diente, ist eine jener eleganten Luxusanlagen entstanden, mit denen inzwischen alle größeren chinesischen Provinzstädte ausgestattet sind. Die Anfahrt zu unserer damaligen Behausung, einer bescheidenen Herberge, hatte ich nicht so lange in Erinnerung. Wir benutzten die vierspurige, perfekte Autobahn auf einer Strecke von über 70 Kilometern. War mir Lhasa seinerzeit als eine begrenzte Ansammlung niedrig geduckter Wohnstädten in gebührendem Abstand von dem gewaltigen, alles beherrschenden Portala-Palast erschienen, so haben sich jetzt moderne Zweckbauten bis in die unmittelbare Nachbarschaft dieser immer noch imponierenden Burg des Dalai Lama gedrängt. Ringsum herrscht geschäftiges Treiben und mir fällt auf, dass die chinesischen Inschriften in größeren Zeichen ausgeführt sind, als die darunter befindlichen Hinweise in tibetischer Sprache. Meiner Gefährtin Fangji hat sich gleich nach der Ankunft ein tibetischer Reiseführer zugesellt. Dessen Gesicht ist aufgrund der rauen Höhenlage in ähnlich rötlicher Bronzefarbe getönt, wie man sie bei den indianischen Andenvölkern in Lateinamerika antrifft. Er stellt sich als Wangchuk vor und drückt sich in kaum verständlichem Englisch aus. Die Chinesin und der Tibeter verkehren höflich miteinander, aber irgendwie spüre ich, dass sie zwei verschiedenen Welten angehören. Es besteht kein Zweifel, dass sich die Pekinger Volksrepublik, nachdem der Verwüstungswahn der Roten Kulturrevolution die meisten Klöster zerstört, die rotgewandeten Lamas auf grausame Weise gequält und unersetzliche Kleinodien vernichtet hatte, zu einer gewaltigen Wiederaufbau und Modernisierungsleistung aufgerafft hat. Es wehen zwar überall die roten Farnmauzitungs mit den fünf Sternen, aber auch die bunten Tuchfetzen, die an langen Stangen befestigt, durch ihre ständige Bewegung im Wind die buddhistischen Gebetsformeln unaufhörlich wiederholen sollen, ähnlich wie das bei den Gebetsmühlen in den Hemden der Gläubigen der Fall ist, ragen hoch auf. Lhasa ist zu einer recht banalen Stadt geworden. Die inbrünstige Frömmigkeit scheint sich auf das eng verschachtelte, alte Gassengewürz zu konzentrieren. Aus ihm leuchtet das goldene Dach des ehrwürdigsten tibetischen Heiligtums, des 1300 Jahre alten Jokang-Tempels wie ein Magnet heraus, der weiterhin Scharen von Pilgern anzieht. Sie haben meist beachtliche Entfernungen zurückgelegt und, immer wieder lang auf dem Boden ausgestreckt, sich mühselig fortbewegt. In tiefer Ehrfurcht umkreisen sie die mystische Weihestätte in unermüdlicher körperlicher Anstrengung. Ich bin wohl an diesem Tag der einzige Europäer, der in dem Labyrinth von Altären verweilt und sich von den unzähligen Darstellungen von Buddhas und Bodhisattvas beeindrucken lässt. Die immer noch zahlreichen, in ständiger Bewegung befindlichen Mönche nehmen keine Notiz von mir und ich bewege mich laut Vorschrift im entgegengesetzten Uhrzeigersinn um die Statue des Buddha Shakyamuni. Das Kunstwerk aus purem Gold hatte, der Überlieferung zufolge, die Prinzessin Wen Cheng aus der chinesischen Tang-Dynastie als Hochzeitsgeschenk mit sich geführt, als sie den damaligen tibetischen König Song Tse Gampo heiratete. Ich erwähne diese Episode nicht, um mich einer ausführlichen Tibet-Beschreibung zu widmen, zu der mir die Voraussetzungen fehlen, sondern, weil die heutigen Machthaber in Peking mit dieser Eheschließung ihren Anspruch auf die Einverleibung Tibets in die Volksrepublik begründen. Die Besitznahme, die Kaiser Qianlong um die Mitte des 18. Jahrhunderts vornahm, erscheint daneben als ein weniger romantisches, dafür aber realpolitisch gewichtiges Argument für die Erweiterung des Reichs der Mitte bis zum Himalaya. In den zahllosen Buden und Läden im Umkreis des Jokang-Tempels werden kitschige Devotionalien fallgeboten. Die Zeit, als dem Reisenden noch echte Tankas verkauft wurden, grell gefärbte Darstellungen aus jener furchterregenden Dämonenwelt, die für die tantrische Form des tibetischen Buddhismus bezeichnet ist, gehört längst der Vergangenheit an. Mir fällt die Überzahl von Han-Chinesen auf, die nicht nur an ihrer hellen Hautfarbe als ethnische Fremdkörper zu erkennen sind. Natürlich mangelt es nicht an Polizisten in grasgrüner Uniform mit den breiten goldenen Tressen. In erdrückender Zahl bewegen sich die chinesischen Touristen in der für sie exotischen Umwelt. Sie fotografieren mindestens so intensiv und unaufhörlich wie japanische Ferienreisende. Unter der Führung ihrer Gruppenleiter hüten sie sich zwar, sich in den bizarren Heiligtümern unziemlich aufzuführen, aber irgendwie beobachten sie die vom Gipfelsturm der eisigen Höhenluft und einer kargen Existenz gezeichneten Einheimischen mit einem angeborenen Gefühl kultureller Überlegenheit, mit ähnlichem Abstand wie weiße Amerikaner die überlebenden Indianer in ihren Reservaten. Auch die gescheite Fangji steht der fremden Umgebung recht verständnislos gegenüber, und ich habe von ihr, abgesehen von ein paar Propagandasprüchen, die die enge Verbundenheit der autonomen Region mit der brüderlichen Volksrepublik betonen, keinerlei befriedigende Auskunft über Land und Leute erhalten können. Wie viele Einwohner heute in Lhasa leben, lautete eine meiner ersten Fragen. In den Reiseführern war die Zahl von 200.000 Menschen angegeben, aber das entspricht nicht den Aussagen meiner Begleiter. Der Tibeter Wang Zhuk nennt die Zahl 40.000, wird jedoch von Wang Ji belehrt, die Bevölkerung Lasas beziffere sich auf 100.000. Wang Zhuk findet für diesen Widerspruch eine hintergründige und aufschlussreiche Erklärung. Das mag stimmen, räumt er ein, es leben hier eben nur 40.000 Tibeter, aber 60.000 Chinesen. Bei dieser Gelegenheit stelle ich fest, dass die beiden sich nur mit großen Schwierigkeiten auf Chinesisch verständigen können, sodass sie meist auf ihr relativ bescheidenes Englisch-Vokabular zurückgreifen, um miteinander zu kommunizieren. An rotgewanderten Lamas fehlt es nicht im Stadtbild. Vor allem sind sie zu Hunderten in den riesigen Klöstern am Stadtrand zu finden. Nicht weit davon entfernt hat die Volksbefreiungsarmee eine im chinesischen Stil gebaute, durch hohes Mauerwerk geschützte Kaserne errichtet. Durch das Eingangstor erkenne ich den einzigen chinesischen Schriftzug, den ich zu entziffern vermag. Ich hatte ihn als Titel meiner ersten Fernsehdokumentation über das China der späten Kulturrevolution verwendet und die Losung des großen Vorsitzenden, die der Volksbefreiungsarmee immer noch die Richtung weist, lautet, dem Volke dienen. Das eigentliche Ziel meiner Tibet-Reise in diesem Sommer 2007 gilt der Erkundung der neuen Verbindungswege, die über den Tablet Pass im Himalaya in Richtung Indien ausgebaut wurden. In Peking war die Rede davon, die Zugverbindung, die Lhasa erreicht hat, bis zur Grenze des ehemals unabhängigen Fürstentums Sikkim zu führen und, wenn möglich, eine Allwetterverbindung von Autobahn und Schienen in Richtung auf die Häfen Bengalens, zumal Kalkutta, zu realisieren. Ein solch organischer Kommunikationsstrang besäße auch den Vorteil einer terrestrischen Transportmöglichkeit, die den langwierigen und eventuell problematischen Seeweg durch die Straße von Malacca drastisch verkürzen und jedem fremden Zugriff entziehen würde. Die Indische Union hat auf diese chinesische Progression an ihrer Nordgrenze bislang äußerst zögerlich reagiert. Zwar führt noch eine winzige Eisenbahn, in das Hochland von Darjeeling und dessen Teeplantagen, wo einst die Briten Zuflucht vor der erdrückenden Monsun-Schwüle Kalkutta suchten. Ganz unbedenklich für Indien wäre diese enge Verknüpfung aber nicht. Während die Welt sich über die Annexion Tibets durch Mao Zedong entrüstete, hatte die im Westen hochverehrte Ministerpräsidentin der Indischen Union Indira Gandhi, die Tochter Nerus, ohne viel Aufhebens den König von Sikkim aus seiner bizarren Hauptstadt Gangtok vertrieben. Sie hatte die Auflehnung der dort lebenden buddhistischen Bevölkerung gegen die Einverleibung in einen überwiegend hinduistischen Staatsverband ignoriert und in den Klöstern ihre Soldaten stationiert. Es gibt für den Generalstab in Delhi noch zusätzliche Gründe, in dieser undeutlich definierten Grenzregion einen allzu engen Schulterschluss mit den Chinesen zu vermeiden. Nicht nur in Sikkim herrscht Unzufriedenheit mit der Bevormundung durch die fremde Besatzung. Südlich davon ist die gewaltige Kontinentalmasse der Indischen Union nur durch einen schmalen Territorialschlauch von knapp 100 Kilometern Tiefe mit seinen östlichen Provinzen und Teilstaaten Assam, Nagaland und Arunachal Pradesh verbunden, wo seit Jahrzehnten ein Zustand rebellischen Aufruhrs geht. Für ausländische Reisende sind diese Territorien gesperrt. Jenseits des erwähnten Korridors befindet sich bereits die Nordgrenze von Bangladesch, dessen muslimische Bevölkerung auf engstem Platz zu ersticken oder im Ganges-Delta zu ertrinken droht. Seit der Partition des Subkontinents im Jahr 1947 hatte Ostbengalen zwar seine Verselbstständigung von Pakistan vollzogen, aber die Bangladeschi schüren weiterhin tiefe Ressentiments gegen die hinduistischen Erbfeinde von Westbengalen. Meine Überlandreise führt mich längs der Gletscherketten und der gleißenden Gipfel des Himalaya zu dem berühmten Lama-Kloster von Shigatze, dessen Besuch mir 1981 verweigert worden war. Inzwischen sind in der gewaltigen, stufenförmig angelegten Tempelanlage die Verwüstungen der Kulturrevolution und ihrer Rotgardisten beseitigt und das erbauliche klösterliche Leben wiederhergestellt. Nicht von ungefähr befindet sich auch hier eine respektgebietende Kaserne der Volksbefreiungsarmee in unmittelbarer Nachbarschaft. Breite Autobahnen schlängeln sich zwischen Abgründen und überhängenden Felswänden. In den flachen Regionen des Hochlandes, wo seinerzeit nur Jack- und Schafherden der Nomaden weiteten, ist mit Hilfe von Staudämmen Agrarland geschaffen worden. In der rauen Steppe von einst werden jetzt Getreide, Raps, Zitrusfrüchte und sogar Reis angebaut. Den eisigen Stürmen begegnet man mit der Anpflanzung weit ausgedehnter Forstgebiete. Auch Industrieanlagen sind aus dem spröden Boden gewachsen. Es entstanden langgezogene Straßensiedlungen in rein tibetischem Stil und über ihren Dächern wehen unter Verzicht auf die blutrote Flagge der Volksrepublik die bunten Gebetsfahnen des tibetischen Glaubens. Mag sein, dass es sich dabei um eine asiatische Abart von Potemkinschen Dörfern handelt, die längs der belebten Straße nach Shigatze, dem fremden Besucher den wachsenden Wohlstand einer einheimischen Bevölkerung und kulturelle Harmonie zwischen den Rassen vorgaukeln sollen. Aber ohne Zweifel hat in Tibet eine grandiose Aufbauleistung stattgefunden und diesem Gebirgsvolk, das früher in Not und Hunger ein kümmerliches Dasein fristete, eine für alle spürbare Anhebung ihres Lebensniveaus beschert. Ob damit die Zustimmung der Bevölkerung, eine wachsende Loyalität gegenüber der Protektoratsmacht in Peking erreicht wird, bleibt jedoch mehr als zweifelhaft. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis die spärliche Urbevölkerung durch die massive Einwanderung von Han-Chinesen zur pittoresken Minderheit reduziert wird, wie das in der inneren Mongolei, ebenfalls eine autonome Region, die zwischen Manchurei und Gobi einen riesigen Halbmond bildet, bereits eingetreten ist. Zwar werden im ehemaligen Sommerpalast des Dalai Lama die zahllosen Abbildungen des vertriebenen Gottkönigs, dem fremden Besucher nicht demonstrativ angeboten, wie das noch 1981 der Fall war, aber die symbolische Bedeutung dieses heiligen Vaters für das kulturelle Überleben, die mystische Religiosität und das nationale Selbstbewusstsein seiner Landsleute ist bis heute erhalten geblieben und taucht selbst im Gespräch der Chinesen immer wieder auf. Dass es wenige Monate nach meiner Abreise aus Lhasa zu gewalttätigen antichinesischen Ausschreitungen kommen würde, die den Glanz der Olympischen Spiele verdüstern sollten, konnte damals kein Außenstehender erahnen. Meine eigentliche Reiseabsicht habe ich nicht verwirklichen können. Südöstlich von Shigatze, wo mich ein Buddha mit Pferdekopf besonders beeindruckt, befahren wir die Asphaltbahn über die Gabelung von Jiangze bis zu der kleinen Ortschaft Kanmar. Von da an, so versichern mir meine Betreuer, sei die Straße durch den forcierten Ausbau kaum noch passierbar. Darüber hinaus sei die Zone zum militärischen Sperrgebiet erklärt worden. Was bleibt mir an Impressionen von dieser kurzen Expedition? Eindrucksvoll waren die mächtigen Burgen, die auf steilen Klippen, ganz anders als die Lama-Klöster, auf eine kriegerische Vergangenheit verweisen. Oft sind die Klöster der Lamas und die Festungen der früheren Feudalherren kaum zu unterscheiden. Auch hier hat die Kulturrevolution pittoreske Ruinen hinterlassen. Am Straßenrand versuche ich vergeblich mit den dort arbeitenden Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Ihre ledergegärbten Gesichter verschönern sich zu einem strahlenden Lächeln, als sie mich vermutlich für einen Amerikaner halten. Als solcher, so spüre ich, gelte ich als ihr heimlicher Verbündeter in der unverbrüchlichen Treue dieser einfachen Menschen zu ihrem geliebten Exilkaiser. Sie kennen nur ein einziges englisches Wort, Bye-Bye, das Sie mir zum Abschied pausenlos nachrufen. Die Architektur der Ortschaft Gyangtse ist modern und reizlos. Die Nahrung, die dort serviert wird, ist kaum genießbar und die vom Wirt angepriesene Spring-Roll aus Jackfleisch unverdaulich. In kulinarischer Hinsicht war ich auch in Lasa nicht verwöhnt worden. Im Altstadtdistrikt von Barkor hatten wir das renommierte Restauranthaus auf Shambhala aufgesucht, in dem relativen Komfort der verschachtelten Holzräume hatte einst die Elite des Landes, die adligen Großgrundbesitzer und die zu hohen Würden gelangten Lamas gelebt. Immerhin wagte ich es dort, den landesüblichen Tee mit Jackbutter widerwillig, aber ohne gesundheitliche Folgen zu trinken. Auf dem flachen Land hingegen, auf der Route nach Sikim, hat mein tibetischer Begleiter Wangchuk auf einer Rast in einem ärmlichen Hof bestanden. Ich hatte den Verdacht, er wollte mir vorführen, dass bei allem Fortschritt und aller Modernität, mit denen Peking sein Land zu segnen suchte, immer noch eine breite Schicht Bauern an diesen Vorzügen nur geringen Anteil hätten. Wer den Buddhismus als Märchen unserer Tage, als verwirklichten Traum von Shangri-La erleben will, der begebe sich nicht nach Dharamsala, dem Amtssitz des Dalai Lama, auf indischen Boden, wo sich im Umkreis eines recht harmlosen Gottkönigs alle nur denkbaren Geheimdienste tummeln. Stattdessen beeile er sich, das in Sichtweite des Mount Everest gelegene Königreich Bhutan aufzusuchen, dessen Herrscher, mit vier Schwestern verheiratet, den Entschluss fasste, das grob materialistische Streben des Westens nach Cross-National-Product durch die vergeistigte Mehrung einer Cross-National-Happiness zu überwinden. Im Sommer 2005 habe ich mich an Ort und Stelle überzeugen können, dass es sich dabei um keine Scharlatanerie handelte, sondern dass Zygmär Sinje-Wangchuk, Urenkel des Gründers der dortigen Drachendynastie, bei seinen rund sechs Millionen Untertanen einen Zustand allgemeiner Zufriedenheit und frommen Wohlbehagen schuf. Das bescheidene Dasein und die begrenzten Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung werden von der Bevölkerung keineswegs als Entbehrung oder Benachteiligung empfunden. Die asiatischen Nachbarstaaten waren überrascht, als dieser wohlwollende Despot nach relativ kurzer Regentschaft im Jahr 2006 auf seinen Thron verzichtete und seinen Sohn Tzikmekeser Namgyal als Nachfolger einsetzte. Er empfahl seinen Untertanen sogar gewisse Praktiken westlicher Demokratie zu übernehmen und ein Mehrparteien-System einzuführen. Vielleicht tat er das, um eventuellen Vorwürfen mangelnder Liberalität zuvorzukommen, die in Washington und vor allem in Neu-Delhi erhoben werden könnten. Das Volk ging höchst widerstrebend zu den Urnen. In freier Wahl verschaffte es spontan der Partei des Gelben Drachen, das heißt der Partei des Königshauses, die Gesamtheit der Abgeordnetensitze. Noch ist Bhutan, das den Tourismus aufs Äußerste beschränkt, sich selbst treu geblieben. Das Königshaus hat eine einheitliche Landestracht angeordnet, für Männer ist es ein kildähnlicher Rock- und Wollsocken, die bis zum Knie reichen, sämtliche Neubauten müssen den Stil ästhetischer Eleganz einhalten, der von den großen Klöstern, den festungsähnlichen Dzong, vorgegeben wurde. Die Klöster verharren im altüberlieferten Ritual. Von den fremden Besuchern wird hier kaum Notiz genommen. Während der endlosen Rezitation der Mantras und Sutren, die die Mönche in den exakt ausgerichteten Karees ihrer weinroten Roben vornehmen, wachen ein paar ältere, grimmige Aufseher darüber, dass zumal bei den Novizen keine Zerstreutheit und kein Gespräch aufkommt. Sonst bekommen sie die mehrschwänzige Peitsche zu spüren. Prüde und sonderlich schamvoll geht es bei diesem entkrampften Gebirgsvolk übrigens nicht zu. Die Wohnhäuser sind häufig mit außergewöhnlichen Farbetieren bemalt, vor allem aber auch mit realistischen Darstellungen männlicher Genitalien, die mit blauen und rosa Schleifchen verziert sind. Besonders fiel mir an dieser kuriosen Mahayana-Schule der Kult auf, der ihrem Lieblingsheiligen, dem zweiten Buddha und höchsten Guru Rinpoche, gewidmet ist. Im achten Jahrhundert hatte er, auf einem Tiger reitend, die Berge von Bhutan erreicht. Mit grausem Bartwuchs wird er wie ein ausgeflippter Hippie unserer Tage dargestellt. Dieser heilige Lama hat sich durch erotische Extravaganzen und grobe Scherze hervorgetan. So soll er bei einer einzigen Mahlzeit eine ganze Kuh und eine Ziege mit Haut und Haaren verspeist haben. Es folgte ein gewaltiger Rülpser und Guru Rinpoche erbrach ein kurioses Tier, das nur in dieser Himalaya-Zone anzutreffen ist und als eine Art Wunderwesen gilt. Ich habe die Rinder-Gämse mit den Ausmaßen eines Kalbes und zotteligem grauen Fell als besonders hässliche Tiergattung empfunden. Doch dieses Missgeschöpf, Tarkin genannt, genießt Schutz und ernährt sich von extrem stacheligem Laub, dessen bloße Berührung mit der menschlichen Haut wie ein schmerzhafter Nadelstich wirkt. Wie lange die Idylle von Bhutan erhalten bleibt, liegt im Ratschluss Buddhas. Schon kommt es zu Spannungen mit den hinduistischen Zuwanderern aus Nepal, die sich am Südrand des Königreichs angesiedelt haben. Auf ähnliche Weise war eine Migration von Nepalesen dem Königreich Sikkim zum Verhängnis geworden, als die indische Regierung sich ihrer als umstürzlerisches Element bediente. Aus dem östlich gelegenen Assam dringen neuerdings frei Scherler in die entlegenen Dschungelgebiete Bhutans ein, um dort Schutz vor ihren indischen Verfolgern zu suchen. Schon geht die Sorge um, die Lockerung der Tourismusbegrenzung sowie die Zulassung der trivialen Fernsehprogramme aus Bollywood könne geistige Verwirrung auslösen. Die Zunahme von Selbstmorden gerade bei jungen Leuten wird mit Ratlosigkeit registriert. Auf keinen Fall darf der Fremde jedoch dem Irrtum verfallen, die Glückseligkeit des Drachenreichs von Bhutan, die sanfte Lebensfreude seiner Menschen, ließen sich mit den Zuständen vergleichen, die vor dem Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee im Gottesstaat der rotgewanderten Lamas von Tibet vorherrschten. Selbst Guru Rinpoche, der sich in Bhutan als eine Art heiterer, glücksspendender Kobold präsentiert, gewinnt am Nordrand des Himalaya ein furchterregendes Antlitz und unterwirft die auf ihn eingeschworene Gefolgschaft des Dalai Lama seinen zornigen Launen, seiner unberechenbaren Willkür. Kasachstan, Astana im Juli 2009 Ganz so trostlos wie angekündigt, ist die Steppe im Umkreis von Astana, der neuen Hauptstadt der Republik Kasachstan, nun doch nicht. Die Behörden haben sich bemüht, im weiten Umkreis Grün anzupflanzen, und der Fluss Ischim, der eine Trennungslinie zwischen den Wohn- und den Repräsentationsvierteln markiert, führt mehr Wasser als sonst. Von der als unerträglich geschilderten Mückenplage ist nichts zu spüren. Der günstige Eindruck, den wir von der Stadt haben, mag dem Zufall zu verdanken sein, dass wir an einem klimatisch milden Tag in Astana eintreffen. Von der im Sommer üblichen Hitze von 40 Grad Celsius sind wir weit entfernt. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass im Winter die eisigen Stürme vom Nordpol, ohne auf ein Hindernis zu stoßen, über die tellerflache, unendliche Ebene auf die Hauptstadt zu tosen. Das architektonische Fantasiegebilde, das der allmächtige Präsident Nazarbayev in diese trostlose Gegend verpflanzt hat, bietet ein faszinierendes, irgendwie beängstigendes Schauspiel. Die bizarren Neubauten erheben sich wie eine surrealistische Befestigungsanlage aus einer Landschaft, die vor gar nicht so langer Zeit von asiatischen Nomaden mit ihren Kamel- und Schafherden durchzogen wurde. Unter ihren konisch geformten Filzjurten fanden sie damals Schutz vor den unerbittlichen Klimaschwankungen. Die berühmtesten Architekten, darunter der unvermeidliche Engländer Norman Foster, wurden aufgeboten, um einen urbanistischen Kraftakt Sondergleichen zu vollbringen, der jeder menschlichen Vernunft zu widersprechen schien. Auf eigenartige, extravagante Weise ist das ursprünglich als utopische Laune eines Despoten belächelte Projekten doch gelungen. Wie die gigantischen Bauten eines Tages mit sprudelndem Leben erfüllt werden sollen, kann jedoch niemand beantworten. Das Luxushotel Radisson ähnelt jenem klotzigen Herrscherpalast, den Saddam Hussein im Herzen Bagdads, in der heutigen Green Zone, zum Symbol seiner Tyrannei erhob und dessen vier Ecktürme mit seinem eigenen behelmten Haupt in grotesker Überdimension verunstaltet wurden. Da Kasachstan ein überwiegend islamisches Land ist, bohren sich vier endlose Minarette osmanischen Stils über einer gewaltigen Goldkuppel in den Himmel. Neben einer Vielzahl kultureller Einrichtungen, Konzertsäle, Kongresshallen und Lehrinstitute reihen sich eine Serie von Gaststätten aneinander, die die kulinarischen Genüsse fremder Länder anbieten. Mag das im chinesischen Pagodenstil gebaute Restaurant noch Sinn machen, so löst die auf holländische Spezialitäten verweisende riesige Windmühle heitere Verblüffung aus. Ein unförmiges Sportstadion lässt sich mit jenem Gebilde vergleichen, das die Berliner als schwangere Auster bezeichnen. Das Ganze wird überragt durch ein silbernglänzendes schmales Gebilde, dessen Gipfel sich öffnet, um einem goldenen Apfel wohl als Verheißung von Fruchtbarkeit Raum zu geben. Die riesigen Avenuen mit den Ausmaßen von Autobahnen sind bislang noch unzureichend bevölkert und manche Kulturpaläste stehen leer, als warteten sie auf eine erlösende Entzauberung. Der Eindruck drängt sich zunächst auf, die Hybris, die Willkür eines selbstherrlichen Despoten, habe eine Art Fata Morgana in die Steppe projiziert, aber dann stellt sich der Vergleich ein mit dem steinernen Albtraum von Pyongyang, mit dem der Gründer der Volksrepublik Nordkorea, Kim Il-sung, seine genialische Größe zu verewigen glaubte. Am Rande sei bemerkt, dass sich in Astana auch Elemente jener planerischen Inkohärenz feststellen lassen, die der Neugestaltung des Potsdamer Platzes in Berlin zum Nachteil gereichen. Es trifft sich gut, dass der Tag unserer Ankunft in Astana mit dem zehnjährigen Jubiläum zusammenfällt, das das Gründungsdekret der Stadt zu einem nationalen Feiertag erhebt. Unter den Zaren hatte sich hier nur ein Außenposten von Kosaken unter dem Namen Akmola behauptet. In der Sowjet-Ära weitete sich diese Siedlung, Selinograd genannt, am westlichen Ufer des Ischim-Flusses aus. Man versuchte damals vergeblich, den trostlosen Plattenbaustil, der üblich war, durch etwas stalinistischen Schnickschnack aufzulockern. In der Nähe von Selinograd war man auf Vorkommen von Uran gestoßen. Der feierliche Staatsakt, der sich auf den Gründungstag der neuen Hauptstadt bezieht, steht unter dem Motto Triumph Astanas. In Wirklichkeit hätte das Jubiläum als Triumph des Präsidenten Nazarbayev zelebriert werden müssen. Wie viele Menschen gekommen sind, lässt sich schwer ermessen. Angeblich sollen es 30.000 sein, aber die Lebewesen schrumpfen zur Nichtigkeit in dieser unbarmherzigen, grenzenlosen Leere von grauem, struppigem Steppengras mit einem Himmel, der trotz strahlender Sonne immer wieder von düsteren Schleiern getrübt scheint. Die Zahl der Anwesenden spielt auch keine Rolle, sagt mir ein westlicher Diplomat, der seine Anwesenheit als Pflichtübung wahrnimmt. Jeder Dritte hier ist ohnehin ein Geheimpolizist. An die Privilegierten, die nach eingehender Sicherheitskontrolle auf den Festplatz gelassen werden, werden blaue Fähnchen verteilt. Übereifrig werden diese Jubelzeichen übrigens nicht geschwenkt, als die gepanzerte Limousine Nazarbayevs inmitten einer eindrucksvollen Begleitkolonne eintrifft und der Präsident seiner Karosse entsteigt. Es handelt sich um eines jener Modelle, die der Länge eines Eisenbahnwaggons nahekommen und von den Amerikanern als Stretchcars bezeichnet werden. Ich hatte den Präsidenten noch vom Winter 1992 im Gedächtnis, als er mich in Almaty, das man zu Sowjetzeit Alma-Ata genannt hatte, in einem neuen Prachtbau aus weißem Marmor zum Gespräch empfangen hatte. Er schien seitdem nicht sonderlich gealtert. Der breit gewachsene, sehr asiatisch wirkende Mann betritt selbstbewusst die Ehrentribüne, die von einer riesigen weißen Jurte überschattet wird. Um ihn schadet sich die Prominenz des Regimes und eine beachtliche Schar ausländischer Botschafter, die sich untereinander aufgrund der ungeheuren Energiereichtümer Kasachstans einen erbitterten Einflusskampf liefern. Der finanzielle und industrielle Einsatz ist hoch in Kasachstan. Der Präsident hält mit kräftiger Stimme eine Rede auf Kasachisch, der offiziellen Landessprache, nachdem das russische, das fast jeder Bürger diese Republik beherrscht, nur noch als zweites Amtsidium geduldet wird. Die Stimmung der Masse ist entspannt und freundlich. Diese Nachkommen von Nomaden neigen wohl nicht zum Überschwang, die Aufmerksamkeit konzentriert sich auf ein Bataillon der Nationalgarde, das in perfektem Drill mit erdbraunen Uniformen angetreten ist. Die Mützen, ähnlich dem sowjetischen Vorbild, weiten sich zu riesigen Tellern aus. Aus den zu Stein erstarrten Gesichtern der Soldaten spricht immer noch die Wildheit der Steppe. Nach einem Vorbeimarsch im Paradeschritt steigen ein paar besonders verdiente Militärs zu Nazarbayev empor und werden mit einem Orden dekoriert. Ist sich dieser Machtmensch, der einst als Funktionär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion seinen geduldigen Aufstieg vollzog und sich dabei als überzeugter Marxist-Leninist verhalten hatte, bevor er aus Moskau zum obersten Parteisekretär für die damalige Sowjetrepublik Kasachstan ernannt wurde, überhaupt noch bewusst, dass sein Vorname Nur-Sultan aus dem Arabischen abgeleitet mit »lichtvoller Herrscher« übersetzt werden kann? Jedenfalls war er mit bemerkenswerter Agilität ja ganz selbstverständlich aus der Position des angepassten Apparatschicks der KPDSU in die dispotische Rolle eines durchaus orientalisch und asiatisch auftretenden Emirs oder Khans hinübergewechselt und das Volk lag ihm zu Füßen. Alle potenziellen Gegner hat er aus dem Weg geräumt, sowohl die panturanischen Nationalisten, die von einem Zusammenschluss aller Turkvölker schwärmten, als vor allem auch die religiösen Fanatiker, wo immer sie mit radikalen Predigten auftraten. Die höchste konfessionelle Autorität, so scheint es, das Amt eines lokalen Kalifen, beansprucht Nazarbayev für sich. Sein Schwiegersohn Aliyev, der aus dem westlichen Ausland gegen seinen ehemaligen Gönner konspiriert und die landesübliche Korruption allzu weit zu seinen eigenen Gunsten hatte ausweiten wollen, verfiel dem Bannfluch des Sultans. Der Festakt endet, unter den Klängen einer orientalisch verfremdeten Nationalhymne, mit dem Hissen einer riesigen Flagge Kasachstans, für die speziell ein künstlicher Hügel aufgeschichtet wurde, damit man sie von Weitem her sehen konnte. Es berührt mich eigenartig, dass ich in diesem Symbol nationaler Souveränität, das sich im Wind bauscht, die himmelblaue Standarte des Welteroberers Genghis Khan wiedererkenne. Auch die goldene Sonne, die im Zentrum des Flackentuchs aufleuchtet, hat einst den mongolischen Horden den Weg gewiesen, als sie in unwiderstehlichem Gewalttritt bis nach Schlesien vorgedrungen waren. Schon am folgenden Tag ist das nächste festprogrammiert. Dieses Mal wird der 69. Geburtstag des Diktators gefeiert, und man kann sich bereits vorstellen, mit welchem Aufwand das 70. Wiegenfest begangen wird. Eine gigantische Bühne ist aus dem Gras gezaubert worden, zwei mächtige, geflügelte Pferde aus Pappmaché, die eine zu mystischer Vision gesteigerte Darstellung der glorreichen neuen Hauptstadt umklammern. Zur Huldigung des Staatschefs treten diverse Ballette auf. Junge Männer führen wilde Schwerttänze auf, während Scharen von Harems Darstellerinnen, nur spärlich bekleidet, sich zu lassiven Bauchtänzen wiegen, die in den meisten in Prüderie erstarrten Ländern des Darul-Islam längst den heiligen Zorn und das strikte Verbot der Mullahs und der Hojas herausgefordert hätte. Das Ganze gipfelt in einem Choral zu Ehren von Astana. Am frühen Morgen hatten wir einen russisch-orthodoxen Gottesdienst aufgesucht. Die Holzkirche war eines der ältesten Bauwerke der damaligen Festung Akmula und vor 150 Jahren für die Garnison des Zarenreichs errichtet worden. Sie war dem heiligen Konstantin und der heiligen Helena geweiht. Über der Ikonostase prangt in farbenprächtiger Darstellung die Himmelfahrt Christi. Gemessen an den Beton- und Glasfassaden der Moderne erschien der Sakralbau recht unansehnlich, fast winzig, aber der junge blonde Mönch, der uns bereitwillig Auskunft gab, verwies darauf, dass der Präsident, um seine Toleranz zu beweisen, den Bau einer stattlichen Kathedrale im neuen Stadtzentrum angeordnet habe. Das Messopfer war recht gut besucht und die Gläubigen hörten nicht auf, nach byzantinischem Brauch pausenlos das Kreuzzeichen zu schlagen. Die wiedererstandene Kirche Russlands war auch in Kasachstan zum Träger und Symbol einer nationalen Neugeburt geworden, doch seit die Sowjetunion auseinanderfiel, sahen sich die christlichen Gemeinden in den sogenannten Gussrepubliken einer ständigen Abwanderung ausgesetzt. Wir haben hier in den frühen 90er Jahren eine regelrechte religiöse Aufbruchstimmung erlebt, räumte der Pope ein, aber diese Frömmigkeit entsprach damals einem modischen Trend. Heute könne nur noch ein Viertel der in Kasachstan lebenden Russen als fromme und verlässliche Kirchgänger betrachtet werden. Bedenklich sei, dass vor allem die ältere Generation zur Religion zurückgefunden habe, während bei den Muslimen, die in Kasachstan recht zögerlich den koranischen Glauben wiederentdecken, die jungen Männer eine geschlossene und oft militante Gemeinde bilden. Wie viele Einwohner Astana zählt, ist umstritten. Die Zahl schwankt zwischen 600.000 und einer Million, aber die ethnische Zusammensetzung hat sich drastisch verändert. Während sich im Akmola der Zaren und im Zelinograd der Sowjets der russisch-ukrainische Anteil auf etwa 80 Prozent belief, dürfte er heute auf ein Viertel abgesunken sein. Ich frage meine Begleiterin und Dolmetscherin Gulmira, eine vorzüglich deutsch sprechende Akademikerin, nach dem Verhältnis zwischen Kasachen und Russen. Ich habe die junge Frau zunächst für eine Russin gehalten, aber sie ist von Geburt Tartarin. In religiösen Fragen sei sie nicht kompetent, wendet sie ein, denn sie sei als Atheistin aufgewachsen. Bemerkenswert sei jedoch, dass bei den 25 Millionen slawischen Zuwanderern, die zu Sowjetzeiten in den ehemaligen zentralasiatischen Teilrepubliken lebten, eine sich beschleunigende Rückwanderung ins russische Mutterland stattfände. Kasachstan, wo die Slawen fast die Hälfte der Einwohner ausgemacht hatten, sei davon noch weniger betroffen als etwa Tatschikistan oder Usbekistan, wo eine latente Feindseligkeit gegenüber den ehemaligen Kolonisatoren aufkomme. In Astana wache der Präsident persönlich darüber, dass die völkische Harmonie gewahrt bleibe. Ihre eigene Familie, so erklärt Gulmira, gehöre jener Gruppe von muslimischen, aber stark russifizierten Tartaren an, die im 19. Jahrhundert nach Kasachstan aufgebrochen waren und den recht ungebildeten Nomaden der Steppe einige Rudimente westlicher Zivilisation, aber auch eine rechtgläubige Interpretation des Islam vermittelt hätten. Heute wundere sie sich darüber, wie schnell und gefügig die einst präpotenten Slawen das Feld räumen würden. Vereinzelte Versuche, wehrhafte Kosakenverbände aufzustellen, um dem asiatischen Vordringen entgegenzuwirken, seien an der mangelnden Unterstützung Moskaus gescheitert. Bis auf Weiteres herrsche Eintracht zwischen Russen und Kasachen, die sich im Laufe der Jahrzehnte aneinander gewöhnt hätten. Schwierigkeiten gebe es hingegen mit jenen kasachischen Neuankömmlingen, den sogenannten Uraimanen, die in fremde Staaten ausgewandert waren, zumal nach China, in die Mongolei, sogar die Türkei und in ihrer eigenen, neu gegründeten Republik den anwesenden Europäern ablehnend oder feindselig gegenüberständen. Wie gründlich sich im weiten Umkreis von Astana die ethnische Zusammensetzung bereits verändert hat, kann ich bei einer Autofahrt in die nördliche Steppe wahrnehmen, auf jener endlosen Trasse, die jenseits der Grenze in die sibirische Stadt Omsk mündet. In diese triste Region war einst Dostoyevsky verbannt worden. Hier haben die sowjetischen Atomexplosionen verseuchtes Terrain hinterlassen, im abseitsgelegenen Baikonur befindet sich auch jene Raumstation, von der in regelmäßigen Abständen gewaltige Raketen der russischen Astronautik ins Weltall geschossen werden. Die meisten Steppendörfer sind von der einst überwiegend russischen Bevölkerung bereits verlassen worden. Lediglich die hübschen Holzhäuser mit den bunt bemalten Fensterrahmen sind übrig geblieben und eine Anzahl von Kasachen, die jetzt dort leben. Die Friedhöfe der Muslime sind kunstvoll mit Ziegeln ausgelegt und mit Blumen geschmückt, während die orthodoxen Kreuze mit dem Querbalken über den verwahrlosten Gräbern der Christen Rost ansetzen und im Sand versacken. Aktau im Juli 2009 So strahlend und türkisblau habe ich mir das Kaspische Meer an seinem östlichen Ufer nicht vorgestellt. Weiße Felsen aus Muschelkalk bilden rund um den Hafen einen strahlenden Kranz. Der Grundstein zur Stadt Aktau wurde erst 1958 gelegt, nachdem die damalige Sowjetverwaltung auf überreiche Öl vorkommen und auf Uran gestoßen war. Stattliche Bauten reihen sich in makellosem Weiß aneinander und es kommt nicht der Eindruck auf, man befände sich am Rande eines Petroleumreviers gigantischen Ausmaßes. Wir sind am Nachmittag von Astana abgeflogen und hatten auf der Landkarte festgestellt, dass sich Aktau mitsamt der sich in das Kaspische Meer vorschiebenden Halbinsel Mangi-Schlag auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Almaty befindet. Mit solchen Distanzen hat man es hier zu tun. Die Bevölkerung von Aktau muss in den ersten Jahren überwiegend slawisch gewesen sein und es hat wohl zum Zeitpunkt der Auflösung der Sowjetunion einer seltsamen Verblendung eines akuten Anfalls von nationalem Defettismus bedurft, dass Moskau diese westlichste, periphere Region Kasachstans einem neu entstandenen Staatsgebilde überließ, das nun in voller Souveränität über seinen Energiereichtum verfügen und ihn an ausländische Konzerne verhökern konnte. Von der Terrasse des Hotels Renaissance genieße ich einen pathetischen Sonnenuntergang. Bei der Fahrt in die Stadt haben wir eine total verdorrte, von Sanddünen durchzogene Steppe durchquert, aber ich fühle mich wohl in der Wüste. Ein grauhaariger Mann mit scharf geschnittener Nase beobachtet mich intensiv, dann kommt er an meinen Tisch, er habe lange in Deutschland gelebt und kenne mein Gesicht aus dem Fernsehen, er stellt sich unter dem Namen Peruskian vor und gibt sich damit als Armenier zu erkennen. Das große Spiel um die Ausbeutung des Erdöls von Mangi-Schlag ist in vollem Gange. Der Armenier versucht mich in ein endloses Gespräch über den gefallenen Petroleumpreis und die negativen Folgen dieser Bess für die ehrgeizigen Pläne des Präsidenten Nazarbayev zu verwickeln, es die Einführung der neuen Nationalwährung Tinge habe ein wenig Stabilität gebracht. Ich verweise Peruskian darauf, dass die Verhältnisse in Kasachstan, verglichen mit den Zuständen an der kaukasischen Gegenküste des Kaspischen Meeres, geradezu idyllisch wirken. Dort hat eben noch ein Waffengang zwischen Georgien und Russland um die neu gegründete Mini-Republik Süd-Ossetien stattgefunden. In Tschetschenien gibt sich der dortige Machthaber Kadirov als zuverlässiger Verbündeter Moskaus, steht jedoch im Begriff, seine autonome Republik von Grozny, die nominell in der russischen Föderation verbleibt, in eine islamische Republik sui generis zu verwandeln. Im winzigen Ingushetien gleich nebenan gehen täglich Bomben hoch, und mit bösen Ahnungen blickt Wladimir Putin auf das Territorium von Dagestan, wo das Zarenreich im 19. Jahrhundert 30 Jahre lang Krieg geführt hatte, um den islamisch inspirierten Aufstand des Iman-Shamil niederzukämpfen. Dort spürt man bereits ein gefährliches Brodeln. Diese Zone ist mir mindestens ebenso vertraut wie dem geschwätzigen Armenier, dessen kommerzielle Interessen sich vermutlich innerhalb des Dreiecks Erivan Washington, Tel Aviv und Moskau bewegen. Inzwischen sind die internationalen Ölgiganten damit beschäftigt, sich im Umkreis von Aktau den Rang abzulaufen. Am schnellsten haben natürlich die amerikanischen Multis agiert, aber auch der Kreml verfügt noch über erhebliche Druckmittel, und diverse europäische Gesellschaften versuchen, bescheidenere Claims abzustecken. Mit wachsendem Argwohn blicken sie alle auf das systematische Vordrängen der staatlichen Energiekonzerne der Volksrepublik China. Mindestens ebenso verworren mutet der Wettstreit um den Bau und den Verlauf der Pipelines an, versuchen die USA doch mit allen Mitteln und beachtlichem Erfolg das schwarze Gold des kaspischen Raums unter Umgehung russischen Territoriums durch Georgien und die Türkei in den Mittelmeerhafen Cihahn zu pumpen. Die Regierung von Ankara verschafft sich zusätzlich Trümpfe durch eine Leitung namens Nabuco, die über den Balkan verlaufen würde. Die Russen fordern ihrerseits die präferentielle Nutzung ihrer traditionellen Durchgangsstation Nawazizk an der Mündung des Don, während in aller Diskretion chinesische Arbeitskolonnen in Rekordzeit ihre Ruhe verlegen, um eine Verbindung zu ihrem eigenen Versorgungssystem in Xiangyang herzustellen. Dieses ganze Gewirr von Leitungen, Zulieferanlagen und Pipelines verdichtet sich allmählich zu einem gordischen Knoten, aber kein Alexander ist in Sicht, der befähigt wäre, ihn mit einem Hieb zu durchtrennen. Ich bin froh, als der Armenier sich verabschiedet und ich beim Sundowner meinen eigenen Gedanken nachhängen kann. An diesem äußersten Vorposten der Halbinsel Mangi-Schlag stellt sich nämlich die Frage, wo Asien aufhört und wo Europa beginnt. Mir klingt noch der Ausruf General de Gaulle's in den Ohren, der 1964 bei seinem Staatsbesuch in der Sowjetunion einen Toast auf die Einheit Europas ausgebracht hatte. Wer bei klarer Sicht den endlosen Höhenzug des Ural, der sich in sanften Wellen von Norden nach Süden dahin zieht, aus der Höhe des Flugzeugs gemustert hat, kann ihn schwerlich als scharfe Trennungslinie zwischen den Kontinenten identifizieren, ebenso wenig wie den bescheidenen Fluss Ural, der sich bei Guriyev in den nördlichen Teil des Kaspischen Meeres ergießt. An dieser Stelle greift sogar die überwiegend asiatisch-islamische Republik Kasachstan auf ein Territorium über, das den Ausmaßen Bayerns entspricht und, rein geografisch, Europa zugerechnet werden müsste. In Aktau ist man von der Mündung der Volga nicht sonderlich weit entfernt. Ein letzter Eindruck von Aktau. Vier großflächige Porträts, die jeweils eine ganze Häuserfassade zudecken, die Straße der Besten. An erster Stelle steht natürlich nur Sultan Nazarbayev. Nicht weit davon fällt eine Art weißer Tempel ins Auge, der den Gefallenen des Krieges, aber auch allen Opfern der Unterdrückung gewidmet ist. Man wünschte sich, ähnlich schlichte und geschmackvolle Ehrenmäler auch in Deutschland vorzufinden. In mancher Hinsicht hat sich die russisch-sowjetische Kolonisierung der Nordhälfte Asiens weit fortschrittlicher und positiver erwiesen, als manche Kritiker behaupten. Um nur die relativ kurze Präsenz der Roten Armee am Hindukusch im späten 20. Jahrhundert zu erwähnen, die verbündeten Staaten der Atlantischen Allianz sind weit davon entfernt, die Emanzipation der afghanischen Frau so konsequent durchzusetzen, wie das den Sowjets im Verbund mit den lokalen kommunistischen Parteien gelungen war. Schon am Stadtrand von Aktau nimmt uns die große Steppe auf, und sie lässt uns nicht mehr los. An dieser Stelle sollte man eine Landkarte zur Hand nehmen und mit dem Lineal eine Gerade in nordöstlicher Richtung ziehen. Dort verläuft nämlich die äußerste Grenze der unabhängigen Republik Kasachstan. Jenseits davon beginnt die russische Föderation, und im Umkreis der Ortschaft Ortig verengt sich das Territorium, das der unmittelbaren Oberhoheit Moskaus untersteht, auf einen Schlauch von 20 bis 30 Kilometern. Jenseits davon, an den südlichsten Ausläufern des Uralgebirges, beginnt die autonome Republik Bashkortostan. Früher sagte man Bashkirien, die zwar Mitglied der russischen Föderation bleibt, aber wachsenden Anspruch auf Autonomie erhebt. Die türkstämmige Bevölkerungsmehrheit von Bashkortostan bekennt sich zum Islam. Obwohl die Religiosität hier nie ausgeprägt war, lässt sich eine Neubelebung des koranischen Glaubensgutes nicht leugnen, zumal die bashkirische Hauptstadt Ufa zu Sowjetzeiten als Sitz des islamischen Muftiats für die in ganz Russland weit verstreuten sunnetischen Glaubensgemeinschaften fungierte. Da Bashkortostan im Nordosten in die autonome Republik Tatarstan übergeht, wo die Muslime ebenfalls eine knappe Mehrheit bilden, erstreckt sich ein potenzieller islamischer Gürtel bis an die mittlere Volga, das heißt bis ins Herzland des europäischen Russland. Katharina II., die Große genannt, die das Zarenreich zum ersten Mal bis an den Rand des Kaspischen Meeres ausgedehnt hatte, wurde sich der fortdauernden muslimischen Belastung für den Bestand ihres Imperiums in vollem Umfang bewusst, als der Volkstribun Jemaljan Pugatschow sich als Zar Peter III. ausgab, Kazan eroberte und sich bei seinem Feldzug auf die tartarischen Reiterhorden des heutigen Bashkortostan stützen konnte. Über den waldigen Höhlenzügen des Urals, unmittelbar am Rande von Ufer, wurde dem muslimischen Gefährten Pugatschows, dem baschkirischen Emir Salavat Yulayev, schon zu Sowjetzeiten ein pompöses Reiterstandbild errichtet. Er wird weiterhin als Nationalheld dieses, den Tartaren eng verwandten Turkvolkes, verehrt. Aus der Einöde, die bei 40 Grad Hitze plötzlich auf fast 400 Meter unter den Meeresspiegel absinkt, zeichnen sich die Fördertürme und die in ständiger Bewegung pendelnden Pumpen, Esel genannt, in unregelmäßigen Abständen ab. Menschen sind kaum anzutreffen. Nur die Firmenschilder der großen Konzerne lassen erkennen, wer gerade zum Zuge gekommen ist. Die Chinesen haben sich offenbar im Norden der Mangi-Schlag-Halbinsel am intensivsten engagiert. Ein dringlicher Vorschlag aus Washington, eine Pipeline zwischen Aktau und Baku quer durch das Kaspische Meer zu verlegen und damit den russischen Rivalen zusätzlich zu benachteiligen, ist an der vorsichtigen Zurückhaltung des kasachischen Präsidenten bisher gescheitert. In Astana ist man sich zudem bewusst, dass zu den Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, die an der Delimitierung des jeweiligen Festlandsockels und der dortigen Offshore-Förderanlagen beteiligt sind, auch die Islamische Republik Iran und jenes absurdes Staatswesen zählen, das aus der früheren Sowjetrepublik Turkmenistan hervorgegangen ist. Seit dem Tod ihres ersten, zur Paranoia neigenden Tyrannen Yasov, der sich selbst als Turkmen-Bashi, als Herr aller Turkmenen glorifizieren ließ, verfügt ein noch bizarrerer Nachfolger über die gewaltigen Gasvorkommen dieser Stammesföderation. Eine demografische Stabilisierung hat sich in diesem Raum längst noch nicht eingestellt. Mit Ausnahme von Kasachstan sind die dort lebenden Europäer zu einer unbedeutenden Minderheit geschrumpft, während die sogenannten Schwarzen, Kaukasier und Zentralasiaten weiterhin in das eigentliche russische Kerngebiet einströmen und dort heftigen, rassistisch motivierten Zusammenstößen mit den zutiefst irritierten Slaven ausgesetzt sind. Darin gemessen spielt die Zuwanderung chinesischer Händler, die zwischen Wladivostok und Smolensk die Märkte beherrschen, eine relativ bescheidene Rolle. Die Regierung von Peking wacht darüber, dass das zurzeit ungetrübte Verhältnis zu Moskau nicht durch einseitige Vorteilnahme der Volksrepublik gestört wird. Die russische Föderation und das postmaoistische China haben sich sogar im Verbund mit einer Anzahl von Gussstaaten zu jener Union von Shanghai zusammengefunden, die jenseits der gemeinsamen ökonomischen Interessen auch auf militärischem Gebiet kooperieren. Es geht diesen disparaten Partnern vor allem um die Wahrung ihrer territorialen Integrität und um einen gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus, so heißt es wenigstens. Die Manöver der jeweiligen Streitkräfte beschränken sich zwar auf ein bescheidenes Kräfteaufgebot, aber die flotten Übungen, die im Gelben Meer und im Vorfeld der Halbinsel Shandong stattfanden, wurden als diskrete Warnung an die übermächtige US-Navy im Westpazifik gedeutet. Die kombinierten Kriegsspiele im Umkreis der südsibirischen Stadt Chelyabinsk dagegen sollten wohl ein Zeichen setzen für den gemeinsamen Willen, einer Ausweitung des islamistischen Radikalismus im südlichen Glassis der ehemaligen Sowjetunion, einen Riegel vorzuschieben. Es ist vieles in Bewegung geraten in diesen furchterregenden Weiten, die ich vor 15 Jahren, von allen Seiten kritisiert, als Schlachtfeld der Zukunft beschrieben habe. Die Rückbesinnung auf die reine Lehre des Propheten ist bei den Nomaden Westkasachstans noch nicht weit gediehen. Im Zeichen diverser Sufi-Gemeinden und religiöser Brüderschaften überlagern hier die schamanistischen Überlieferungen die koranische Offenbarung. Immer wieder macht mich mein kasachischer Fahrer auf die kunstvoll in weißem Muschelkalk gemeißelten Gräber von angesehenen Hordenführern und mehr noch auf die Mausoleen angeblicher Mystiker aufmerksam, die den Zauberkräften von Medizinmännern wohl näher standen als der strikten Observanz der koranischen Vorschriften. Viele von ihnen hatten, vom Volk hoch verehrt, als Einsiedler in ausgeschachteten Höhlen die göttliche Inspiration gesucht. Die Portale sind oft durch ganz und gar unislamische Darstellungen von Totem-Tieren geschmückt. Eindrucksvolle Monumente sind in dieser Gegend nicht anzutreffen. Ist es eine Folge der unerträglichen Mittagshitze, jedenfalls erscheinen die spärlichen Ortschaften, die sich an die Steilküste klammern, fast unbewohnt. Längs der Straße, die im Norden in Richtung Ford Shevchenko führt, sind typisch russische Holzhäuser übrig geblieben und auch eine morsche orthodoxe Kirche. Ein paar Gedenktafeln erinnern an irgendwelche lokalen Widerstandskämpfer. Dem Datum ihres Todes entnehme ich, dass es sich meist um Opfer der großen stalinistischen Säuberungswellen der 30er Jahre handelte. Unvermutet stoßen wir auf die Blechkuppel einer halbwegs ansehnlichen Moschee. Ein bärtiger Mullah, in weißen Turban und weißen Kafthan gekleidet, verharrt am Schmiede-eisernen Portal. Er beobachtet uns misstrauisch, wie mir scheint. Ich begrüße ihn trotzdem mit Salam Aleikum, obwohl eine solche Formel nur muslimischen Gläubigen vorbehalten sein sollte. Sehr bald stelle ich fest, dass er über keine nennenswerten arabischen Sprachkenntnisse verfügt. Der Imam bestätigt mir immerhin, dass seine Gemeinde dem hanifetischen Ritus anhängt. Als ich ihn frage, ob er der geistlichen Bruderschaft, der Tarika, des Scheik-Nag-Sband aus Bukhara nahestehe, die im nahen Dagestan stark vertreten ist, schüttelt er ärgerlich den Kopf. Ich will den spärlichen Kontakt bereits abbrechen, da erfahre ich von ihm, wo er seine geistliche Ausbildung erhalten hat, in welcher Madrasa er die Suren des Koran auswendig gelernt hat. Er sei in Afghanistan, in der Stadt Kunduz, als Talib zum rechten Glauben erzogen worden. Ich sage dem Mullah nicht, dass Kunduz sich im Zentrum jener Schutzzone befindet, die theoretisch dem deutschen Isaf-Kontingent zugeordnet ist, zumal sich dort die blutigen Zusammenstöße mit den Taliban häufen. Aber ich versuche, dem frommen Mann zu erklären, dass ich mit einem berühmten Sohn der Stadt Kunduz, dem Mujaheddin Kommandanten Gulbuddin Hekmatyar, engen Kontakt gepflegt hatte, dass ich mit seinen Gotteskriegern der Hezb-e-Islami während des Feldzuges gegen die Sowjetunion mich auf den Pfaden Allahs und des Heiligen Krieges durch die Felsschluchten von Torabora gequält hatte. Die Tatsache, dass ich Hekmatyar persönlich kenne, verwandelt den Turbanträger in einen freundlichen Gastgeber. Er lässt uns Tee servieren und lädt uns in sein bescheidenes Haus ein. Große Erkenntnisse habe ich an diesem Nachmittag nicht gewonnen, aber eine Aussage des frommen Mannes hat sich mir eingeprägt, als ich in Frage, mit welcher politischen Richtung oder Partei Kasachstans er sich verbunden fühle, ob er der inzwischen verbotenen Schetoksan-Bewegung nachtrauere oder sich der islamistischen Alasch-Gruppe angeschlossen habe. Die barsche Antwort, die ich erhalte, ist mir nicht neu. Es gibt keine Partei außer der Partei Gottes. Kyrgyzstan, Bishkek im Sommer 2009 Ist in Bishkek, der Hauptstadt Kyrgyzstans, die Zeit stehen geblieben? Hoch zu Ross, in Bronze gegossen, reitet dort immer noch der Feldherr Mikhail Frunze auf den Bahnhof zu. Erinnert man sich in Bishkek, dass bis zur Unabhängigkeitserklärung dieser Zentralasiatischen Republik sogar den Namen des aus Bessarabien stammenden Eroberers trug, denn gar nicht daran, dass die Rote Armee unter seinem Befehl ganz zentral Asien in die kommunistische Zwangsjacke steckte, dass Frunze den islamischen Widerstand, der Bashmati brach und das Emirat Bukhara dem stalinistischen Imperium eingliederte? Sind die Kyrgyzsen, was ihre tragische Vergangenheit betrifft, so vergesslich, oder handelt es sich lediglich um eine administrative Schlamperei? Nicht nur der Revolutionsgeneral Frunze thront noch gebieterisch auf seinem Sockel. Unweit des schönen klassizistischen Operngebäudes, das die Russen in Bishkek wie in so manchen Provinz- und Rionstädten in lobenswerter kultureller Absicht hinterließen, ist ein anderes Kolossaldenkmal aus der Sowjetzeit erhalten geblieben. In rotem Marmor ist die vorbildliche Kommunistin Urkuja Salienda dargestellt. Sie war die erste weibliche Kolchosenvorsitzende, nachdem Moskau die Kollektivierung der Viehzucht mit katastrophalen Folgen für den Bestand der bislang normalisierenden Herden angeordnet hatte. Die Genossin Salienda hat typisch asiatische Gesichtszüge. Mit sieghafter Geste reißt sie den Schleier der islamischen Unterdrückung herunter und blickt begeistert ins Leere. Im Jahr 1933 war diese Aktivistin der Sowjetmacht von den Basmachi, von den Räubern und Wegelagerern, wie die Russen diese Kämpfer des Heiligen Krieges schmähten, ermordet worden. So lange hatte sich also der koranische Widerstand mit völlig unzureichender Bewaffnung gegen die weit überlegenen Verbände der Gottlosen behaupten können. Das verzweifelte Aufbäumen hat zeitweilig unter dem Befehl des letzten osmanischen Kriegsministers Enver Pasha gestanden, der mit seinem kleinen Reitertrupp eine selbstmörderische Attacke gegen das Maschinengewehrfeuer der Bolschewiki ritt. Die gewaltige Statue Lenins, mit richtungweisend ausgestrecktem Arm, steht zwar nicht mehr auf dem zentralen Platz der kirgisischen Hauptstadt, sie wurde dort durch das Denkmal des mythischen Nationalhelden Manas ersetzt, einen schwertschwingenden Koloss aus schwarzem Stahl, der als zentrale Figur der kasachisch-kirgisischen Ursprungslegende auftritt und in einem endlosen Epos besungen wird. Doch der Vater der Roten Oktoberrevolution ist keineswegs beiseitegehäunt worden. Er wurde an anderer, prominenter Stelle neu aufgestellt, als Relikt einer Ideologie, die längst verblasst ist. Wir waren zu nächtlicher Stunde, von Aktu kommend, in der früheren kasachischen Hauptstadt Almaty gelandet. Die zwei Stunden Schlaf, die uns vergönnt waren, verbrachten wir nicht im pompösen Rachat Palace, sondern in einer bescheidenen Unterkunft. Dann rollten wir, total übermüdet, in Richtung Bishkek. Wir hatten uns solche Eile auferlegt, weil wir rechtzeitig zum muslimischen Freitagsgebet eintreffen wollten. Die verrottete, schäbige Holzmoschee, die ich bei meinem ersten Aufenthalt im Sommer 1980 aufgesucht hatte, war seit der Unabhängigkeit durch einen stattlichen Kuppelbau ersetzt worden. Nach der Niederwerfung des islamischen Widerstandes durch Frunze hatten die Sowjetbehörden angeordnet, dass die kirgisischen Frauen ihre bisherige Vermummung, die angeblich der religiösen Vorschrift entspricht, ablegen, auf einen Haufen werfen und öffentlich verbrennen mussten. Die Paranja, die hier getragen wurde, ähnelt der Totalvermummung der Burka, wie sie in Afghanistan heute noch weitgehend üblich ist. Heute tauchen bereits diverse Varianten des Hijab auf, und so waren wir neugierig, obwohl auch bei den männlichen Gläubigen eine Rückbesinnung auf die Lehre des Propheten stattfände. Zwar war die freie Religionsausübung seit dem Sturz der kommunistischen Herrschaft wieder offiziell genehmigt, aber die vom Staat ernannten Muftis und Imame waren strengstens angehalten, sich in ihrer Freitagspredigt, der Kutba, jener politischen Stellungnahme, zu enthalten. Von einem Aufruf zum Dschihad konnte überhaupt nicht die Rede sein. Umso überraschter waren wir, als die neue geräumige Jami, die Freitagsmoschee, von Gläubigen überfüllt war, ja, dass sich die Beter auf dem weiten Vorplatz drängten und in Richtung Mekka verneigten. Es handelte sich nicht wie zu Sowjetzeiten um ein paar ältliche Dickschädel, die dem Koran die Treue hielten, sondern die kompakte Menge setzte sich fast ausschließlich aus jungen dynamischen Männern zusammen, die sich, um nicht als militante Islamisten identifiziert zu werden, den Bart abrasiert hatten. Manners im Sommer 2009 Das Sternenbanner der USA flattert wieder über dem kirgisischen Transit Center Manas am Rand von Bishkek. Der Anblick der Stars and Stripes wirkt beinahe anheimelnd in dieser barbarischen Umgebung am Rande der Tartarenwüste. Vielleicht spüre ich auch deshalb ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit und Solidarität mit dem transatlantischen Verbündeten, weil der eigene europäische Kontinent, in den man so große Hoffnungen gesetzt hatte, durch seine überstürzte Ausweitung nach Osten einem Entfremdungsprozess unterliegt. Die Europäische Union, die nicht in der Lage ist, sich zu einer gemeinsamen Außenpolitik, geschweige denn zu einer koordinierten Strategie durchzuringen, erscheint von den Gletschern des Pamir aus betrachtet wie eine schillernde Schimäre. In Manners sehen die Wachen von exzessiven Kontrollen ab, die in der Umgebung der Green Zone von Bagdad in fast hysterischer Anspannung stattfinden. Das Kamerateam kann ungehindert seiner Arbeit nachgehen und in aller Ruhe das Beladen der mächtigen Transportmaschinen C-17 Globemaster filmen, die am Rande der Rollbahn aufgereiht sind. Der Public Affairs Officer lädt mich zu einem ausführlichen Bericht in seinen Briefing Room ein. Militärische Geheimnisse gibt er natürlich nicht preis, aber ich erfahre doch, wie unentbehrlich der Stützpunkt Manners für die amerikanische Truppenversorgung in Afghanistan geworden ist. Ein großer Teil der hier versammelten Mannschaften macht in der Regel eine Zwischenlandung in der zentralen Militärbasis von Bagram, östlich von Kabul. Zum Teil aber führt der Transport auch direkt in die Kampfzonen, ob diese sich nun bei Kandahar, Jalalabad oder Kunar befinden. Der Stützpunkt selbst verfügt über ein ständiges Militärpersonal von 1.100 Mann. Auch ein begrenztes französisches und spanisches Kontingent ist hier zugegen. Der Kommandeur von Manners, Colonel Holt, hat als Pilot die unterschiedlichsten Typen geflogen und ist auf mehr als 3.700 Flugstunden gebracht. In seine Zuständigkeit fällt auch jene disparate Bodentruppe, die in Kabul unter dem Namen International Safety Assistance Force, ISAF oder ISAF in Erscheinung tritt. Die Koordination einer so kunterbunten Koalition, deren Auftrag nie präzis definiert wurde, dürfte ihm manches Problem aufgeben. Bei aller Umgänglichkeit hat mir der Presseoffizier nicht verraten, wie er sich den weiteren Verlauf des Afghanistan-Engagements vorstellt. Gleichwohl kann ich wieder einmal feststellen, dass bei der kämpfenden Truppe eine weit skeptischere Beurteilung vorherrscht als bei so manchen deutschen Parlamentariern, die weit vom Schuss debattieren. Die Erneuerung der Konzession, die Basis Manas weiterhin durch die US Air Force zu nutzen, kann in ihrer Bedeutung gar nicht überschätzt werden. Seit die terrestrischen Zugangswege nach Afghanistan, die über den Kaiba Pass und über Quetta, also über unruhiges pakistanisches Staatsgebiet nach Kandahar und Kabul führen, vernichtenden Überfällen durch islamische Freisteller ausgesetzt sind, ist die Atlantische Allianz für den Transport ihres Nachschubs auf den Luftraum, auf die Flugplätze aber auch auf die Straßen- und Eisenbahnschienen der ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens angewiesen. Sogar in den Häfen Lettlands und Georgiens wird die Versorgung ausgeschifft. Vor allem aber muss dieses gewaltige Transportunternehmen das Staatsgebiet der Russischen Föderation in Anspruch nehmen. Dadurch entsteht zwangsläufig eine gegenseitige Abhängigkeit, eine forcierte Kooperation zwischen den einstigen großen Gegnern des Kalten Krieges. Das amerikanische Kommando ist auf ein gewisses Wohlwollen Moskaus angewiesen, um seine am Hindukusch engagierten Truppen mit dem ungeheuren materiellen Aufwand einer modernen Armee und deren aufgeblähte Logistik zu versorgen. Die Russen ihrerseits haben alles Interesse daran, dass die um Amerika gescharte Atlantische Allianz durch die radikalen islamischen Kräfte am Hindukusch festgenagelt wird. Der von Barack Obama berufene Oberbefehlshaber in Afghanistan, General McChrystal, hat nach den katastrophalen Folgen des wahllosen Bombenkrieges seiner Vorgänger und der damit verbundenen Kollateralschäden nunmehr auf eine Strategie der Schonung und Zurückhaltung umgestellt, um unnütze Verwüstungen zu vermeiden und die Verluste unter den Zivilisten niedrig zu halten. Er tut es in der Hoffnung, ein Minimum an Vertrauen und Sympathie bei der afghanischen Bevölkerung zurückzugewinnen, trotz des zwingenden Gebots der Blutrache, das ihm Pashtun-Wali, dem Sittenkodex der Pashtunen, vorgegeben ist. Ich habe längst gemerkt, dass ich bei dem Briefing mehr Mitteilungen von mir gebe, als der zuständige Major sie mir bieten kann. Es besteht ebenfalls kein Zweifel, dass unser Gespräch aufgezeichnet und den zuständigen Experten der Military Intelligence überstellt wird. Ein Kontingent Soldaten in sandgelber Tarnuniform ist inzwischen in einem riesigen Hangar angetreten. Die GIs nehmen unter der weitgespannten Zeltplane ihre Kampfausrüstung für den bevorstehenden Einsatz in Empfang. Sie sind in einem dichten Karree aufgestellt. Die bleischweren, kugelsicheren Westen haben sie bereits umgeschnallt. Nun fixieren sie noch den übrigen Ballast an ihrem Gurt und heben den viel zu schweren Rucksack auf den Rücken. Wenn einer von den Männern im steilen Gebirgsgelände zu Fall kommt, bleibt er doch wie ein Maikäfer hilflos auf dem Rücken liegen, wende ich ein und niemand widerspricht mir. Als ich mich zur Zeit des Afghanistan-Krieges gegen die Sowjetunion auf den extrem beschwerlichen Steilpfaden der Mujahedin mühsam fortbewegen musste, hatten wir unser gesamtes Gepäck auf Maultiere und Esel gepackt. Immer wieder passierte es, dass wir von unseren kleinen, kräftigen Pferden absteigen mussten, weil die Hänge zu steil aufstiegen und die Kraft der Tiere überfordert hätten. Wir pflegten dann, die Schwänze der Rösser zu packen und uns an den schwierigsten Passagen von ihnen hochziehen zu lassen. Aber NATO-Truppen durchkämmen wohl nur in extrem seltenen Ausnahmefällen diese zerklüftete Wildnis und sind dabei auf ihre Hubschrauber angewiesen, jedenfalls wären gepanzerte Fahrzeuge, ob sie nun Marder, Dingo, Wolf oder Wiesel heißen, für dieses Terrain total ungeeignet. Osch im Sommer 2009 In tiefer Dunkelheit sind wir in Osch angekommen. Unser kirgisischer Betreuer und Dolmetscher Orosbek, die Berufsgattung wird heute als Fixer bezeichnet, kannte sich in dem düsteren Gassengewirr gut aus. Er brachte uns in einem erbärmlichen Quartier unter, das den Namen Deluxe trug und gab uns den dringenden Rat, keinen nächtlichen Spaziergang zu unternehmen. Wir seien hier nämlich in einer Hochburg der Kriminalität, des Drogenhandels und vor allem auch mörderischer ethnischer Spannungen angelangt, die in regelmäßigen Abständen zwischen Kirgisen und Usbeken ausgetragen werden. Die Stadt Osch, mit 250.000 Einwohnern, die zweitgrößte Ortschaft Kirgistans, ist in eine riesige Mulde gebettet und wird im Süden von drei steilen Felshöhen überragt, die wir zu dieser späten Stunde nicht mehr erkennen können. Mit dem höchsten dieser Berge, Tacht-i-Soleiman genannt, verbindet sich eine seltsame Legende, die ins fernste Altertum verweist. An diesem Knotenpunkt Zentralasiens hatten sich die unterschiedlichsten religiösen Vorstellungen abgelöst. Heidnisches Schamanentum, die Lehre Zarathustras, die dualistischen Vorstellungen der Manichäer, der Theravada-Buddhismus und dann die nestorianische Form des Christentums. Am Ende hat der Islam alles überlagert, aber die Mythen der Jahrtausende wurden nicht ausgelöst. So bleibt in der Person des hebräischen Königs Salomon, der im Koran als Prophet und Vorläufer Mohammeds geirrt wird, die biblische Überlieferung bewahrt. Die Fahrtdauer von Bischkek bis Osch war uns fälschlich mit acht Stunden angegeben worden. In Wirklichkeit mussten wir 15 Stunden lang durch eine grandiose Felslandschaft kurven, einen Pass von 3600 Metern überwinden und einer aus militärischen Gründen gut asphaltierten Straße folgen, deren verschlungener Verlauf der Willkür einer wilden Natur, vor allem aber der absurden Grenzziehung zu verdanken war, mit der Josef Stalin die sowjetischen Teilrepubliken Zentralasiens zerstückelt hatte. Damit wollte er verhindern, dass sich hier eine einheitliche Nationalität herausbilden könnte. In dieser zerklüfteten Region, die zum Pamirgebirge überleitet, boten sich uns großartige Bilder. Die Gesteinsformationen ragten wie surrealistische Skulpturen über schäumenden Gewässern. Wo immer ein Weideplatz auftauchte, hatten die kirgisischen Viehzüchter ihre weißen Jürten aufgeschlagen. Die munteren Mongolenpferde galoppierten um die Wette. Es war eine herrliche Fahrt, aber nach spätestens zehn Stunden erlarmte unsere Begeisterung für diese romantische Felskulisse. In endlosen Schleifen umkreisten wir den Toktokul-Stausee und von nun an nahm uns eine bedrohliche Finsternis auf. Am Ortseingang von Osch war mir im Vorbeifahren ein relativ stattliches Hotel aufgefallen, das sich vorteilhaft von unserer Herberge Deluxe unterschied. Warum wir uns dort nicht einquartiert hätten, fragte ich unseren Fixer etwas unwirsch, aber der lehnte lachend ab. Dort treffen sich nur Verbrecher und Huren, sagte er, und sie hätten um ihre Kameraausrüstung, wenn nicht um ihr Leben fürchten müssen. Am folgenden Morgen sieht alles sehr viel harmloser aus. Das Marktgelände ist ein riesiger Bazar, wo, laut Orozbek, alles zu finden sei, von den süßesten Trauben der Welt, aus der Oase Turfan, bis zum erstklassigen Heroin. Das überreichliche Angebot an Textilien kommt ausnahmslos aus dem benachbarten China, während die spottbilligen Sturmgewehre vom Typ Kalaschnikow aus irgendwelchen banden Arsenalen Afghanistans stammen. Fast ebenso vielfältig wie das chinesische Warenangebot sind die diversen Rassen, die sich dort einstellig eingeben. Neben Usbeken, Kirgisen, Kasachen und Tatschiken sind die Koreaner stark vertreten, die Stalin einst in einer despotischen Laune aus ihrem Siedlungsgebiet an der manchurischen Grenze nach Zentralasien verfrachtet hatte. Auch Uiguren aus der benachbarten chinesischen Westprovinz Qingyang treten in wachsender Zahl auf, seit sich in ihrer autonomen Region der Volksrepublik die bewaffneten Überfälle und Gewaltakte häufen. Aus Pakistan wiederum sind grell bemalte riesige Laster über die Karokumstraße bis nach Osch gelangt. Nach Europäern, Russen oder Ukrainern hingegen haben wir Vergebens Ausschau gehalten. Der slawische Bevölkerungsanteil Kirgistans, der einst auf ein Viertel geschätzt wurde, ist auf ein Minimum geschrumpft. Im Frühjahr 1995 hatte ich vergeblich versucht, vom tatschikischen Ufer des Pianch über die Passstraße des Pamir bis zu diesem Sammelpunkt aller nur denkbaren Geschäfte und Verschwörungen zu gelangen. Die fruchtbare Fergana-Senke war als Zentrum radikal-islamistischer Agitation berüchtigt. Aus der Ortschaft Namangan stammte der charismatische junge Führer der Hisb-e-Tarir, der muslimischen Befreiungsfront, der 2001 unter den Bomben der US Air Force den Tod fand. Kurzum, Osch ist Knotenpunkt künftiger Konflikte. Wladimir Putin weiß sehr wohl, wie nützlich ihm der zusätzliche russische Militärstützpunkt sein würde, der neben der bereits bestehenden Basis von Kant bei Bischkek in unmittelbarer Nähe von Osch gegen Zahlung einer stattlichen Summe an den kirgisischen Präsidenten bei Kiew ausgebaut wurde. Die Stadt Osch habe keine besonderen Sehenswürdigkeiten zu bieten, sagt man abfällig in Bischkek, aber der Felsenhügel Tachti Suleiman ist für manche Überraschung gut. Zu seinen Füßen hat sich eine Gruppe älterer Männer und Frauen versammelt, hockt unter einem Dach im Pagodenstil. Sie begrüßen mich freundlich, als ich mich in ihrer Nähe niederlasse und fahren in ihrem Gemurmel fort, dass ich allmählich als eine Art Dickr die permanente Lobpreisung der Einzigkeit Allahs erkenne. Der Aufstieg zum Gipfel des Salomon-Berges ist steil und mühsam. Trotzdem schleppen sich zahlreiche Pilger fortgeschrittenen Alters auf diese Höhe. Dort bietet sich uns ein Schauspiel, auf das wir in keiner Weise gefasst waren. Wir wohnen einer Teufelsaustreibung, einem Exorzismus bei, der uralte Schamanenbräuche wiederbelebt. Zehn in weiße Gewänder gehüllte Frauen haben sich im Kreis versammelt. Zu ihren Füßen liegt eine Frau, deren gellendes Schreien in düsteres Röcheln übergeht. Ihre Zuckungen und Verrenkungen wirken in der Tat wie die Qualen einer Besessenen, obwohl ein aufgeklärter Arzt möglicherweise die Symptome von Epilepsie diagnostiziert hätte. Eine alte Frau, die wohl als Priesterin fungiert, schlägt in regelmäßigem Takt mit einem Stock auf das unglückliche Wesen ein, dessen sich ein böser Dämon, ein Dschinn oder gar der gesteinigte Satan bemächtigt hatte. Unaufhörlich wiederholt der Chor den Refrain. Es gibt keinen Gott außer Gott. Die Gruppe lässt sich ohne Widerspruch bei ihrem dämonischen Treiben filmen. Ein noch seltsamerer Brauch spielt sich an einem schrägen, glatten Felsblock ab, den Männlein und Weiblein als eine Art Rutschbahn benutzen. Sie versprechen sich davon die Befreiung von rheumatischen Leiden, während die jungen Frauen sich herabgleiten lassen, um ihre Fruchtbarkeit zu fördern und Kinder zu gebären. Als wir unseren Fixer ironisch und ungläubig mustern, erzählt er seine eigene Erfahrung mit diesem Zauberritual. Er war bereits Vater eines Kindes, aber seine Frau wünschte sich einen zweiten Sohn. Sie beabsichtigte, zu diesem Zweck die heilige Rutschbahn in Anspruch zu nehmen. Da sie aber aufgrund beruflicher Zwänge nicht in der Lage war, selbst nach Osch zu reisen, habe er stellvertretend für seine Gattin die Reise unternommen und sich dieser eigenartigen Prozedur unterzogen. Kurz darauf habe seine Frau ihm mitgeteilt, dass sie schwanger sei. Der Berg Salomons ist noch in anderer historischer Hinsicht bemerkenswert. Hier hatte der letzte Herrscher der Tamuriden-Dynastie, Zahiruddin Babur, im Jahre 1526 vor dem Einfall feindlicher usbekischer Horden Zuflucht gesucht und ein bescheidenes Haus sowie eine kleine Moschee erbaut. Er war seinen Verfolgern nur knapp entkommen. Babur muss eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen sein, denn nach diesem Rückschlag sammelte er ein paar Tausendschaften seiner Getreuen, überwiegend mongolischer Abstammung, fiel in Nordindien ein und gründete dort die Mogul-Dynastie, die binnen kurzer Frist den größten Teil des Subkontinents unter ihre Gewalt brachte. Zur Zeit Baburs und seiner Nachfolger entwickelte sich jene indisch-muslimische Hochkultur, deren unvergleichliche Prunkbauten, das Taj Mahal von Agra gehört dazu, sowie auch die grandiosen Moscheen von Delhi und Lahore, die Touristenströme aus aller Welt anziehen. Bis 1857 wurde der größte Teil Indiens von den Mogulen beherrscht, dann rückten die Engländer von Süden heran, und das britische Empire erlebte den Höhepunkt seiner Glorie, als Queen Victoria zur Empress of India ausgerufen wurde. Von Osh ist es nicht weit bis zur chinesischen Grenze. Ich hatte beschlossen, mich der autonomen Region der Uiguren, der äußersten Westprovinz Xinjiang, so weit wie möglich zu nähern. Bevor wir die Straße in Richtung des Alai-Gebirges und seiner Gletscher einschlugen, wurden wir am Eingang eines Parks durch eine festliche Versammlung aufgehalten. Ein Mitglied der staatlichen Oberschicht, ein kirgisischer Oligarch, feierte dort die Hochzeit seiner Tochter und befolgte dabei eine Sitte, die auf die sowjetische Epoche zurückging. Das Brautpaar versammelte sich mit seinem Gefolge vor dem massiven Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Die Gesellschaft, die sich hier zur Schau stellte, gehörte einer radikal anderen Welt an als die braven bäuerlichen Leute, die zum Zauberfelsen des Tachti Sulaiman gepilgert waren. Alle Anwesenden trugen schwarze, maßgeschneiderte Anzüge. Die Frauen bemühten sich um extravaganten Schick. Das Brautpaar war in einer schneeweißen, endlosen Limousine vorgefahren und jede Form von Luxus wurde protzend zur Schau gestellt. Auch hier ließ man uns ungehindert unsere Aufnahmen machen und gewährte uns noch eine Zugabe, mit der wir nicht gerechnet hatten. Die Neuvermählten, die Braut ganz in weiß, stark geschminkt, durchaus attraktiv, legten zu Fuß die kurze Strecke zurück, die die Gedenkstätte für die Toten von einer gigantischen Lenin-Statue trennte. Der Held der Bolschewiken, in der üblichen richtungsweisenden Geste erstarrt, schien von den diversen Umstürzen und Volksaufständen, von den radikalen Veränderungen, die sich seit Auflösung seiner Sowjetunion eingestellt hatten, nichts wahrgenommen zu haben. Auch die Tulpenrevolution hatte ihn nicht tangiert. Die exklusive Hochzeitsgesellschaft, Nutznießer eines hemmungslosen Casino-Kapitalismus, den sie wie eine Orgie feierten, fanden es ganz natürlich, sich vor dem Symbol der proletarischen Revolution ablichten zu lassen. Während der Land Rover uns über steile Pässe in Richtung Osten befördert, erhitzt sich unser Begleiter Oros Beck mit plötzlicher Vehemenz. »Sie haben eben ein paar Exemplare der Mafia, eine Bande von Betrügern gesehen, die uns regieren«, schnaubte er. »Diese Ausbeuter haben durch Betrug riesige Vermögen erworben und schämen sich nicht, ihre Korruption und Verderbtheit vor den armen Leuten auszubreiten.« Unter Präsident Akkaev sei es gesitterter zugegangen als unter dem Nachfolger, den die Amerikaner durch die Tulpenrevolution an die Macht gebracht hatten. Schon würde ein großer Teil der Bevölkerung dem früheren Sowjetsystem nachtrauern, da seien die bescheidenen Renten der Alten wenigstens ausgezahlt worden und jeder habe recht und schlecht einen Arbeitsplatz gefunden. »Der Westen soll sich nicht wundern«, fährt der Fixer fort, »wenn das Verlangen des Volkes nach einem Minimum an Gerechtigkeit und Tugend jenen Kräften Auftrieb gibt, die dem strengen egalitären Islam der Taliban nahestehen und auf ihre Stunde warten.« »Unser Fixer weist uns auf die rasch zunehmende Dämmerung hin. Wir sollten die Rückfahrt nach Osch antreten«, schlägt er vor. »Die Chinesen sind zwar dabei, in den engen Schluchten, die sie mit ihren Nachbarn verbinden, ihr Straßennetz intensiv auszubauen, sogar der Pass soll in einer Höhe von 5000 Metern überwunden werden. Der chinesischen Volksbefreiungsarmee stände dann im Notfall der Weg nach Kabul offen. Aber seit ein paar Tagen sei die Situation im Grenzgebiet von Xinjiang besonders angespannt. Ich hätte ja sicher von den schweren Zwischenfällen gehört, die sich in der Hauptstadt der Uigurenregion in Urumki abgespielt hätten. Epilog Der Nachlass Am Ende eines halben Jahrtausends glorreicher und auch schmachvoller Weltbeherrschung durch den Weißen Mann stellt sich die Frage, welche Spuren diese gewaltige Anstrengung hinterlassen, auf welche Weise sie in der vom Kolonialismus emanzipierten Völkerfamilie nachwirken mag. Das Thema böte Stoff für ein umfassendes Kompendium, und so wollen wir uns an dieser Stelle auf eine begrenzte Zahl von Schauplätzen beschränken. Dabei drängt sich der Rückblick auf das ferne Altertum auf. Den Eroberungszügen des Makedoniers Alexander war es zu verdanken, dass die unvergleichliche Kultur des antiken Griechenlands zwischen Nil und Indus in Form des Hellenismus expandierte. Der Name Iskander hat heute noch bei den Muslimen Zentralasiens einen magischen Klang. Welches ist aber nun seit dem Jahr 1500 die Hinterlassenschaft, die die verschiedenen europäischen Entdecker und Kolonisatoren der Nachwelt auferlegten? Welche kulturellen Errungenschaften haben sich so nachhaltig eingeprägt, dass sie auch nach dem allmählichen Kräfteschwund des weißen Mannes, nach dem Verlust seiner Prärogativen, sich in der Nachwelt verewigen könnten? Welches Erbe haben Portugiesen und Spanier, Holländer und Engländer, Franzosen und Russen hinterlassen, ganz abgesehen von den US-Amerikanern, die noch mit einem Fuß auf den Stufen ihres Thrones verharren? Wirklich beeindruckend bleibt im Rückblick das britische Empire. Gewaltige Territorien kontinentalen Ausmaßes, Kanada, Australien, Neuseeland, bleiben dauerhaft anglisiert und die Sprache Shakespeare's, potenziert durch die Omnipräsenz des nordamerikanischen Business Jargons, ist nach Verdrängung des Französischen zur weltweiten Lingua Franca unserer Epoche geworden. In erstaunlichem Maße hat sich die britische Praxis der Indirect Rule bewährt, die den unterworfenen Vasalen das Gefühl der respektierten eigenen Identität vermittelt, sie in Wirklichkeit jedoch, das trifft zumal auf den indischen Subkontinent zu, in eine gesellschaftliche Ordnung eingliederte, die noch immer recht viktorianisch anmutet. Der britische Rai hat sich als vornehmste Kaste Indiens etabliert. Die grandiosen Militärparaden von Neu-Delhi und Islamabad scheinen auf das kriegerische Ballett des Grand Tattoo ausgerichtet zu sein. Wer jedoch als Augenzeuge die kämpferische Performance der indischen wie der pakistanischen Streitkräfte beobachten konnte, entdeckt Spuren jenes Drills, der durch die karikatureske Figur des Colonel Blimp verkörpert wurde. Inzwischen sind die indischen Wissenschaftler in Spitzenpositionen der elektronischen Forschung mit spezieller Begabung für Software aufgerückt. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass die Infrastruktur des Kontinents, ob es sich um Straßen, Eisenbahnlinien oder sanitäre Einrichtungen handelt, fast ausschließlich auf die Leistungen angewiesen ist, die die britische Verwaltung erbrachte. Das moderne Indien mag sich mehr und mehr auf die Dynamik und den Unternehmungsgeist Amerikas ausrichten, aber das Behaviour der britischen Oberschicht genießt weiterhin höchstes Ansehen und man könnte gelegentlich von einer gesellschaftlichen Mimikrie sprechen. Wenden wir uns einer anderen europäischen Einflussnahme zu, die sich jenseits des Atlantik in erstaunlicher Vitalität erhalten hat, dem Nachlass Spaniens in Übersee. Als ich im Jahr 1964 Charles de Gaulle auf seiner ausgedehnten Lateinamerika-Reise begleitete, hat sich der General verwundert, wie unterschiedlich die aus iberischem Erbe hervorgegangenen Staaten sich dort entwickelt hatten. Da gibt es die südlichen Länder des Subkontinents, die fast ausschließlich von Weißen aus dem mediterranen Raum bevölkert sind. In Argentinien, Uruguay und Chile sind die Indios einer ähnlichen Ausrottung erlegen wie die Rothäute der Vereinigten Staaten. Aber überall dort, wo das ethnische Urelement überlebte, entdecken selbst die Mestizen ihr von den Azteken, den Inkas und anderen präkolumbianischen Gruppierungen überliefertes Erbe. Es haben sich originelle Gesellschaftsformen entwickelt, die selbst bei den winzigen Ländern Mittelamerikas erstaunlich differenzieren. Wo sonst hätte man wohl, wie zwischen El Salvador und Honduras, einen Fußballkrieg geführt? Die eminente Rolle, die bei dieser Emanzipation der Hispanics vom Joch der Gringos die Volkshelden Fidel Castro und Che Guevara gespielt haben, kann gar nicht überschätzt werden, obwohl beide rein spanischen Geblüts und Söhne der lokalen Oberschicht waren. Die Revolutionäre der Tupamaro-Bewegung von Uruguay, die vor Terrorakten nicht zurückschreckten, beriefen sich auf einen indianischen Aufstandsführer aus Peru, der noch auf Befehl des spanischen Vizekönigs gefierteilt wurde. Aber bei den Tupamaros von Montevideo habe ich vergeblich nach einem einzigen indianischen Ureinwohner gesucht. Eine wirkliche Wende könnte eingesetzt haben, seit in Venezuela, der Oberstleutnant Hugo Chavez zum Präsidenten gewählt wurde, jener athletische Gaudillo im roten Hemd, der seine Gefolgschaft bei den armen Leuten der Barrios von Caracas findet und schon manches Umsturzkomplott der amerikanischen CIA überlebte. Von Chavez heißt es, dass er möglicherweise ein Zambo, ein indianisch-afrikanischer Mischling sei. In Bolivien hingegen hat sich Evo Morales, ein reiner Indianer vom Andenvolk der Aymara der Präsidentschaft, bemächtigt. Auch er sieht sich ständigen Komplotten einer weißen Oligarchie ausgesetzt, die ihre Latifundien im Tiefland noch wie zu Kolonialzeiten verwaltet. Das wirkliche Problem für die USA heißt Mexiko. Die Grenzstadt Ciudad Juarez ist bereits ins Chaos der Violencia abgeglitten. Hier trennt nur das Rinnsaal des Rio Grande del Norte, diese Hochburg des Verbrechens, von der texanischen Drehscheibe El Paso, wo sich binnen 20 Jahren eine gründliche Bevölkerungsumschichtung vollzogen hat. Seien es naturalisierte US-Citizens oder illegale Wetbacks, die Mexikaner machen in El Paso inzwischen 90% der Einwohnerschaft aus. Ähnlich verhält es sich entlang der endlosen Grenze, die sich von Laredo in Texas bis Tijuana in Baja California hinzieht. Die illegale Immigration der Latinos kann durch Drahtzäune und andere Sperren behindert werden, aber die amerikanische Border Police ist sich ihrer relativen Ohnmacht bewusst. Die Überflutung der USA durch eine Masse von Zuwanderern aus Mittel- und Südamerika, wobei Mexiko weit an der Spitze liegt, hat die ethnische Zusammensetzung der US-Bürgerschaft, vor allem auch des US-Wählerpotenzials, so gründlich verändert, dass es sich ein Kongressabgeordneter reiflich überlegen muss, ehe er zur Treibjagd auf die Eindringlinge bläst. Am bittersten ist Frankreich durch die Entkolonisierung, durch die Auflösung der France d'Utremer getroffen worden. In Indochina ist die französische Sprache weitgehend durch das Amerikanische ersetzt worden. Die Republik Algerien, am Südrand des Mittelmeers, die seinerzeit als Bestandteil des Mutterlandes galt und in Departements aufgeteilt war, hat sich seit dem grausamen Unabhängigkeitskrieg der Jahre 1954 bis 1962 von der weitgediehenen Assimilation an die Metropole mit Vehemenz losgesagt. Die Präsenz von fünf Millionen Nordafrikanern auf dem Boden Frankreichs, die oft die französische Staatsangehörigkeit besitzen, sich jedoch weiterhin diskriminiert und ausgegrenzt fühlen, tickt wie eine Zeitbombe in den verwahrlosten Außenbezirken, den Banlieus der großen Städte. Und zwar hat die Fünfte Republik ihre Souveränitätsrechte über diverse Territoires d'Utremer, darunter Neukaledonien und die Gesellschaftsinseln im Pazifik, beibehalten. Die Insel Reunion im Indischen Ozean oder die Antilleninseln Martinique und Guadeloupe in der Karibik genießen sogar den gleichen Rechtsstatus wie die Departements des Mutterlandes. Aber den meisten Franzosen ist nicht recht wohl beim Gedanken an diese Fetzen ihres ehemaligen Kolonialreiches. Wer erinnert sich heute noch daran, dass der französischen Sprache im 18. Jahrhundert eine so eminente Bedeutung zukam, dass Friedrich der Große auf Französisch dichtete und Katharina die Große ihre Liebesbriefe an ihre jeweiligen Günstlinge in der Sprache Cornays verfasste? Die Frankophonie reduziert sich zusehends auf eine Anzahl schwarzafrikanischer Staaten südlich der Sahara und die kanadische Provinz Quebec. Strategische Bedeutung und eine hervorragende Wissenschaft und eine hervorragende Wissenschaftliche Funktion fällt lediglich der letzten Besitzung Frankreichs am Nordrhein Südamerikas zu. Das Departement Guayana und seine Hauptstadt Cayenne genossen früher als grausamer Verbannungsort für Schwerverbrecher einen fürchterlichen Ruf. Der zu Unrecht verurteilte Dreifuß hatte auf der Teufelsinsel im Kerker geschmachtet. Dem breiten Publikum ist diese grüne Hölle durch den Roman und den Film Papillon bekannt. Für Frankreich ist Guayana unverzichtbar geworden und eine Sezession würde dort notfalls mit Waffengewalt unterdrückt. Dieses Stück Urwald am Rande des schlammgefärbten Atlantik hat eine kapitale Bedeutung erlangt, seit in dem Flecken Kourou eine Abschussbasis für Weltraumraketen installiert wurde. Dort hat Europa den sensationellen Durchbruch zu einer maßgeblichen Zukunftstechnologie erzielt. Von Cayenne aus führt inzwischen eine Allwetterstraße auf die Grenze Brasiliens zu, eine Strecke, die unter unsäglichen Mühen von der fremden Legion ausgebaut wurde. Genau ein Jahr nach meiner Geburtstagsfeier am Strand von Osttimor, wo sich übrigens bereits in den Wirren der ersten Unabhängigkeitstage neben den Portugiesen auch die Brasilianer mit einer stattlichen diplomatischen Vertretung niederließen, habe ich im Cupacabana Palace von Rio de Janeiro Quartier bezogen. Unterschiedlicher als an den beiden geografischen Extremen konnte sich das koloniale Erbe Lusitaniens nicht entfalten. Schon bei der Anreise über Venezuela habe ich festgestellt, dass sich die rassische Vermischung in weiten Teilen Lateinamerikas so konsequent weiterentwickelt hat, dass aufgrund der Mendelschen Gesetze die Kinder ein und derselben Familie völlig konträre Rassenmerkmale aufweisen. Zwar bleibt die traditionelle weiße Oligarchie darauf bedacht, weiterhin ihr europäisches Aussehen zu erhalten, aber ansonsten stört sich niemand an den vielfältigen Hautschattierungen und den Folgeerscheinungen zahlloser ethnischer Kreuzungen. Die entspannte Atmosphäre zwischen Schwarz und Weiß, die in krassem Gegensatz steht zu den in den USA immer noch anhaltenden Verkrampfungen und Animositäten zwischen Euro-Americans und Afro-Americans, hatte ich auf besonders lockere Art und Weise im kolumbianischen Hafen Katagenia de Indias wahrgenommen, als meine spanische Begleiterin mitten im tiefschwarzen Stadtzentrum einen etwa zehnjährigen Knaben heranwinkte, um ihm gegen ein kleines Entgelt, die Obhut über ihr geparktes Auto anzuvertrauen. »Negrito!« rief sie ihn herbei, und auf die Vorhaltung meiner Frau, der kleine Schwarze und seine Umgebung, könnten sich doch beleidigt fühlen, reagierten beide mit entwaffnendem Lächeln. »Pero son suaves, los Negritos!« erwiderte unsere spanische Freundin, »diese Negerlein sind doch so lieb!« Von Komplexen, so schien es wenigstens, blieb diese kunterbunte Gesellschaft weitgehend verschont, obwohl Brasilien keine Form staatlicher Verirrung und Willkür erspart geblieben ist. Auf das extravagante Kaiserreich war nämlich die Republik der Obristen gefolgt, auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise von 1930, als die überschüssige Kaffeeernte in den Feueröfen der Lokomotiven verheizt wurde, kam der faschistoide Diktator Vargas an die Macht. Es stellten sich periodische Pronunciamentos des Militärs ein, in enger Komplizenschaft mit den allmächtigen Wirtschaftsbossen, die ihrerseits aus Washington manipuliert wurden. Parallel dazu verstärkte sich jedoch der Einfluss der Gewerkschaften. Die Arbeiterschaft meldete ihre Ansprüche an, und in den armen Vierteln der Kariokas, in den Favelas, gliederte sich die ausgreifende Kriminalität in diversen Mafiaorganisationen. Auf Osttimor hatte sich die katholische Kirche im Kampf um die Unabhängigkeit von Indonesien auf die massive Zustimmung und Ergebenheit der Bevölkerung verlassen können. In Brasilien, wo der Franziskanerorden sich der Armenbetreuung und der Missionsarbeit widmete, gewannen hingegen die afrikanischen Kultbräuche der Makumba ständig an Boden. Gleichzeitig rekrutierten die protestantischen Sekten aus USA eine wachsende Anhängerschaft. Politisch ist in Brasilien ein grundlegender Wandel eingetreten. Seit 2003 übt Luis Inacio Lula da Silva in der neuen futuristischen Hauptstadt Brasilia die Präsidentschaft aus. Dieser bärtige, wohlwollend blickende Mann aus dem Volk, der als historischer Führer der brasilianischen Linken gilt, betont seine totale Unabhängigkeit von den USA. Bei den Yankee-Gegnern des Subkontinents findet er bereitwillige Verbündete und Sympathisanten. Auffällig ist auch, wie wenige Menschen hier die englische Sprache beherrschen und wie die Exklusivität des Portugiesischen sich erhält. Seit vor der atlantischen Küste reiche Erdölfelder geortet wurden, steht Brasilien im Begriff, zu einer der maßgeblichen Wirtschaftsmächte aufzustecken. Lula, wie er allgemein heißt, lässt sich von niemandem dreinreden, tritt in diversen Regionalkonflikten als Schlichter auf und baut die brasilianischen Streitkräfte zum beherrschenden Militärfaktor des Subkontinents aus. Brasilien, so verraten die Experten, wäre binnen kurzer Frist in der Lage, nuklear aufzurüsten und seine eigene Atombombe zu bauen. Zum Abschied bin ich in nördliche Richtung nach Salvador de Bahia geflogen. Unweit dieser expandierenden Hafenstadt war Cabral, der erste Portugiese, an Land gegangen und so schließt sich ein historischer Kreis mit jenem Entdecker, der als erster Lusitanier den Boden der Insel Timor betrat. In Bahia könnte man sich nach Afrika versetzt fühlen. Die Bevölkerung ist fast ausschließlich schwarz. Betreut wird sie auch hier von den Franziskanern und das herrliche Hotel Convento do Carmo, ein ehemaliges Kloster, strömt rund um den tropischen Innengarten mit den Steinarkaden, eine weihevolle Atmosphäre aus. Umso lebhafter, fast turbulent, geht es auf dem großen Zentralplatz zu, der von der Kirche Sao Francisco beherrscht wird. Das Innere des Gotteshauses ist durch und durch mit Gold verkleidet, leuchtet wie ein riesiger Tabernakel. Rundum herrscht negroide Fröhlichkeit, die Frauen sind in knallbunte, karibisch anmutende Kleidung gehüllt, den seltenen Weißen begegnet man mit lachender Unbefangenheit. Aus allen Ecken dröhnt Musik, die Bevölkerung strömt Vitalität und Heiterkeit aus. Die Geschichte der Sklaverei ist scheinbar aus dem Gedächtnis gelöscht. Unter allen Ländern unserer Erde, die ich aufsuchte, erscheint mir Brasilien als das Unerklärlichste. Hier sind wir nicht nur in der neuen Welt angekommen, hier begegnen wir einer neuen Menschheit, und die Vermutung stellt sich ein, dieses könnte die Menschheit der Zukunft sein. Mit seiner vielfältigen Harmonie der Rassen nimmt Brasilien eine ethnische Vermengung vorweg, die für den ganzen Globus Gültigkeit gewinnen könnte. Noch ist die Verschmelzung sehr unterschiedlich vorangeschritten, spart gewisse Regionen vollends aus. Niemand kann so recht erklären, wie dieses kunterbunte Sammelsurium funktioniert, wie trotz aller Diskrepanz eine brasilianische Einheitlichkeit und ein wachsendes nationales Selbstbewusstsein entstanden. Zu einem unbeschreiblichen Taumel sollte sich der patriotische Überschwang steigern, als Rio de Janeiro die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2016 zugesprochen bekam. Es stimmt nachdenklich, dass Barack Obama mit seinem Einsatz zugunsten Chicagos so ruhmlos scheiterte. Ich will nichts verharmlosen und schönreden. Es kann einen sogar einen Schauer überkommen bei der Perspektive auf eine globale Entwicklung, an deren Ende das biologische Ende des Weißen Mannes stünde. Es wird so viel über Klimawandel und ökologische Versorgung gesprochen. Aber aufgrund der Kommunikationsmöglichkeiten, von denen unsere unmittelbaren Vorfahren nicht zu träumen wagten, aufgrund einer subkutanen kulturellen Anpassung und Osmose, deren Ausmaß wir noch nicht ermessen, aufgrund einer technischen und elektronischen Beschleunigung der menschlichen Geistesentwicklung, so kommt mir an diesem heiteren Tag in Salvador de Bahia in den Sinn, wäre auch eine Beschleunigung der Evolution, ja, das jähe Auftreten von Mutationen nicht auszuschließen, die das Bild des Homo sapiens erheblich verändern könnten. Der typologische Unterschied zwischen den Generationen ist bereits klar erkennbar. Dazu kommt das Phänomen einer durch einseitige Ernährung bewirkten Verfettung, eine Obesité, die selbst auf China überzugreifen beginnt. Der androgyne Wuchs vieler Frauen ist weit vom Schönheitsideal der Vergangenheit entfernt. Während sich die Öffentlichkeit dazu beglückwünscht, dass das Durchschnittsalter des Menschen demnächst auf über 100 Jahre ansteigen könnte, stellen sich nur die wenigsten die Frage, ob eine solche Langlebigkeit mit der im Rhythmus von Jahrtausenden entstandenen Normalität den physischen und psychischen Gesetzen, denen wir unterliegen, überhaupt zu vereinbaren ist. Die ständige Vermehrung von Demenzerkrankungen im hohen Alter könnte eine schreckliche Mahnung beinhalten. Befinden wir uns an der Schwelle einer neuen Evolution unserer Gattung? Werden die Allmacht des Computersystems, des Internets, die Omnipräsenz der elektronischen Überwachung und die Perspektive eines eventuellen Cyberwars gewisse Hirnfunktionen ausschalten, umgestalten oder weiterentwickeln? Im Jubiläumsjahr des Darwinismus sind solche Überlegungen ja wohl erlaubt. Wir haben die Schreckensvision George Orwells, die er in seinem Buch 1984 aufzeichnete, längst überholt. Und die düsteren Vorstellungen H. G. Wells von einer Brave New World liegen bereits hinter uns. Man bedenke, dass das nationalsozialistische Deutschland noch vor 70 Jahren von der Reinheit der nordischen, der germanischen Rasse fabulierte, von der Vorherrschaft der blonden Herrenmenschen, um festzustellen, wie plötzlich diese Utopie einer Gemischstrassigkeit gewichen ist, die uns täglich auf den Straßen Europas und Amerikas begegnet. In diesem Zusammenhang die existenzielle Angst des weißen Mannes zu erwähnen, entspringt keiner Verzagtheit, keiner Phobie, sondern verweist auf eine Veränderung unserer Spezies, die mit den kühnen Navigatoren der Lusiaden begann und in Brasilien der gewichtigen Tochter Portugals zur Realität wurde. Vor der Marienstatue von São Francisco hatte sich eine Gruppe, von schwarz bis weiß variierend, zum Gebet des Rosenkranzes eingefunden. Wie würden diese Menschen den Verlust der dogmatischen Gewissheiten und der jenseitigen Verheißungen verkraften? Man glaube nicht, ich sei einem Anfall von Frömmelei erlegen, aber ich empfand es als seltsames Omen, als mir beim Verlassen der Kirche ein dunkelhäutiger Mönch einen Zettel in die Hand drückte, auf dem das Gebet seines heiligen Ordensgründers abgedruckt war. Herr, benutze mich als Werkzeug deines Friedens, damit ich die Wahrheit verkünde, wo der Irrtum vorherrscht, dass ich dein Licht in der Finsternis scheinen lasse, dass ich Freude stifte, wo Traurigkeit herrscht. Denn indem wir uns selbst vergessen, finden wir zu uns selbst und im Tode werden wir zum ewigen Leben auferstehen.